Guten Tag! Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich denke schon, das sollte funktionieren. Ich bin gerade sehr verwirrt von meinen Lautstärken-Anzeigen in OBS, aber das ist eigentlich alles wie immer. Ja, meine Stimme wird hier auch aufgenommen in den Untertiteln. Okay, passt. Sehr schön. Nice. Wunderbar. Gut, ja, Leute, heute wird es tatsächlich spannend. Wir haben eigentlich keine Talkrunde, aber ich habe jede Menge Notizen und ja, dann haben wir noch ganz andere tolle Dinge vor. So, ich schicke euch jetzt erstmal das Intro. Wir sehen uns gleich und dann erzähle ich euch mehr. Bis gleich. Wir sehen uns 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 gleich. Aber Hallöchen Cellggy, erzählen Eva, Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Ähm, und, äh, ja, ne? Es ist Donnerstag. Keine Ahnung, wo ich gerade mit diesem Satz hin will. Das war gerade so eine Feststellung. Hey, es ist Donnerstag. Ja, ist jetzt nicht so überraschend, wenn ich hier bin, ne? Ähm, ja, gut. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, worauf ich damit jetzt hinaus wollte. Das ist irgendwie, naja, ähm, 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 wild. Ha, das ist tatsächlich sehr wild. Ha, du kannst dich nicht beschweren. Musst über dein Malheur von vorhin immer noch lachen. Sowas hättest du, äh, vor Jahren, was sowas hätte dich vor Jahren echt noch peinlich berührt. Was, dass dir was im Supermarkt runterfällt und du dann, äh, erst mal dastehst und sauber machst. Puh, was will man denn sonst machen? Ne? Ne? Also, klar, ähm, die, die arbeiten da und schlussendlich müssen die dann irgendwie im Supermarkt auch für Ordnung sorgen. Aber wenn, also, weiß ich nicht, ne? Es ist, ich, ich, ich habe es gerade schon auf Twitter geschrieben, ähm, ich habe so das Gefühl, dass wir nicht so ganz der Norm entsprechen. Weil, irgendwie, für uns ist das selbstverständlich. Also, würde mir jetzt nicht in den Sinn kommen, dass ich irgendwo Dreck mache und dann nicht hinter mir selbst aufräume. Oder hinter meinem Hund, wie es in meinem Fall eher mal passieren könnte oder so. Ha, ja. Du bist heute von der Arbeit früher nach Hause gegangen, du hast ja wohl Magen-Darm oder so eingefangen. Oh, oh ne. Gut. Positiv. Du kannst den Stream gucken. Negativ. Du musst wahrscheinlich öfter mal Richtung Bad. Positiv. Wenn du über Handy guckst, kannst du halt auch auf dem Klo gucken. Also, ja, aus eigener Erfahrung wäre nicht das erste Mal, dass ich in den Stream vom Bad ausgucke. Aber, ja, oh man, Magen-Darm ist so mies. Gute Besserung auf jeden Fall. Ja, ja, furchtbar. Wenn jetzt wieder die Hitze kommen sollte, wirst du dank, äh, deiner Freunde gefeit. Du hast, äh, was? Achso, dank deines Freundes wahrscheinlich, äh, hast du dank ihm wieder eine Luftkühler-Wasserbasis. Ja, nice. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber ich, also, wenn ich so auf den Wetterbericht schaue, glaube ich, also zumindest hier, ne, es ist kann ja, es ist ja regional sehr unterschiedlich, ähm, war es das, glaube ich, mit Sommer erst mal. Also, was heißt mit Sommer? Es bleibt schon noch schön warm, aber es wird halt nicht heiß. Also, von dem her habe ich da jetzt überhaupt gar kein Thema, äh, gar kein Problem mehr damit. Hier hat es angenehme, glaube ich, 24 Grad oder so. Das ist total in Ordnung. Damit kann ich leben. Ich habe sogar noch meine Jogginghose an. Ich bin nicht mal in kurzer Hose unterwegs. Also, von dem her. Alles, alles super. Was wollen wir sonst machen? Die sind zwar dahingehend versichert, aber du kennst dir ständig vor einfach wegzugehen. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hallöchen, Gustav. Hi. Hallöchen. Du nimmst deinen Rechner auch gerne ins Bad. Gustav, das ist das grundlegende Problem. Du solltest im Bad einen Rechner haben. Oder du nimmst so ein komisches, ähm, modernes Gerät, äh, mit, das möglicherweise auch einen Stream abspielen kann. Also, von dem her. Aber es gibt ja Möglichkeiten. Wir leben im Jahr 2022. Da, da geht was. Ach, ja. Dass du öfter mal aufs Klo rennen, äh, was? Dass du öfter mal aufs Klo rennst. Das war heute tatsächlich bereits der Fall. Da du, äh, da du jetzt zu Hause bist, das ist auch nicht mehr ganz so schlimm. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Handy hast du eh immer, Mann, äh, an der Frau. Ja, ja, ja. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Ohne Handy oder so fühlt man sich halt mittlerweile auch irgendwie nackt, oder? Das ist ganz, ganz wild. Das ist einfach. Das ist ganz, ganz wild. Ähm. Hier wurde heute tatsächlich, ich hab gestern eine SMS bekommen. Irgendwann am Abend. So von wegen, äh, guten Tag, hier, Telekom, blablub. Ähm. Wir warten morgen zwischen 8 und 16 Uhr ihre Leitung. Kann sein, dass dann das Internet mal ausfällt. Ja, war dann heute Morgen auch tatsächlich so. Ich, puh, keine Ahnung, wo die SMS ist. Egal. Ähm. Und es ist halt im ersten Moment erstmal merkwürdig. So. Du surfst gerade rum. Willst irgendwas laden. Internet weg. Glücklicherweise haben die die SMS vorher geschickt. Und das war Planmesse. Ich war dann auch innerhalb von einer Viertelstunde vorbei. Aber im ersten Moment, wenn sowas ist, da hast du halt erstmal so, oh ne, oder? So, so die Reaktion. Ach man, no. Verdammter Mist. Ja, 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 das ist so ne Sache. Bei Chocobl sind's 24 Grad. Bei Stella 22 Grad. In der Wude 26. Jetzt erst ja doch länger und mehr. Ja, es ist, wenn die Wohnung dann mal aufgeheizt ist, dauert's halt auch extrem, bis sich die mal wieder runterkühlt und so. Also, je nachdem, was das auch für eine Bausubstanz ist. Bei einem Holzhaus, glaube ich, geht's ein bisschen schneller. Ähm. Je nach Dämmung natürlich. Wir haben halt hier einen Betonbau. Der ist halt jetzt auch warm. Und wenn ich in der Nacht nicht lüfte, dann, ja, hätt's hier drin wahrscheinlich auch einfach so seine 27 Grad oder 28 oder sowas in der Richtung. Aber ich kann tatsächlich dann über Nacht lüften und dann hat's morgens irgendwie so, ja, 19, 20 Grad. Also, das ist für mich dann auch die Temperatur, wo ich meine Wollsocken auspacke. Und die dann sowieso ungefähr Mittag trage, bis das Wohnzimmer wieder warm genug ist. Und auf eure Fragen einzugehen, wie es mir geht. Ja, tatsächlich, glaube ich, war am Wochenende das in der Nacht lüften dran schuld, dass es mir erst mal kacke ging. Also, ne, Samstagmorgen aufgestanden, keine Stimme mehr da. Und, ja, es ist den ganzen Tag rumgehustet und was weiß ich, hat sich dann auch noch bis Montag, glaube ich, oder Dienstag war es dann irgendwie vorbei, gezogen. Und, äh, sorry dafür, dass dann der Stream vom Donnerstag letzte Woche komplett ausgefallen ist, nachdem ich ihn erst verschoben hatte. War doof, hat jetzt auch den Plan diese Woche etwas durcheinander geworfen, aber, ja, was willst du machen, ne? So ein Stumm-Stream muss ja auch nicht sein. Und dann will ich die Stimme halt auch nicht so wahnsinnig belasten. Ähm, ja, aber abgesehen davon, eigentlich alles wunderbar. Also, kann ich jetzt nicht groß meckern, muss ich, muss ich ehrlich sagen. War sonst irgendwie irgendwas? Ne. Es ist kühler, mir geht's wieder gut. Ähm. Ja. Ne. Sonst war da tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Was halt auch noch doof war, ich bin halt auch noch an dem Wochenende in so ein, so ein, so ein Depri-Loch mit reingefallen. Das war halt dann nochmal doppelt ungeil. Aber, auch da konnte ich mich dann bis Montag wieder rausziehen. Glücklicherweise. Also, das ist, äh, ja, das ist schön. Das ist schön. Ah. Und einen Rechner kriegst du für ungefähr 2,5k Franken. Das dürften sogar, ich bin nicht sicher, wie der Wechselkurs momentan ist, aber ich glaube, das ist ziemlich 1 zu 1 in Euro. Ich bin nicht, äh, ich bin nicht 100% sicher. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Wechsel, nein, warte, 2000. 2.500 CHF in EU-R. Tatsache. Das sind 2.554 Euro und 41 Cent aktuell. Das wusste ich's doch. Gut Ding 1 zu 1, könnte man sagen. Habe ich neulich schon mal irgendwann geguckt, deswegen wusste ich das. Ach, ja. So. So viel hast du ja aktuell leider nicht zur Verfügung. Oh ja, das Problem kenn ich. Es wurden die neuen Ryzen-Prozessoren angekündigt. Ähm, die sollen glaube ich auch Ende des Monats jetzt, also Ende September, auch schon in Verkauf gehen. Und so, 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 so ein 7.950 X wäre schon lecker, aber dann kann ich halt auch alles neu bauen. Also wirklich alles neu, weil neue Plattformen und so weiter und so fort, dann brauche ich einen komplett neuen Rechner. Und dann kommen ja demnächst wahrscheinlich auch noch die 4.000er Karten von Nvidia raus. Und das ist halt auch noch so... Also, ich wüsste schon, wie ich Geld ausgebe momentan. Und das, obwohl der Rechner hier noch ganz gut läuft. Aber besser geht halt immer, ne? Und neu ist sowieso immer besser. Kennt man ja. Und das Metongbau anno 1980 mit Morgen Sonnenseite bis Mittag. Ganztägig Sonnenabstrahlung von parkenden Autos. Ja, 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 es ist, äh, ja, ja. Metongbau, 60er Jahre. Komplette Südausrichtung ohne Außenmauern nach Süden. Weil alles nur Fensterfront. Wird warm. Wird warm. Ich bin auch der Einzige, der, glaube ich, Außenrollos hier in diesem riesen Gebäudekomplex mit, weiß ich nicht, 60 Wohnanheiten oder so hat. Äh, ja. Im Winter ganz praktisch auch so eine Zwischenwohnung zu haben. Weil da kann man durchaus auch vom Heizen der anderen profitieren. Aber im Sommer hilft das halt nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Äh, du warst noch Monate mal wieder vor Ort im Supermarkt und die hatten heute keine Weihnachtsleckerin im Laden stehen. Normalerweise wird die ja zum 1.9. aufgestellt und zu Verkauf angeboten. Ich habe heute schon irgendwo gelesen, dass es alles gab bis auf Spekulatius. Ich, ich weiß nicht, das ist irgendwann mal heute in meinem Twitter-Feed, glaube ich, durchgescrollt. Und dann dachte ich mir so. Echt jetzt? Im September? Kam nicht erst noch irgendwie Halloween? War da nicht auch noch irgendwas? Ja, es ist, äh, wild. Ja, es ist, äh. Aber gut, ich bin auch nicht die Zielgruppe für so Weihnachtsnaschereien oder sowas in der Richtung. Also überhaupt nicht. Schön. Gesundheit geht vor. Ja, 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 das ist, äh. Ja, ja, es ist. Ach man, das war halt ein doofes Wochenende. Aber was willst du machen? Er hilft ja nichts, ne? Selbst die Tagesschau darüber berichtet, dass Twitter einen Edit-Button ausprobiert. Ja, das ist ja noch nicht mal wirklich neu. Aber, Joggle, du greifst schon wieder vor. Ja, das steht tatsächlich in meinen Notizen für heute. Das Geld ausgeben ist nicht das Problem. Das Geld haben aber schon. Ja, gut, ja, ja, je nachdem. Ja, ja, ja. Das ist richtig. Wobei, Geld ausgeben macht dich kreditwürdiger. Kann man jetzt halten davon, was man will, aber so ist es halt. Also, hast du eine Kreditkarte, bist du auch automatisch kreditwürdiger als jemand ohne. Warum auch immer. Ganz egal, was da drüber an Umsätzen läuft oder so, aber. Ja, muss man nicht verstehen. Muss man nicht unbedingt verstehen. Was uns stehen, hatte gestern Spekulatius. Spekulatius, ich bin halt überhaupt kein Fan von so Weihnachtsgedöns und was weiß ich. Ich kriege auch immer so Schokonikoläuse und so geschenkt oder Schoko-Osterhasen oder so ein Blödsinn. Ich glaube, mein Rekord war, dass so ein Schokonikolaus nach fünf Jahren, die er hier rumstand, endlich mal in Müll gewandert ist. Weil ich esse es halt nicht. Ach man. Spekulatius ist tatsächlich auch nicht so ganz meins. Über Stollen lässt sich reden, das ist lecker, aber nur ohne Rosinen. Aber ansonsten, ja, nee, es ist, aber gut, ich gehe ja auch nicht unbedingt einkaufen. Das mache ich ja tatsächlich auch nur dann, wenn es wirklich sein muss. Im Normalfall lasse ich ja, lasse ich mir den Scheiß ja liefern. Da komme ich gar nicht in Versuchung, irgendwie Blödsinn mitzunehmen oder so. Das, ja. Ach, ja, schön. Sehr schön. Aber es wundert mich halt auch nicht, ne. Ja, es sind halt nur noch... Es sind weniger als drei Monate, oder? Nein. Ich glaube, nee, es sind weniger als... Es ist... Es sind noch mehr als drei Monate. Es sind drei Monate und 23 Tage bis Weihnachten. Schokoliebkuchen. Die sind geil. Dominosteine. Das ist, äh... Ja. Das ist, das ist mein süßes Laster zu Weihnachten. Ich liebe diese dämlichen Dominosteine. Und ich weiß, das ist gar nicht mal unbedingt so ein... Also so wirklich so ein Weihnachtsding, aber... Ja. Nee. Die sind halt geilo. Die sind einfach nur viel zu süß, aber halt irgendwie auch viel zu lecker. Und, äh... Ja. Davon kannst du nicht mehr als zwei essen, sonst wird dir schlecht. Ja, ich esse da schon gerne auch dann mal mehr davon, aber das Resultat ist dann das gleiche, weil ich... Das ist im Normalfall so ein Ding, so hätte man nicht unbedingt tun sollen. Wusstest du doch, dass da ein Hund unterm Tisch wohnt? Genau hier, unter diesem Monitor, also quasi unter euch, sitzt gerade Sammy. Na, was ist los? Jetzt guckst du mich mit ganz großen Augen an. Und schaut auch ganz verdutztes Mikro an. Ja, nee. Es gibt nicht Leckerlis, wenn du meinst, dass es die gibt. Mm-mm. So machen wir das nicht. Nee, nee, einfordern ist nicht. Mm-mm. Ja, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, Tüte. Marzipan ist der Shit überhaupt. Ja, Marzipan ist lecker. Vor allem ist das Original Lübecker Marzipan ist so gut. Es ist so gut. Macht sich übrigens auch hervorragend im Cappuccino oder so. Also so Cappuccino mit Marzipan-Aroma ist saugeil. Ist richtig gut. Das ist tatsächlich richtig gut. Holy Shit. Nougat Baumstämme? Da weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst. Warte. Nougat Baumstämme. Ist ja bestenfalls nur eine Google-Suche weg. Ach, die Dinger. Ah, die Teile. Glaube ich, habe ich mir noch nie selbst gekauft oder so. Irgendwo vielleicht mal gefunden. Oder abgegriffen, aber selber noch nicht gekauft. Nicht, dass ich wüsste. Ja gut, es gibt schon geiles Zeug. Genauso wie... Was ist denn auch so mega gut? War das Eiskonfekt? Ja, Eiskonfekt ist auch so geil und einfach viel zu süß, aber... Eiskonfekt findest du schon wieder pervers eklig. Dann hast du noch nie die Haferkekse von Ikea gegessen. Holy Shit. Die Dinger. Du denkst, du gehst zum Ikea, die haben ja immer so einen Supermarkt, so einen schwedischen Supermarkt. Gibt sehr, sehr geiles Zeug da. Und dann siehst du da so eine Box, also relativ groß tatsächlich, mit Haferkeksen. Und denkst dir so, ja okay, kannst du mal mitnehmen. Schaut nicht auf die Zutatenliste, weil es sind glaube ich 80% Zucker. Der Rest ist dann ein bisschen Hafer. Aber die sind so gut. Da isst du halt einen davon und hast deinen Zuckerbedarf ab für die ganze Woche gedeckt. Aber holy shit. Ich liebe diese Dinger. Und dann gibt es die auch noch mit Schokolade. So Schokoladendingern überträufelt, mehr oder weniger. Die sind mega gut. Und by the way, falls ihr Chips mögt oder so, geht auch mal zu Ikea in diesen Supermarkt. Die haben nämlich auch andere Chipssorten, als man sie so aus dem Supermarkt kennt. Auch sehr zu empfehlen. Da sind auch sehr leckere Sachen dabei. Sehr, sehr leckere Sachen. Was ist lecker? Die Haferkekse von Ikea. Auch die mit Schokolade. Oder gerade die mit Schokolade. Die sind einfach insane süß. Aber auch insane lecker. Ja, keine Ahnung. Da wäre sogar ich zu so einem Schleckermaul. Und das, obwohl ich eigentlich nicht der Typ bin, der so unglaublich gerne Süßigkeiten isst. Heute hat auch schon jemand gemeint, dass man will mich irgendwie mit Süßigkeiten. Süßen Pfannkuchen oder so ködern. Dann habe ich gesagt, ne. Gib mir Pfannkuchen mit Speck. Dann bin ich dabei. Aber ja. Haferkekse generell sind schon geil. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Die heutige Talkrunde ist über dieses Artikel, die Gustav Gusto nicht kennt, weil er ein Schweizer Lappen ist. Ja, aber auch Schweizer Lappen haben die Möglichkeit, in einen Ikea zu laufen. Ich vermute mal, das Sortiment ist bei euch ähnlich. Sehr ähnlich. Also Gustav, Aufgabe, laufe in einen Ikea, besuche den Supermarkt und kauf dir da Köstlichkeiten. Und dann kannst du das nächste Mal mitreden. Lass dich inspirieren. Was ist denn das für ein komisches... Ach so. Ja, okay. Ich dachte mir gerade, was ist denn das für ein komisches Störgeräusch, das ich gerade auf dem Ohr habe. Ja, es ist nur ein Zug. Ein sehr lauter Zug. Du bist mehr die Butterkeksfrau. Also sowas wie die Leibniz-Kekse und so. Ja, ne, ne. Kann man machen. Nicht ganz so meins. Tatsächlich. Schmecken aber in Kuchen sehr geil. Ich hatte mal irgendwann einen Kuchen, der Butterkekse mit drin hatte. Das war lecker. Das war tatsächlich sehr lecker. Aber wenn du die da reinpackst, kannst du dir halt wahrscheinlich auch die Butter sparen im Kuchen. Weil... Hast ja Butterkekse. Ja. Schön, schön. Das, äh, ja. Ikeas und du sind nicht so gut befreundet. Die sind zu groß und zu lang und du gehst dann nur für Hotdogs rein. Ja, aber neben den Hotdogs ist der Supermarkt. In allen Ikeas, die ich bisher gesehen habe. Das heißt, du musst nur drei Meter weiter laufen. Meistens ist, also so wie ich es kenne, hier ist der Hotdog-Stand. Direkt daneben ist die Kasse vom Supermarkt und dann ist der da. Und wenn du noch weiter dahinter gehen würdest, wäre da die Abhol, äh, der Abholbereich, wo du dein, ja, Zeug auf deine Karren laden kannst, damit du die zum Auto transportieren kannst. Also von dem her. Dann gehst du das nächste Mal hin, kaufst dir ein Hotdog und dann schlenderst du nach dem Hotdog nochmal drei Meter weiter. Und biegst dann ab. Das, äh, ich finde das klingt nach einem guten Plan, Gustav. Definitiv ein guter Plan. Ja, ja, doch, doch. Sehr guter Plan. So. Jetzt musst du noch 30 Minuten Autobahn fahren, damit du Reden mitreden kannst. Ja, du musst es nicht jetzt machen. Der Ikea läuft im Normalfall nicht weg. Die sind ein bisschen größer. Butterkekse sind ideal beim Zocken, keine Fettfinger. Gut, als jemand, der eigentlich nie irgendwie, ähm, irgendwas groß nascht während dem Zocken, kann ich da jetzt tatsächlich nicht unbedingt mitreden. Aber, ja, doch. Ja, stimmt eigentlich. Ich hab grad überlegt, ob diese Tuck-Cracker oder so möglicherweise eine Alternative wären, aber nee. Die sind möglicherweise mit Salz überzogen. Dann hast du zwar keine Fettfinger, aber Salzfinger. Auch nicht so geil. Ja gut, kannst du tun und lassen, was du willst, ne? Irgendwas ist doch immer. So. Gut. Leute. Leute, 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 Leute. Ich hab vorhin schon mal einen ganz kurzen, zensierten Screenshot geteilt. Ähm. Weil ich würde ganz gern so ein bisschen was Neues ausprobieren, neben der Talk-Runde. Ähm. Ich hatte es, glaube ich, letzte Woche schon mal erzählt, dass ich jetzt auf Twitter immer einmal die Woche so die heißesten Indie-Game-Releases raussuche. Pro Woche. Und, äh, ich glaube, ich zeige euch die einfach mal ganz kurz. Ähm. Wie ich die ermittle, verrate ich nicht. Da stehen aber Zahlen dahinter, die mir verraten, dass es ein heißes Release ist. Ähm. Ja, ich hab noch keine Ahnung tatsächlich, was das für, für, für Spiele ist. Oder was heißt, ich hab keine Ahnung, was das für Spiele sind. Doch, ich, ich, ich recherchiere schon ein kleines bisschen dafür. Ein kleines bisschen. Und, äh, ich, ich, ich glaube, ich zeige euch jetzt einfach mal kurz Trailer. Ich glaube, das ist fast am einfachsten. So, ich mach jetzt hier mal ganz kurz aus. Ich mach mal hier diesen hier. So, und dann kann man den da wahrscheinlich auch noch einmal groß machen. Das sollte gehen. Jawohl. Ist das nicht der Original-YouTube-Player? Das ist ja wild. Das ist ja sehr wild. Warum ist das nicht der Original-YouTube-Player? Ah. Ah, oh nein. Das ist, äh, das ist ganz merkwürdige Sachen. SteamDB? Nein. SteamDB wäre halt nur auf Steam, ähm, auf Steam begrenzt. Und es gibt möglicherweise auch Spiele, die nicht auf Steam veröffentlicht werden. Ich weiß, das klingt komisch, aber so ist es. Äh, ja. Das erste Spiel ist Orcs. Ähm, also quasi so, wie man die Typen kennt, nur mit einem X am Ende. Ähm. Ähm. Die Sache, äh, oder was ist das für ein Game? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm. Es ist so eine Art Tower-Defense. Könnte man sagen. Ein bisschen wilder als reines Tower-Defense. Sah ganz cool aus. Glaube ich. Doch. Sah definitiv cool aus. Viel Chaos. Ach, ja, genau. Es war Tower-Defense mit, äh, mit, mit Karten. Richtig. Das hatte ein Kartensystem. Das war's. Oh mein Gott. Ich bin so gut vorbereitet. Hahaha. Mein Kopfhörer verdreht sich. Ach, Mann. Hm. Und das sieht schon, also... Wenn man sowas mag, glaube ich, kann das cool sein. Das kam am Dienstag raus. Na toll. Jetzt seht ihr auch, wo ich meine Infos her habe. Ja, toll. Gut. Hahaha. Auch schön. Dürft ihr bei Indie-Releases gegebenenfalls was ergänzen, was eurer Meinung nach erwähnenswert ist? Ja klar, natürlich. Natürlich. Weil, nur weil ich jetzt hier irgendwie zahlenbasiert das Ganze raussuche, heißt das ja nicht, dass das, äh, genau das ist, worauf die Welt wartet. Oder ihr wartet, ne? Das ist, äh, das ist, äh, das ist, ja, das eine. So, wie gesagt, äh, das war Orcs. Ähm, gibt's auf, keine Ahnung, allen Systemen. Das sind halt wirklich alle. Inklusive Android. Und Mac. Und iOS. Könnt ihr also wirklich überall finden. Ähm, Orcs machst du immer, wenn du rülpsen musst. Ich hab nicht die leiseste Ahnung, was ich da mache. Also außer rülpsen. Hahaha. Ob man das in irgendein Wort übersetzen könnte. I don't know. So, ähm, nicht sicher. Äh, ja, aber auf jeden Fall, das kam am Dienstag raus. Ähm, dann Tinykin. Glaube ich, sollte jedem hier ein Begriff sein. Wir hatten mal im Februar, glaube ich, war das, die Demo davon gespielt. Und, äh, ich glaube, ich zeig euch, I don't know, welchen Trailer ich zeigen will. Wir nehmen einfach mal, wir nehmen einfach mal diesen hier. So. Und das ist halt großartig. Tinykin ist einfach nur großartig. Wir werden das auch nachher, äh, anspielen. Oder was heißt anspielen? Damit anfangen. Weil allein die Demo hat schon so viel Spaß gemacht. Ja, das sind Spielszenen dabei. Sehr schön. Ich freue mich viel zu sehr auf dieses Spiel, ne? Viel zu sehr. Es gibt doch bestimmt wieder eine fette Spinne als Boss. Es gibt keine Bosse, soweit ich weiß. Ähm, also zumindest gab es in der Demo keinen oder keinen, an den ich mich jetzt erinnern könnte. Sagen wir es mal so. Äh, aber ja, das kam auch am Dienstag raus. Ich, ich freue mich unglaublich, dieses Spiel zu spielen. Ähm, wie gesagt, die Demo war einfach nur großartig. Ähm, also richtig, richtig, richtig gut. Und, äh, euch hat's auch gefallen. Zumindest war das so mein Fazit damals. Und deswegen dachte ich mir so, muah, ja. Ja, kann man, kann man definitiv mitnehmen. Äh, genau. Kleine Dinger suchen und, äh, damit sein Ziel verfolgen, wieder in Normalgröße zurückzukommen. Und in seine eigene Welt zurück. Ne? Weil offensichtlich sind wir normalerweise nicht so klein, dass wir in eine Gitarre laufen können. So. Dann, Immortality. Äh, das ist eine Sache, die hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Ähm, das ist eine Art, äh, ja, interaktiver Film, glaube ich. Äh, scheint wahnsinnig, ähm, anzukommen. Ähm, glaube ich, ist es mehr so, ja, es ist, äh, ein Visual Novel. Also nicht unbedingt mein Genre, aber für die Leute, die sowas interessiert, ähm, ist das wahrscheinlich doch den einen oder anderen Blick wert. Es scheint unglaublich gute Ratings zu haben. Und gibt's auch auf den wichtigsten Systemen. Naja, gut, PC und Xbox. PlayStation und Switch sind außen vor. So, sowas in der Richtung. So, gucken wir mal. Was haben wir hier? Das ist der Reveal Trailer. Ja, schauen wir uns den, den kurz an. Hallöchen Apfelsaft. Now, Marvelous Magic will turn the next 60 seconds into a commercial. To our star, our gorgeous, la bellissima Marissa Marcel. Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Der magische Enhance. Sehr gut. Give us a turn. It's not what you think he is. Are we playing? Is she okay? Now you can proposition me. So viel zu Immortality. So rum. Wie gesagt, nicht unbedingt ganz mein Genre. Sieht aber spannend aus. Sieht sehr spannend aus. Und, äh, was für einen Trick, wenn ich fragen darf. Es ist ein bisschen dubios, reinzukommen und, äh, du hast immerhin Hallo gesagt und dann sofort darfst du mir einen Trick zeigen. I don't know. Ich bin da jetzt, äh, etwas vorsichtig, was das angeht. Du wirst eine Webseite verschwinden lassen. Hm, okay. Spannend. Okay. Ich darf dir sagen, welche. Ja, nee. Nee, nee, lass mal. Lass mal. Das Web ist in Ordnung, so wie es ist. Da müssen keine Webseiten verschwinden. So. Nächster Trailer. Äh. Microworks. Kenne ich Hetzner? Ich bin Webentwickler. Natürlich kenne ich Hetzner. Ganz klare Sache. Jetzt werde ich gleich gehackt. Ja, das halte ich für eher unwahrscheinlich. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Also von dem her. Um Twitter wäre es nicht schade. Oh, doch. Hallöchen. Anni, Mario, beide? Fragezeichen? Wenn Twitter verschwindet, dann bin ich, dann, 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 das ist ja fast so schlimm wie Offline. Dann kann ich ja schnell auf Hetzner gehen und du lässt sie kurz verschwinden. Hm, nein. Nein. Nee, das machen wir nicht. So, weiter im Programm. Das nächste Spiel, ähm, das ich diese Woche angekündigt hatte, wäre tatsächlich ein, äh, ein, 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 ich weiß nicht, was es genau für ein Genre ist. Ich hab's nicht, äh, ich hab's dann rausgenommen. Warum ist es nicht Microworks? Dazu sag ich gleich noch was. Äh, das vierte Spiel auf meiner Liste hat sich nämlich dann rausgestellt, dass es ein NFT-Game ist. Und, äh, so spannend ich Blockchain und Krypto, et cetera, als Technologie finde und, äh, auch die Möglichkeiten, die sich damit bieten, so sehr bin ich gegen NFTs und deswegen gab's dann da auch keinen, keinen Einzelpost dazu. Und, äh, deswegen werde ich's euch jetzt hier auch nicht präsentieren. Weil, in meinen Augen, nein. NFTs haben im Spiel nichts zu suchen. Das, äh, ist eine Sache, die muss nicht sein. Deswegen, Microworks kommt morgen raus. Das ist noch, äh, ganz neu. Und das ist ein Online-Party-Game. Glaube ich, gibt's nur auf Steam. Ähm, ja, also hier steht nur Steam. Das heißt nicht, dass es nur das da, äh, dass es das nur da gibt. Möglicherweise fehlen hier auch noch ein, zwei Daten. Ähm. Ähm, so. Und jetzt, äh, ne, einmal ganz kurz. Ich weiß nicht, was, was schicke ich euch, was zeige ich euch denn? Den Teaser. Ähm. Oder? Ja, ist ein Partyspiel. Ist ein wildes Ding, glaube ich. Sehr wild. Aber cool. Sehr cool. Hi, Snowy. Hallöchen. Drücker 5. Nein. Ich ziehe jetzt hier gerade mein Programm durch. Und entweder du hörst jetzt auf, mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise damit zu nerven. Oder du integrierst dich hier mit in den Chat. So richtig. Letzte Warnung und einzige Warnung. Man hat da gar nicht so wahnsinnig viel gesehen. Hahaha. Gut, der Teaser war jetzt irgendwie nicht so viel sagend, wie ich erhofft hatte. Ähm, lasst uns noch mal, lasst uns noch mal ganz kurz den Gameplay-Trailer angucken. Ich glaube, der sagt ein bisschen mehr. So. Wildes Ding. Hahaha. Ähm. Kann man auf jeden Fall mit einigen Leuten zusammenspielen. Und es erinnert mich an irgendwie so ein bisschen an eines der letzten Mario-Spiele. Oh. Bye. Der Trailer zeigt auf jeden Fall deutlich mehr, was dieses Spiel ausmacht. Und ich hab das Gefühl, das kann sehr, sehr witzig werden. Hahaha. Sehr, sehr witzig. Und Hallöchen, Hallogen. Bin sofort für euch da. Und Hallöchen, Ivo. So. Das ist Microworks. Also wenn ihr mal quasi ein, ein Partyspiel sucht im Sinne von Mario, aber nicht unbedingt auf der Switch, dann glaube ich, habe ich da was für euch. Ne? So. Jetzt. Hallöchen, Hallogen. Dankeschön für den Race. Hallöchen, Ivo. Das habe ich auch noch nicht gesagt. Und ja, wer meine Leute hier beleidigt, die Leute, die hier da sind, dann kannst du auch dich ganz getrost einfach mal verpissen. Ne? Das will ich hier nicht sehen. Und ich lasse mir auch nicht sagen, was Farse ist. Also, nee. Gut. Ja, das war das. Ne? Das waren die vier Indie-Games, die ich diese Woche rausgesucht hatte, die rauskommen und spannend ausgucken. Wie gesagt, Orcs, ein Tower-Defense-Game. Dann Tinykin, das, was wir nachher spielen, so im Stile von Pikmin. Immortality, ein sehr interaktiver Film und Microworks, was ein sehr, sehr cooles Party-Game ist. So. Aber jetzt. Hi. Hallogen. Hallöchen. Was gab es denn bei euch? Oh mein Gott. Du verdienst dir als erstes Mal einen Shoutout. So, was haben wir denn da? Was habt ihr Hübsches gemacht? Was, was gab es bei euch? Und was gibt es bei mir wieder Wildes? Ja, bei uns gibt es heute noch jetzt ein paar Ankündigungen, ein paar, äh, ein paar andere, anderweitige News, etc. Ähm, und dann spielen wir An Airport for Aliens Currently Run by Dogs. Und nein, ich musste den Titel gerade nicht ablesen, ne? Und danach, wenn das fertig ist, Teinigen. Auf jeden Fall Teinigen. Definitiv Teinigen. Äh, Teinigen, genau. da, 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 So. Was? Wäre ich im Paradies gewesen, hätten wir das Problem mit der Sündenfrucht nie gehabt? Was? Warum? Bitte was? Bioshock 2 und Bioshock davor. Oh, nice. Schon oft gesehen noch nie selbst gespielt tatsächlich. Ähm, das ist irgendwie noch so ein bisschen, so ein bisschen auf meinem, äh, auf meinem Pile of Shame, der nicht existiert, weil ich es noch nicht mal gekauft habe. Aber, ist eigentlich eine Sache, die ich ja schon ewig lang nachholen wollte. U-Blitz, äh, ist heute noch erschienen, ein Farming-Spiel mit süßen Wesen und Dance-Battles. Ja, lass, lass mich mal kurz gucken. Ich hatte den, den Tab von U-Blitz nämlich offen. Ähm, aber irgendwas hat dagegen gesprochen, dass ich das in meine Liste aufnehme. Ja, die Tatsache, dass es schon seit 15. Juli 2020 raus ist. Das ist schon eine Weile draußen. Das kam nur heute für die Switch. Ähm, ah, deswegen, ja, 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 das war's, das war's. Das gibt's tatsächlich schon seit zwei Jahren. Aber seit heute auf der Switch. Ähm, ja, sie sieht auch ganz witzig aus, tatsächlich, muss ich, muss ich zugeben, sie sieht tatsächlich auch ganz witzig aus. Und Hallöchen Chunky, hi, Hallöchen, Hallöchen. Welches Spiel sagt mir meistens zu Tinykin? Tinykin, ja, ja, absolut, absolut. Ähm, wir hatten die, die Demo und das, äh, ja. Heute ist 1.0 Release und für die Switch, ja, aber das heißt, dann war's, dann war's halt zwei Jahre lang im Early Access. Das ist ja trotzdem ein Release. Early Access ist ja trotzdem Release, ne? Es ist ein Soft Release, aber es ist ein Release. Aber kann man sich auch auf jeden Fall angucken. Auf jeden Fall. Warte, äh, das hab ich den Tab gerade wieder zugemacht. Wir können uns den Trailer dazu auch noch mal ganz kurz angucken. Auf jeden Fall. Äh, ja, welchen nehmen wir denn? Gameplay Trailer? 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 Early Access Trailer? Trailer? Dann nehmen wir mal kurz hier Trailer. Also, Early Access ist ja tatsächlich ein Game Release, ne? Auch nach allen Regeln, die es da irgendwie gibt, etc. Es ist halt ein Soft Release, weil es ist klar, dass das Ganze noch weiterentwickelt wird. Es ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Public Beta oder sowas in der Richtung. Achso, Apfel abschießen und so. Habe ich das gesagt? Habe ich was, habe ich was vom Apfel? Habe ich, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Je nach Game macht es einen Riesenunterschied, ob Early Access oder richtiger Release. Das ist richtig, das ist richtig. Das ist absolut korrekt, ja. Ähm, genau. Aber, dann schauen wir uns auch noch ganz kurz U-Blitz an. Momorant. Dann wechsle ich noch mal hier rüber. So. Achso. Meine Musik aus. Stimmt, das ist mir in letzter Zeit auch öfter mal untergekommen, ja. Hahahaha. Das ist ein völlig wilder Schorchelmix. Ein Farming-Simulator mitsamt Pokémon und Kartenspiel. Ja, wild. Hahahaha. Sehr wild, ja. Sehr wild. Stimmt, du hattest mir das auf, auf, auf Twitter geschickt. Nicht wahr, Jogglewild? Ich meine, da war was. Ich meine, da war was. Hm. Aber ja, ne, falls ihr auf so einen, äh, interessanten Genre-Mischmach steht, dann, äh, ist das jetzt wohl offen, äh, offensichtlich im Full-Release draußen und auch endlich auf der Switch. Sieht lustig aus. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ich habe allerdings so das Gefühl, dass das so ein Ewigkeitsding ist. Also, du fängst an und bist in vier Jahren noch nicht durch damit. Du feierst es einfach so sehr. Ja, ja, ne, ich meine, da war was, Jogglewild. Ich meine, da war was. Ähm, war es gerade kurz auf K. Hast du nicht alles mitbekommen? Kurz zu einem Spiel, äh, kam zwar schon vor über einer Woche raus, aber habe ich schon mal was von Eilets gehört? Natürlich habe ich da schon was von gehört. Das ist, das ist, ja, natürlich habe ich das gehört. Ja, klar. Das war, glaube ich, auch in meinen, äh, lass mich nachschauen. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, also mal gucken. Das waren die Ankündigungen dieser Woche. Nope. Ähm, ich sollte einen Hashtag dafür finden, ähm, den ich nutze, um diese Posts zu markieren, weil ich suche mich gerade jetzt dumm und dämlich auf meinem Twitter-Profil. Ja, war tatsächlich letzte Woche auch in meinen, äh, in meiner, in meiner Release-Übersicht drin. äh, 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 Eilets habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, ja. Es ist, äh, ein sehr, sehr cooles Ding. Ähm, steht auch auf meiner Wunschliste und ist ein sehr, sehr, sehr potenzieller Stream-Kandidat. Ähm, muss ich tatsächlich auch so dazu sagen. Ähm, so, gut, dann wären wir mit Programm Punkt 1 durch. Dann habe ich noch ein paar andere Themen. Da sind wir aber, glaube ich, relativ schnell durch. Äh, das eine richtet sich an die Streamer unter euch. Äh, falls ihr OBS nutzt, ähm, könnte es sein, dass euch das in den nächsten Tagen ein Update vorschlägt auf Version 28. Falls ihr Plugins nutzt, schaut bitte zuvor, dass die auch aktualisiert wurden. Weil ansonsten wird es euch alles zerschießen. OBS 28 hat das, äh, Framework für die UI verändert. Also aktualisiert, etc. Äh, beispielsweise ist auch der 32-Bit-Support von OBS jetzt endgültig weg. Und, äh, so ziemlich jedes Plugin nutzt natürlich auch, äh, dieses UI-Framework, um seine Sachen drin anzuzeigen. Also, ne, deswegen wartet lieber noch ein bisschen, bevor ihr das Update macht und schaut auf jeden Fall für alle Plugins, ähm, dass die auch aktualisiert wurden. Also, nutzt ihr Plugins von Acceldro, ähm, was wahrscheinlich die meisten machen, dann, äh, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die schon aktualisiert wurden. Das habe ich vorhin irgendwo schon mal auf Twitter kurz gelesen. Aber alles andere kann auch ein bisschen dauern. Kann auch ein bisschen dauern. Danke für die Info. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Genau, dann, Jokobl hatte das vorhin schon mal ganz kurz, äh, angekünd... äh, oder, äh, ja, ähm, angerissen. Twitter testet eine Bearbeitungsfunktion. Es gibt Twitter seit definitiv über 15 Jahren. Und man kann Tweets nicht editieren, wie zum Beispiel in Discord oder sowas in der Richtung. Oh, du hast dich vertippt? Gut, tippe ich einmal kurz nochmal drauf, bearbeiten, zack, bumm, nochmal abschicken, fertig. Die testen das gerade. Das war 15 Jahre lang oder so ein Meme. Das war einfach nur ein Meme. Und jetzt berichtet offensichtlich auch die Tagesschau darüber, dass... das geschieht. Und das ist momentan in einem Test. Und, äh, ja. Gucken wir mal, wann das kommt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch, weil auch ich habe schon diverse Tweets abgeschickt, gelöscht, nochmal abgeschickt, weil ich mich einfach verschrieben hatte. Es ist super nervig. Das ist von vielen gehört wegen dem OBS-Update, dass sie erstmal abgekotzt haben. Ja, weil sich die Leute nicht informieren. Sie lesen keine Change-Logs. Also, ich habe da kein Mitleid. Absolut nicht, was das angeht, weil, wenn die Leute das nicht lesen, sondern einfach nur blind auf Aktualisieren drücken, dann... Ja, nee, sollte man nicht tun. Vorher mal kurz gucken, ob vielleicht in den Change-Logs oder so, in den Update-Notizen irgendwas drinsteht, was möglicherweise ein Update noch nicht so praktisch macht. Ne? Das ist, äh... Muss man vorsichtig sein ab und zu, ne? Deswegen gibt es zum Beispiel oder sehr wahrscheinlich bei OBS auch keine automatischen Updates, sondern nur den Hinweis, guck mal, das ist die neue Version, das und das hat sich geändert. Aber ja, so, genau, Twitter testet Bearbeitungsfunktionen. Nice. So, dann, Obacht, ich hatte es vorhin ganz kurz schon mal gesagt, das Thema NFTs und so weiter und so fort und, 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 Krypto und, äh, Blockchain, blablub. Ich habe da mal was angeteasert und irgendwann in naher Zukunft werde ich mir mal den lieben Gno schnappen, den, den guten Gnoratz, falls ihr den nicht kennt, der streamt auch hier auf Twitch, sagt wahrscheinlich eh den meisten was. Ähm, der ist jetzt auch endlich wieder, back, back in the game. Könnte man so sagen, nachdem er relativ lange nicht live war. Ähm, genau, und ich habe ihn mal dazu überredet, dass wir mal einfach so einen, so einen kleinen Talk zu Kryptowährungen machen. Ähm, Zuge einer Talkrunde. Also, seid gespannt. Datum steht noch nicht. Ich habe ihm einen Terminvorschlag geschickt, aber da kam noch nichts zurück, glaube ich. Ne, da kam noch nichts zurück. Also, das könnte spannend werden, aber wird wahrscheinlich irgendwann so in den nächsten, in der nahen Zukunft stattfinden. Ich will jetzt noch nicht konkret sagen, nächsten Wochen, aber nahe Zukunft. Dann, zweiter Teaser. Ich habe euch relativ lang schon davon erzählt, dass ich dran bin, ein Interview mit einem, äh, Indie-Dev aufzusetzen, äh, oder in die Wege zu leiten und ich habe einen Termin. Es ist der 30.9. Ende diesen Monats habe ich hier tatsächlich am anderen Ende dieses Mikros mehr oder weniger einen Indie-Entwickler sitzen und habe ganz, ganz, ganz viele Fragen. Also, ich habe wirklich viele Fragen. Der, der Fragebogen ist drei Seiten lang oder so. Ähm, so, jetzt werdet ihr euch fragen, wen hat er denn da? Wen, wen, wen hat er sich da rausgesucht? Tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, aber ganz am Anfang, kurz nochmal im Relaunch, der zweite Stream quasi war das. Als wir auch St. Hazels Hospital gespielt haben, hatten wir auch Cloud Escape gespielt und ich pausiere jetzt nochmal ganz kurz die Musik und, äh, ich wechsle auch nochmal ganz kurz die Szene und das ist dieses Spiel hier. Warte, hier ist Panik. Oh mein Gott. Das war vollkommen unbegründet. Vollkommen unbegründet. Das ist total wild, mich jetzt doppelt zu hören quasi. Also einmal live und einmal nicht live. Schön. Ja, dieses Spiel. Dieser Entwickler namens Sebastian Baum, deutscher Indie-Dev, Solo-Dev, wohlgemerkt. hat uns eine Todesrate von 1,5 pro Prozent. Ja, das... Ich hab mich tatsächlich verrechnet. Schönes Spiel. Ähm, sehr schönes Spiel. Das kriegt auch demnächst ein Update. Äh, das könnte ich euch eigentlich auch zeigen. Wartet mal. Lasst, lasst mich mal kurz den, den Trailer zum, zum Update suchen. Ähm, ja, ja, jetzt, äh, ja, obacht. So, YouTube. Ähm, das ist die falsche Playlist. Wo sind meine Abos? Es ist der falsche Kanal. Ach, Gott, Gott, Gott. Also, es ist ja furchtbar. Das ist das Problem, wenn man verschiedene, ähm, YouTube-Kanäle hat. Genau. So, da ist es nämlich. Wupp. Einmal kurz pausieren, einmal groß machen. Genau. Hi, Eol. Hallöchen. Der Klon wurde entsorgt. Jaja, der, der kann weg. Der kann weg. Genau. Ähm, nee, tatsächlich, äh, nächste Woche, genau, am fünften, kommt nämlich Update 2.0 für Cloud Escape raus. Und das sieht dann nämlich gänzlich anders aus. Ich zeige euch dazu mal ganz kurz den Trailer. Es kommt die neue Map. Und die wird sehr geil. Das ist die, die wir kennen. Und neu ist der Tower. Und ich habe die Devlogs dazu gesehen. Das wird Hölle, da hochzukommen. Das wird absolute Hölle, da hochzukommen. vor kurzem. νοü und da olur. es eh. Wie bei Getting Overheld, nur ohne Spitzhacke. Ja, eher wie bei Alte 4 und Konsorten. Eher sowas in der Richtung. Genau, das Update kommt am fünften, am fünften raus. Moment. Abbrechen. Das brauche ich jetzt nicht. So. Und leider schaffen wir es nicht zum fünften hin. Das wäre natürlich sehr, sehr cool, das direkt zum Release davon zu machen. Aber am 30.09. ist Andreas Baum, der Entwickler davon, hier tatsächlich live on stream. Sofern nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt, man weiß ja nie. Und wie gesagt, ich habe ganz, ganz viele Fragen und ihr dürft auch Fragen stellen. So ist es nicht. Das bleibt eine Talkrunde. Sprich, nur weil ich einen riesigen Fragenkatalog habe, heißt das nicht, dass ihr da nicht auch mitfragen dürft, ne? Genau. Sieht aus wie eine Mischung zwischen Banjo und Edgerunner. I don't know. Möglich? Das ist, äh, ja, nee, ich hätte tatsächlich eher in Richtung Dingens, ähm, ja, nee, so, so alte Vier, so klassische Rage Games halt. Getting Over It ist halt auch so ein richtig schönes Rage Game. Zumal einem das auch noch richtig schön unter die Nase reibt, wenn man runterfällt. Ich erinnere mich an stundenlange Versuche, diesen scheiß Berg zu erklimmen. Und dann sind wir irgendwann runtergefallen und dann habe halt ich den Rage-Quid gemacht. Ja. Du warst schon bei Little Nightmares am Limit, was Jump'n'Run-Skills angeht. Tatsächlich, bei mir ist es so, ich habe es mit 2D-Jump'n'Runs oder Plattformen oder so, habe ich persönlich mehr Schwierigkeiten als mit 3D. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist, da habe ich tatsächlich, das, äh, ja, 2D fällt mir schwerer. Little Nightmares. Weiß ich gar nicht, hat das so wahnsinnig viele Jump'n'Run-Passagen? Ja, es hat ein paar fiese Sachen, ja. Ja, ich meine, das ist so ein 2,5D eher in der Richtung. Ja, nee, stimmt, Little Nightmares hat aber auch ein paar fiese Stellen, muss man dazu sagen. Sehr cool, dass das geklappt hat. Oh ja, oh ja. Aber das ist ja auch tatsächlich Teil so des Konzepts hier. Ich will ja auch kleinen Indie-Entwicklern, vorzugsweise auch aus Deutschland, einfach hier auch so eine Plattform bieten. Das ist ja Teil des Konzepts von diesem Kanal. Also von dem her, ich freue mich sehr. Und, äh, mal gucken, wenn's, 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 wenn's richtig, richtig, richtig gut geht. Und das ist noch ein sehr, 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 sehr großer Konjunktiv an der Stelle. Ähm, habe ich möglicherweise schon einen zweiten Indie-Dev-Wander-Angel. Ähm, aber da steht tatsächlich noch gar nix, außer mein Vorschlag, dass ich, äh, dass es möglicherweise ein, 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 vielleicht ein Interview führen könnte. Mehr ist da noch nicht, leider. Mal gucken. Aber ja, in Zukunft hätte ich da auch gerne mehr Interviews, äh, in der Richtung. Aber schau mal, magst du Chicken Wings? Ist eine valide Frage. Ist es absolut eine valide Frage. Äh, 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 und apropos, äh, kleine, frische, deutsche Indie-Devs, ähm, oder aus der DACH-Region, besser gesagt. Ähm, es läuft momentan das hier, der Ubisoft Newcomer Award 2022. Die Einreichungsphase wurde jetzt heute spontan verlängert, auf 11. September. Äh, eigentlich wäre das gestern vorbei gewesen. Ähm, möglicherweise, ne, falls, falls jemand von euch Indie-Dev sein sollte oder jemanden kennt, der Indie-Dev ist und, äh, auch noch relativ frisch in dem ganzen Game mehr oder weniger unterwegs ist. Ähm, das gibt's. Äh, und was kann man da, glaube ich, gewinnen? Coachings und was weiß ich von Ubisoft, also wirklich auch von den Großen und so weiter und so fort. Das ist, äh, eine sehr, sehr coole Möglichkeit. Inklusive, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, einem Stand auf dem Indie-Arena-Boof nächstes Jahr auf der Gamescom. Ist nicht so übel. Also, ne, falls ihr da zufälligerweise jemanden kennt, ähm, das ist eine Sache, die existiert. Und, äh, da kann man sich möglicherweise, äh, ja, kann man sein Spiel möglicherweise drin einreichen. Sehr, sehr coole Sache. So, next. Ach ja, genau. Ich, ich erinnere mich, was das nächste in meiner Liste war. Holy shit, hab ich viel Zeug. Wir sind aber bald durch. Genau. Ich, ich hatte hier, ähm, diese Woche durch Zufall, äh, etwas gefunden. Oder was heißt durch Zufall? Es wurde so halb in meine, in meine Twitter-Timeline reingespült. Ähm, ne, es ist, ich glaube, ich hab's schon ein, zwei Mal gesagt. Ich bin kein Fan davon, ähm, oder kein Fan von, äh, Key-Sellern unter Umständen. Also sowas wie MMOGA oder Instant Gaming und so weiter und so fort, weil man bei denen nie weiß, wo die Keys herkommen. Die können vom Laster gefallen sein, die können geklaut werden und so weiter und so fort. Gerade vor Release eines Spiels werden die Entwickler gerne mal angeschrieben von sogenannten Reviewern, Kuratoren, Fake-Streamern, Content-Creatern und so weiter und so fort, damit die Keys abgreifen können, die die dann auf diese Plattformen stellen. Und das ist am Ende einfach, ja, äh, ein geklauter Key. Dann hätte man das Spiel auch rein theoretisch über Torrent oder so einfach runterladen können. Würde aufs Gleiche rauskommen. Und lustigerweise hat Ubisoft, die die auch, ne, den, den Entwicklerpreis da, äh, quasi mit unterstützen oder machen, äh, eine Liste von vertrauenswürdigen Stores auf ihrer Website, wo man mal gucken kann. So, unter anderem ist da drauf, Good Old Games logischerweise, Humble Bundle ist da mit drauf, Yandex wundert mich tatsächlich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, aber okay. Voidu ist da auch drauf, äh, kennen wahrscheinlich die wenigsten, ähm, kann man auch nutzen, macht auch ganz gute Angebote. Steam logischerweise und so weiter und so fort. Also es sind nicht alles nur deutsche oder nach Deutschland liefernde Läden, sag ich jetzt mal, aber da kann man mal gucken. Ich verstehe durchaus, wo der Reiz bei Key-Sellern ist und so weiter und so fort, aber ich, ich persönlich habe mich irgendwann mal dazu entschieden, die nicht zu unterstützen, sofern sie nicht irgendwie nachweisen können, woher die Keys kommen. Ähm, und, äh, ja, das ist eine sehr, sehr praktische Liste, äh, für alle die, die das im Watt gucken sollten. Ich packe euch die Links natürlich in die Beschreibung, ähm, dann könnt ihr da auch nochmal nachgucken. So. An sowas muss man ja denken, wenn man seine Worts auf YouTube hochlädt. Das ist, äh, sind, sind wilde Sachen. Sehr, sehr, sehr wilde Sachen. Ähm, genau. So. Und dann habe ich eine sehr, sehr traurige Nachricht für euch. Eine sehr, sehr traurige Nachricht. Zumindest für alle, die sich auf Sons of the Forest freuen. Weil, ne, den, den, den Nachfolger von, ähm, The Forest, das Survival-Game, das, äh, viele von euch sehr wahrscheinlich kennen, möglicherweise auch gespielt haben. Denn das wurde noch einmal verschoben. Es kommt nicht mehr dieses Jahr raus. Ich glaube, das, äh, letzte Release-Datum wäre irgendwie im Oktober oder November oder so gewesen. Schaffen sie nicht. Wollen sie nicht machen, um nochmal Feinschliff, äh, um dem Ganzen noch mal zu machen. Mal, ne, 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 ja, um nochmal eine Feinschliff-Runde zu machen. Und neues Release-Datum. Und so, wie sie es gelesen hat, auch das finale Release-Datum ist der 23. Februar 23. Also, ja, noch, noch ein gutes halbes Jahr. Sowas um den Dreh. Ne? Aber dann dürfte es auch endlich raus sein. Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. Eigentlich hätte es bald kommen sollen. Wir bleiben gespannt. Ja, 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 ja. Das, äh, Richtig. Das ist, äh, sehr schade, aber... Hey. Lieber bringen sie das Spiel in einem Status raus, mit dem sie selbst glücklich sind, als dass sie dann erstmal, ne, von, vor ungefiltertem Spieler-Feedback stehen. Und ungefiltertes Spieler-Feedback ist halt eher selten differenziert und zielrichtend, sondern meistens geht es so in Richtung, ey, ihr Assis, was habt ihr da schon wieder für einen Scheiß gemacht, ne? Ist alles kaputt, kann man nicht spielen. Was ein Scheißdreck. Gebt mir mein Geld wieder. Ja, das hilft halt dann auch niemandem. Aber gut. Dann, tatsächlich. Dann tatsächlich. Was auch noch ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Inmost erinnern könnt. Ähm, ich, ich such mal gerade, das, das war leider vor dem Relaunch, deswegen habe ich da jetzt kein, kein Video davon. Aber ich kann ja mal ganz kurz Inmost Trailer, das ist der Announcement Trailer, das ist der Launch Trailer. Ist eigentlich egal. Gucken wir uns den da kurz an. Ja. Da. Sound. Geh mal aus. Komm mal her. Hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses Spiel erinnert. Ups. Ich fahr mal die Maus da raus. Großartiges Game. Denk ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft dran zurück, weil es ein unglaublich schönes, ein unglaublich tragisches. Weil es ein trauriges Spiel ist. Ähm. Mit, wie man hört, einem wahnsinnig geilen Soundtrack. Und genau der ist jetzt auf allen Plattformen verfügbar. Spiel ist schon über zwei Jahre alt. Okay. Wow. Das ist älter, als ich dachte. Schöne Atmosphäre. Wenn mich tatsächlich inzwischen jemand fragt nach meinen Lieblingsspielen, steht Inmost sehr, sehr weit oben auf dieser Liste. Weil es ist relativ kurz. Lass mich gucken. Wir hatten das in einem Stream, glaube ich, durchgespielt. Und Spielzeit war gar nicht so lang. Äh. Inmost. Inmost. Ja, wir hatten 4,2 Stunden. Aber diese 4,2 Stunden waren vollgepackt an Emotionen und allem. Es ist unglaublich gut, dieses Spiel. Unglaublich gut. Und, äh, ja. Den Soundtrack kann man jetzt über Steam kaufen. Und ansonsten gibt's den quasi überall. Bei Spotify, bei YouTube Music, bei Apple Music wahrscheinlich und so weiter und so fort. Was genau steht nicht da, aber da steht, look for it in your favorite stores. Von dem her, ja. Und ich kann bestätigen, ich hab ihn neulich nochmal gehört zum, äh, zum Einschlafen tatsächlich. Ähm. Groß, großartige Musik. Großartige Musik. Genau. Das ist, äh, das. Und dann noch eine Sache. Äh, und das ist auch fast schon das letzte auf meiner Liste, auf meiner langen Liste hier. Hellpye gibt's seit heute, seit etwas mehr als zwei Stunden. Endlich auch auf der Switch. Ja. Für alle, die nicht mehr wissen, was Hellpye war. Das war... Dieses Spiel. Das ist da im Hintergrund. Das etwas obszönes Spiel, wo man die Zutaten für den Geburtstagskuchen von Satan sammeln muss. Ähm. Ja. Das gibt's seit heute auf der Switch, nachdem's da ja tatsächlich Stunden vorm Release, also vorm, vorm eigentlichen Release, äh, ein Hickhack gab mit, mit Nintendo und keine Ahnung was. Und irgendwas ging beim Switch-Release halt schief. Ja. Das, äh, gibt's jetzt da auch endlich zu kaufen. Wie gesagt, seit etwas mehr als zwei Stunden sollte das Ganze bereitstehen. Genau. So. Man sieht halt jetzt halt auch in dem, also, äh, das Bild ist halt jetzt echt wenig aussagekräftig gerade, ne? Das ist jetzt ein bisschen doof. Gut. Ähm. Ja. Aber gehen wir wieder hierhin zurück. Genau. Das war auch tatsächlich alles, was ich ansprechen wollte. Abgesehen von einer kleinen Stream-Vorschau. Morgen, ähm, haben wir als Talkrundenthema Lego und Co. Das ist relativ offen. Ich hab keine Ahnung, was ich dazu sagen will. Wahrscheinlich eher so, so ein bisschen Erfahrungsaustausch, etc. Ne? Was, was sind eure Erinnerungen an Lego und so weiter und so fort. Aber, naja, nicht jetzt antworten. Das ist, äh, das Thema für die Runde morgen. Und das Ganze dient quasi dem Spannungsbogen bis Samstag um 18 Uhr, wo wir dann den Lego-Langhals aufbauen. Inklusive Beleuchtungsset. Sprich, wir bauen ihn auf, wir bauen ihn auseinander, um Kabel zu verlegen und dann leuchtet er, nachdem er wieder aufgebaut ist. Völlig wild. Ähm, ja. Das wird lustig. Ich hab seit über 20 Jahren kein Lego mehr in der Hand gehabt. Und dann gleich ein Set mit 1222 Teilen oder so. Ja, das wird spannend. Aber, ähm, äh, jetzt ist, äh, Obacht, Obacht, Lego-Langhals-Beleuchtung. Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, das da hab ich gekauft, oder? Ne, das hab ich nicht gekauft. Welches der Beleuchtungsset war's denn? Dieses hier? Das da hab ich gekauft. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. So. Ähm, Moment. Hier. So wird das Ganze dann aussehen. Am Ende. Es wird leuchten. Und sich bewegen. Und das ist, äh... Ich hab keine Ahnung, ob wir das am Samstag schaffen. Ich hoffe mal. Aber das wird cool. Vor allem die Anleitung von Lego hab ich mir schon angeguckt. Die ist total klar. Das ist völlig super. Das ist richtig gut. Die Anleitung für die, für die Elektronik da drin, die ist, äh, die hab ich nicht verstanden. Das wird sich zeigen, ob das funktioniert. Ähm, ja. Das wird sich zeigen. Äh, ja. Genau. Das so als, als kleine Vorschau für die nächsten beiden Streams dann. Morgen und übermorgen. So, und jetzt... Habe ich einen Button gedrückt, der nicht funktioniert hat. Warum? Ach so, weil es auch der falsche Button war. Hahaha. Okay. Gut. Ja. Jetzt kümmern wir uns gleich um Hunde am Flughafen. Hahaha. Hellboy, hast du, äh, was bei mir wirklich gern gesehen? Hellboy ist auch großartig. Es ist so gut. Es ist so gut. Ich hoffe so sehr. Funfact am Rande. Wir hatten im ersten Stream, äh, auf der Insel, ähm, auf dieser schönen Karibikinsel, äh, so ein Quietsche-Entchen gefunden. Sowas in der Richtung. Und das Ding hätte ein Level gehabt. So ein Racing-Level tatsächlich. Man hätte dieses Quietsche-Entchen um ein Parcours leiten müssen. Haben sie leider rausgenommen. Ich hoffe so sehr, dass es irgendwann nochmal ein Update gibt, wo das möglicherweise nachgeliefert wird. Oder ein DLC oder sowas in der Richtung. Ne? Hm. Ja, genau. Das halt. Mhm. Ja, sehr gut. Genau. Äh, aber ansonsten bin ich jetzt tatsächlich mit meinem Labern erst mal durch. Man glaubt es kaum, aber ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und das heißt, ich starte jetzt einfach mal so ganz unauffällig hier so ein Spiel. Klingt jetzt komisch, aber es ist auch noch, es stehen noch zwei Spiele auf der Liste. So gesehen. Und wir haben nur noch vier Stunden. Ich hoffe mal, wir kommen in dem einen jetzt relativ gut durch. Ich drücke hier schon mal Continue. Und ihr seht ganz bewusst gerade noch nichts. Ich habe nicht vergessen, die Szene zu wechseln. Das kommt gleich. Das kommt gleich. So, lass mich mal hier, weil wir müssen Kategorie und so auch noch anpassen. Wir müssen die Kategorie und den Titel und so auch anpassen. Und dann, ja. So. Dann, äh, So. Äh, 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 das. Dann die Kategorie, äh, Airport, Aliens. Joa, das reicht. Das Tag kann weg. Das kann her. Das kommt rein. Das ist falsch geschrieben. Das kommt weg. Jetzt ist es rein. Jetzt habe ich einen Tag entfernt, das eigentlich drinbleiben hätte sollen. So, jetzt. Jetzt ist die Kategorie und so angepasst. Hervorragend. Was hast du da geklippt, Eol? Oh Gott. Ich glaube, ich gucke mir das nachher an. Ich gucke mir das, glaube ich, lieber mal nachher an. Ähm, genau. Ich lasse euch jetzt nämlich hier mal ganz kurz so, äh, hier stehen. Was das angeht. Ich mache ein ganzes kurzes Päuschen, ne. Ich habe euch schon mal auf den Flughafen buxiert. Und, ähm, genau. Dann könnt ihr jetzt den großen Hydranten huldigen, der da über dem Flughafen schwebt. Und wir sehen uns, äh, gleich wieder, ne. Und Jokobel, dankeschön für den Glück. So, ich mache Pause. Und wir sehen uns gleich, ne. Ich kriege doch gleich Game Sound, glaube ich. Ja doch, ihr kriegt jetzt Game Sound. Oder? Ja, doch, nein. Ich weiß nicht, ich bin nur entschieden. Ich mache einfach mal. Ja, es gibt Musik im Game Sound. Dann passt das. So, bis gleich. 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 Ich will da nichts sagen, aber ich habe da einen leichten Versatz zwischen der Mitte und dem linken Bereich gebaut. Oh, okay, okay. Ich bin gespannt, was das wird. Der Highscore liegt bei drei. No pressure. Und Highrapped, Hallöchen, Hallöchen. Also das linke könnte so ein Flughafenturm sein. Wie heißt denn der? Tower halt. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist Kunst. Ich weiß, ich sollte euch hier ein Malprogramm oder so bauen, damit ihr rummalen könnt. Weil in Tetris schafft ihr das immer sehr, sehr gut. Twitch Chat Draws oder sowas in der Richtung. Oder Paints. Wäre auch ganz cool, glaube ich. Oh, E.O. hat die Macht des Down genutzt. Oh mein Gott. Wenn ihr jetzt so ein kleines Einzelteilchen hättet, so ein kleines Cheat-Teilchen. Das wäre natürlich hervorragend. Das könntet ihr nämlich da irgendwo reinmogeln. Ha. Rapid und E.O. sind sich nicht einig. Und ausnahmsweise reagiert das Tetris mal sofort. So ein Rotz. Mhm. Das könnte ein übermäßiger Delfin sein. Also ein riesengroßer Delfin, der quasi gerade versucht, diesen Tower einzureißen, indem er einfach aus seinem bunten Regenbogenmeer springt. Und ich betreibe sowas wie, wie, äh, kennt ihr das, wenn ihr in Wolken irgendwelche Dinge erkennt? Ich erkenne das in Tetris mittlerweile. Ha. 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 So langsam wird's kritisch, vor allem mit dem Chat-Delay, ne? Hey Baylor, Hallöchen. Oh, ich wollte gerade sagen, ihr habt aufgegeben. Aber nein. Eol hat ein Lebenszeichen von sich gegeben. Er versucht, das Ganze noch zu retten. Jetzt balanciert der Delfin auch noch einen Ball auf der Schnauze. Der Turm steht in Flammen. Oh, jetzt glaube ich, äh, ja, 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 das ist, äh, schade, schade, hätte funktionieren können. Okay, gut, aber dann können wir auch direkt hier ins Spiel. Ich hab alles vergessen. Ich, 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 ich weiß, dass das hier der dritte Flughafen ist, den wir besuchen. Und ich glaube, wir sind einmal schon mal ganz kurz hier durchgelaufen. Äh, wie, wie waren das? Ach ja, genau, hier, so können wir unsere Items durchschalten. Wir haben jede Menge Geld geklaut. Das ist gut, wir haben auch noch ein Bett. Das ist, äh... Ah ja, stimmt, wir können auch in diesem Bett schlafen, um Zeit vergehen zu lassen. Da war was! Ich erinnere mich! Oh, den haben wir auch noch, den komischen Schädel. Was ist denn das hier? Ach, der Aktenkoffer. Dann eine... Ich bin nicht mehr sicher. Oh. Genau, und der Gitarre haben wir auch. Jawohl. Einen Tennisball haben wir. Blümchen. Ein Handy. Ein... Ein Kaffeebecher. Ein... Zauberstab. Was war das hier? Ich glaube, das war... Ich weiß nicht mehr, was das ist. Wir haben einen Grimoire. Einen Zauberstab der dunklen Künste quasi. Wir haben Klopapier. Und wir haben Hundefoto. Und ich meine, das ist unser... Reisepass. Ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher. Das, äh... Ihr. Kind schläft. Sehr schön. Sehr schön. Äh, was? Und leider hat ein Kumpel. Das ist Querensteiger vom MMA-Chainer zum Java-Programmierer. Der bastelt seit gut 18 Monaten an einem Schachspielmittel, weil er sieht jetzt mehr nach Lord of the Rings in 2D aus mit wechselnden Karten. Ein Herbie siegt, geht auf die nächste Karte, neue Schachspiele und so weiter. Man kennt sich halt gut, weil ihr euch im Sparring öfters quer durch die Halle gekloppt habt. Das verbindet. Ja gut, ja, ja. Ja, aber cool, das ist nice. Das ist nice. Du nennst es moderner. Was? Der Tower und der Flipper. Oh, auch nicht schlecht. Das sieht nach einem Spiel aus, was du so nie veröffentlichen würdest. Naja, das ganze Spiel, also der ganze Sinn des Spiels, das ist übrigens auch gar nicht mal so unerfolgreich, dieses Spiel, ist ja tatsächlich genau der, dass es halt so extrem weird ist. Tatsächlich funktioniert das Ganze auch hervorragend. Jetzt gucken wir mal. Das ist, ah ja, genau. Ich erinnere mich. Die Flughäfen, also diese intergalaktischen Flughäfen, auf denen wir sind, auf denen wir unsere kleine Love-Story spielen, wird von Hunden, oder wurde von Hunden übernommen. Und auf diesem Flughafen hier waren wir schon, nur seit wir das letzte Mal da waren, wurde der massiv erweitert. Mal gucken, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir hin müssen. Naja, schauen wir mal. Was sagst du denn? Achso, keine Ahnung. Warum? Was? Was habe ich jetzt? Achso. Was ist das? Das ist ein Regenschirm, mit dem wir in die Luft steigen können. Oh ja, ich erinnere mich. Oh ja. Das ist ein Regenschirm, Leute. So, wie spreche ich denn mit dir? Oh, Lenke-Maustaste. Sehr gut. Das Einzige, was versteht, wie ich ticke, ist der Regen. Er ist nass, merkwürdig produktiv und dreht sich nach unten in eine unglaublich, auf unglaublich schnelle Art und Weise. Oh. Oh. Der Regen. Die sind voll niedlich, die Hunde. Wildes Game. Sehr wild. Oh, sehr gut. Oh, guck mal. Wir können auch Dinge werfen. Das heißt, wir können theoretisch diesen wunderschönen Beachball... Achso, wir haben da mehrere davon. Ja, okay. Stimmt. Wir haben mehrere von diesen Bällen. Ah ja. Das ist, äh, ja. Oh ja, wir können auch Hunde steicheln. Obacht. 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 Oh. Passt auf. Ruff. Oh. Hat man jetzt nicht so gesehen, weil der einen Hut auf hat. Aber egal. Ähm... Ja. Ne, es ist, äh... Ich hab keine Ahnung mehr, wie lang das Spiel noch, äh... Ich hab allgemein keine Ahnung, wie lang das Spiel noch geht, aber schlussendlich müssten wir einfach nur unseren Flug erreichen und auf dem Weg dahin müssten wir halt die eine oder andere Aufgabe ledigen. So. Hallöchen, du Fußgänger-Elf. Achso, falsche Taste. Du willst also eine Apotheke aufsuchen für diesen, diesen... Oh. Für dieses merkwürdige Gefühl, das dich quasi in jedem wachen Moment, äh, verfolgt. Okay. Ja, verstehe. Verstehe. Und ich schau dich an, das könnte das nicht... Oh, wow. Ich... Dieser Hund unterstellt uns, als würden wir ihn so anschauen, als wüssten wir, dass nichts gegen sein komisches Gefühl hilft. Was nicht stimmt. Er mag uns deswegen nicht. Okay. Es ist in Ordnung. Okay. Da haben wir wieder einen Muscle Dog. Sehr schön. Per Buffstrian. Ganz... Ich hab schon wieder das Foto in der Hand. Das klingt dauernd falsch, ne? Das ist furchtbar. Ih, es sind so viele Spiele Eingabe quasi. Oder Aktion. Ne, wir müssen einfach links klicken. Ich bin hungrig. Aber ich vergesse, dass ich hungrig bin. Was dazu führt, dass ich sogar noch hungriger werde. Es ist ein furchtbarer Kreislauf. Das ist korrekt. Ich kenne diesen Kreislauf. Ich vergesse, dass ich Hunger habe. Dann vergesse ich zu essen, logischerweise. Dann habe ich irgendwann noch mehr Hunger. Und dann ist es halt ganz, ganz wild. So. Äh, ja. Wir brauchen einen... Wir brauchen ein Flugticket, bitteschön. Nicht wieder 50 und auch nicht 50.000. Das haben wir alle schon hinter uns. 50.000. Also gut, so viele waren es tatsächlich gar nicht. Aber viele, 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 viele Tickets, die da rumliegen am Schalter, sorgen nur dafür, dass das Spiel in irgendeiner Art und Weise fast nicht mehr spielbar ist, weil es dann auf drei FPS runtergeht. So. Hatten wir noch eine Wasserflasche? Lasst mal kurz gucken. Hatten wir eine Wasserflasche dabei? Äh, ich glaube eine Wasserflasche hatten wir tatsächlich nicht. Ja, Tatsache. Okay, dann nehmen wir mal ein bisschen Toilettenwasser mit. Hervorragend. So, ich überspringe mal die Shops, in denen wir schon waren. Das ist... Ah ja, genau. Das ist quasi der Apple Store. Korrekt. Blümchenladen, da waren wir schon. Hi, wer bist du? Oh, da bist du ja Ingenieur. Warte mal, mit dir haben wir schon gesprochen? Glaube ich. Ja, ja, mit dir haben wir über diese tolle Treppe hier philosophiert, oder? Ja. Ja, ja, stimmt. Stimmt, mit dir hatten wir schon das Vergnügen. Ich erinnere mich. Oh mein Gott, ich bin einfach instinktiv in die Richtung gelaufen, in der wir schon waren. Und die wir schon erkundet hatten. Was warst du? Du warst der neidische Hund. Ich weiß aber nicht mehr, was los ist. Da haben wir gespeichert. Du isst einfach immer, dann vergisst man auch den Hunger nicht. Ja, das ist an sich eine schlaue Sache. Das ist schon nicht doof. Ich such mal ganz kurz unser Ticket. Wo müssen wir eigentlich hin? Das sagt uns nämlich die Uhrzeit. Oh. Unser Ticket ist nicht gültig. Gut, das heißt, wir holen uns einfach ein neues später. Naja, okay. Wir sind offensichtlich zu langsam. Gut. Was ist denn das hier? Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, mit dem Laden hatten wir noch nichts zu tun. Warum? Oh, okay. Hi. Chad Shakespeare. Chad Meetspear ist das Achievement, das wir gerade bekommen haben. Willkommen. Lasse deine Augen über diesen, über diese, diese wahnsinnige, nein, über diese, äh. Ich habe keine Ahnung, was Bodacious bedeutet. Lasse deine Augen über diese unglaubliche Menge an, äh, Skateboards wandern und erzähle mir, wie ich dir helfen kann. Oh nein, wie ich dir zu helfen vermag. Entschuldigung, wir müssen gerade etwas hochgestochener reden, weil es ist Shakespeare. Es ist Shakespeare. Ich nehme mal eins, ne? Hussah! Oh, schön. Ein Skateboard für meinen fantastischen Freund. Bitte, äh, denk dran, äh, Knieschuh unterzutragen. Hm, hm, ich, ich wünsche dir nicht, dass du dir den Hintern verletzt. Ja, dass es in Ordnung so gibt. Oh. Das ist toll. Was passiert jetzt? Sind wir dadurch schneller? Ich, ich habe keine Ahnung. Bodacious ist großzügig. Ah, I see. I see. Genau, das kennen wir schon. Das ist die Kuh, die sich selbst aufgehängt hat, um den, äh, ja, um den Burgerladen zu eröffnen. Das ist in Ordnung. Genau, das haben wir auch schon. Wir haben unseren Reisepass. Dich kennen wir so gesehen auch schon. Dich auch. Ich bin nicht sicher, sind wir durch das Skateboard wirklich schneller oder nicht? Ähm, ach so. Ich wollte gerade sagen, was ist das hier? Aber das sind Toiletten, ja, da. Die kennen wir ja auch schon. Ai, 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 ai. Ähm, ja, genau. Du, haha, dich kennen wir auch. Du hast Schränke. Nein, stopp. Du hast die Schränke nicht. Die, die Schränke ziehen dich einfach magisch an und du kannst nichts dagegen tun. Ähm, und wir haben dir auch schon den Schrank abgenommen. Das ist auch voll in Ordnung. So, was ist das hier? Ach so, das ist ein Pilotenhund. Genau. Und hier wäre der Flug um 11.30 Uhr. Hier würden wir rein theoretisch unser Gate durchschreiten. Okay, dann lass mal kurz auf die andere Seite gehen. Wir brauchen eh ein neues Ticket. Weil geht nicht mehr. Geht nicht. Müsst immer noch immer überlegen, ob du, äh, was, ob Browser Game irgendwann mal das richtiges Spiel machst. Also jetzt mal abgesehen vom Aufwand. Was das natürlich bedeutet. So eine Codebase oder so zu überführen. Äh, außer ihr packt das Browser Game mehr oder weniger in den Electron Container oder was ähnliches. Und releast es dann direkt als, äh, fertiges Binary oder sowas in der Richtung. Ähm, was würde dagegen sprechen? Das sind die Nachwirkungen vom Urlaub, Anni. Das sind die Nachwirkungen vom Urlaub. Es ist furchtbar. Also, ich, äh, ja, ja. Es ist, wenn man gerade so da rauskommt und dann, ja, dann geht halt erstmal gar nichts die erste Woche. Aber viel Spaß beim Nickerchen. Ich hoffe, es eskaliert nicht zu sehr. Weil, sonst könnte das, äh, was den Nachtschlaf angeht, etwas schwierig werden. Ich spreche da leider aus Erfahrung. Meistens unfreiwillig, aber, äh, ja, leider habe ich da Erfahrung mit. Kein Urlaub mehr. Nee, das ist auch keine Lösung. Das ist auch keine Lösung. Definitiv nicht. Theoretisch wäre die Lösung ja, äh, rechtzeitig vor, ähm, bevor die Arbeit wieder beginnt, ähm, quasi eine Eingewöhnungswoche oder ein paar Eingewöhnungstage zu machen und seinen Rhythmus langsam anzupassen. Wie gut das funktioniert, ähm, wissen wir aber wahrscheinlich auch alle. Es ist halt nicht so, naja, sagen wir mal so, es funktioniert halt nicht so wirklich meistens. Also zumindest nicht bei mir. Auch wenn ich es mir noch so vornehme. Die Lösung wäre ein Sechser im Lotto. Nee, Lotto bringt zu wenig Geld. Lotto ist keine Lösung fürs Leben. Glaub mir, ich habe da mal recherchiert. Es gibt einen Grund, warum. Wenn ich, äh, wenn ich in irgendwie sowas investiere, dann, äh, es ist Eurocheckpot, weil mit 10 Millionen kann man Leben verbringen. Mit einer Million, ähm, da muss man schon gut sparsam sein. Das hilft jetzt nicht unbedingt auf, äh, sag ich mal, dabei nie wieder arbeiten zu müssen. Arbeiten zu wollen ist dann natürlich was anderes, ne, wenn man, äh, sich irgendwie quasi Beschäftigung sucht. Aber arbeiten zu müssen ist dann halt, äh, ja. Ach, ach, bist du niedlich. Oh, du bist ein hübscher Doggo. Oh. Hier sind so tolle Doggos drin. Es ist... Oh. Dich kennen wir. Mit dir haben wir auch schon gesprochen. Oh mein Gott. Wir waren hier überall schon. Wo ist denn unser Gate? 9 Uhr 20. Warte mal. Hier kann ich einfach so runter. Gut. Du würdest, äh, die Idee übernehmen und, äh, in der Programmiersprache bleiben, aber halt, äh, mehr als RPG-like machen, als es im Browser-Game aktuell ist. Das wäre, äh, in der Tat der, äh, in der Tat Aufwand. Ja, okay, klar. Okay, wenn du es nicht 1 zu 1 übernehmen willst, ja, dann ist natürlich, dann ist natürlich nochmal deutlich mehr zu tun. Das ist richtig. Okay, ja, verstehe, verstehe. Verstehe. Lotto geht auch hoch bis auf 30 Millionen, äh, und theoretisch ohne Grenze. Ja, 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 aber Lotto ist selten über, über den 10 Millionen, sage ich jetzt mal. Also, ich will jetzt nicht sagen, steckt alle euer Geld in Lotto oder sonst was, ne? Auf, auf gar keinen Fall. Glücksspiel ist, äh, das ist, das ist, nur wenn ihr Geld übrig habt. Genauso wie risikoreiche Anlageformen. Das ist genau das Gleiche. Ähm. Ähm. Ihr dürft das Geld halt nicht vermissen. Aber. Lotto ist meistens schon so, dass es sich halt zumindest in meinen Augen nicht lohnt. Weil wenn, dann will ich schon halt, also, wenn ich so einen Jackpot gewinne, dann will ich halt auch nie wieder arbeiten müssen. Das ist so eine Sache. Du musst dir sagen, eine Million ist mehr, als du mit Arbeit je verdienen wirst. Puh, ja. Ja. Hm. Fuck. Da kann ich jetzt nicht mal dagegen argumentieren. So eine Scheiße, aber auch. Oh Gott. Stopp, das lässt die Zeit schneller vergehen. Okay, wir haben noch eine Stunde drei, um unser Gate zu finden. Ähm. Ich hab mich erinnert. Ich hab mich erinnert. Das ist nicht gut. Wir müssen erstmal rausfinden, was überhaupt unsere Aufgabe ist, um das Gate zu dingsen. Da waren wir überall schon. Wir kennen alles. Wir kennen jeden Laden, etc. Das heißt, wir suchen jetzt mal den Aufzug hier. Genau, da ist er nämlich. Ich glaube nämlich, unser Gate war da hinten irgendwo. Das 9.20 Uhr Gate. Bitte, 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 bleib. Ah! Oh mein Gott. Darunter springen ist nicht so praktisch, wie es vielleicht aussieht. Oh mein Gott. Okay. So. Apropos Arbeit. Ende des Jahres wirst du deinen Job endlich kündigen. Ja, nice. Hast du jetzt was Neues gefunden? Also ich hoffe. Ich hoffe. Aber ja, für dich ist das sowas wie ein Lotto-Gewinn, ja. Das hast du ja öfter schon mal gesagt. Das ist halt wild, ja. Aber schön. Freut mich, freut mich. Es ist finden, den NPCs mehr Leben geben und so. Viele Ideen in mein Skillsystem planen wir in beiden. Ja, ja, ja. Ich verstehe voll und ganz, worauf du hinaus willst, ja. Absolut. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich irgendwie mal so ein... Einfach so, weil ich es kann. Oder vermutlich kann. Es bleibt mal im Konjunktiv. Aber theoretisch spreche ich alles Mögliche, was ich sprechen müsste, um ein Spiel in irgendeiner Art und Weise releasen zu können. Ob ich das nicht einfach mal mache. Einfach so. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Aber ja. Zum Thema Arbeit kannst du gerade nur sagen, was dich betrifft. Dass ein ärztliches Gutachten in die Wege geleitet wurde, um festzustellen, ob du überhaupt noch erwerbsfähig bist oder dass erwerbsfähig eingestuft werden musst. Das hatte ich neulich schon mal irgendwo gelesen. Ich wollte nicht näher nachfragen, tatsächlich. Weil das ist ja doch auch sehr, sehr, sehr privat. Aber holy shit. Das ist halt auch krass, irgendwie. So. Lass mich mal kurz meinen Reisepass suchen. Da ist er. Weil ich glaube, den müssen wir ihm hier geben. Hallo. Dein Flug ist eigentlich bereit, abzulegen. Wir brauchen nur noch deinen Reisepass. Ja. Fantastisch. Das ist alles, was ich brauche. Okay. Wir brauchen dann nur noch Dingens. Okay. Ja. Ach so. Warte. Äh. Boarding Pass. Ja. Warte. Den haben wir auch irgendwo. Wo ist der? Wir müssen gar keine Aufgaben lösen. Warum müssen wir keine Aufgaben lösen? Das ist ja wild. Okay. Hier. Ja. Äh. Moment. Da. Dankeschön. Jawohl. Du. Der Soundeffekt ist so gut. Was ich programmiere? Dark Souls und World of Warcraft Killer mit einem Spiel? Nein. Nein. Das wäre tatsächlich was ganz, ganz Simples. Ich habe tatsächlich auch so eine Idee in eine Richtung. Aber es ist halt auch nichts, was andere nicht auch schon gemacht hätten. Das wäre tatsächlich was relativ Einfaches. Steht noch nichts in trockenen Tüchern. Hast nichts Schriftliches. Aber du musst das Risiko eingehen wegen deiner Scheißkündigungsfrist. Äh. Und du musst das Risiko eingehen. Sonst kann man dich in den Klinik einweisen. Oha. Ja, ja. Verstehe. Verstehe. Ja, holy shit. Ja, dann hoffe ich mal, dass du bald was in trockenen Tüchern hast. Auf jeden Fall. 2011 haben Global Game Jam mitgemacht und da haben Freunde und du tatsächlich einen 2D Jump'n'Run geschafft. Ja, nice. Nice. Sehr cool. So. Ich laufe mal da durch. Wir haben unseren Flug erwischt. Das heißt, wir sitzen im Flieger. Wir fliegen durch das Weltall. Und wir haben einen beruhigenden Hund neben uns. Einen Mops. Sehr gut. So. Ich rede mal kurz mit ihm. Okay. Ich habe gehört, dass dein Heimatplanet zerstört wurde. Wie fühlt sich das an? Ist es schrecklich? Ich wüsste nicht, wie ich damit leben soll, äh, zu wissen, dass ich der Letzte meiner Art bin. Ähm, irgendwo im Weltall auf der Suche nach einem Zuhause, das nicht existiert. Ich bin ein Hund. Äh, pff. Okay, es ist, äh, ja, keine Ahnung. Wir waren da schon eine ganze Weile nicht mehr, ne? Ist in Ordnung. Also, nur weil du da nicht warst, ist es nicht mehr dein Zuhause, aber es ist dein Zuhause. Deswegen wird es Zuhause genannt. Oh, gut. Oh, das ist schön. Dein Zuhause ist da, wo du bist. Ja, das ist gut. Das ist gut. Was ist, wenn du irgendwo bist, wo du einsam bist? Was ist, wenn du irgendwo bist, wo du es nicht magst? Hm, 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 fuck. Stimme. Ähm, ich bin ein Hund, aber wenn dein Zuhause irgendwo ist, dann, äh, glaube ich, ist, ist das in Ordnung. Äh, es ist so, als würdest du ein Stückchen von dir an einem, äh, regnerischen Tag verstecken, ähm, um dich daran zu erinnern, wer du bist. Was? Ach so, ne, äh, ach so, nein, nicht an einem regnerischen Tag, für einen regnerischen Tag. Ah, ich see. Okay, das ist wirklich, wirklich weise. Ähm, danke. Ich bin ein lizenzierter Therapist. Äh, Ther, heißen die Therapisten? Therapeut. Therapeut ist das deutsche Wort. Okay, gut. Dann, äh, landen wir mal am Flughafen. Hm, das ist Flughafen Nummer 4. Ich bin gespannt. Der letzte war so, 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 so Beachbar-mäßig. Und wir sind wieder an der Beachbar. Warum sind wir wieder an der Beachbar? Habt ihr auch ausgebaut? Das schaut nicht so aus, als hättest du, als hättet ihr ausgebaut. Das ist so, wie es vorher war, glaube ich. Ich glaube, das ist so, wie es vorher war. Warum sind wir wieder hier? Wo müssen wir hin? Müssen wir irgendwo anders hin? Ich hab nicht die leisteste Ahnung. Äh, ja, ich nehm mal 50 davon. Okay. So. Wir schauen jetzt mal, ob es da irgendwelche Uhrzeiten gibt, die wir sonst nicht haben. 1,54. 1,54. 1,54. 1,54. Auch 1,54. 1,54. Ich glaube, es ist alles 1,54. Ja, es ist alles 1,54. Okay, gut. Dann können wir unser Gate suchen. Ähm. So. Waren 72 Stunden mit insgesamt 6 Stunden Schlaf. Sehr wild. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ich schaue gerne mal so. Ähm. So Vlogs oder sowas in der Richtung von Game Jams und so an. Und, äh. Ja, das ist schon auch. Ja. Ein bisschen stressig und so. Springe in den Pool. Das, äh. Ja, warte. Das kann ich machen. Das sollte gehen. Wir müssen eh nach unten, weil die Gates sind unten. Wir brauchen halt vorher noch irgendwo unseren, äh. Unseren Reisepass hier. Aber das, ich glaube, dafür haben wir alles, was wir brauchen, um den auszuhandeln, sage ich jetzt mal. Ähm. So. Damals noch an der Uni Bremen. Hat die Uni Bremen eigentlich, ich habe tatsächlich keine Ahnung, aber hat die irgendwie sowas, was in Richtung Game Design oder sowas geht? Ich kenne das inzwischen von ein paar anderen Unis oder so. Oder auch, äh, amerikanische Unis haben ja inzwischen auch immer öfter so Game Design, Studien, Kurse, was auch immer. Ähm. Gibt's da möglicherweise hier auch was? Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Uni Bremen ein Riesenareal ist. Und dass da der Unisee ist. Und am Unisee kann man hervorragend mit, äh, mit Hund spazieren gehen. Sehr, sehr gut mit Hund spazieren gehen. So. Ähm. Da, da, da. So. Äh. Genau. Fotodog. Warte. Du willst ein bisschen Toilettenwasser. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Und dafür dürfen wir deinen Fotoautomaten nutzen. Wenn wir das Wasser finden. Mein Ticket ist schon wieder nicht... Warum ist das schon wieder... W-Was? Aber... Warum... Hm. Okay, offensichtlich war... Nee, wir waren nicht zu langsam. Hä? Ist das zwar... Okay. Wild. Okay. Ich rede mal mit dir. So. Äh. Ja, ja. Warte. W-W-Was? Du willst einen Koffer? Kein Wasser? Das ist neu. Ja, aber den haben wir auch. Moment. Ich kann dir auch Geld geben, ne? So ist es nicht. Hier. Hier. Da. Sehr schön. Er will den Koffer. Ja gut. Dann, äh... Schick. Schick. Sehr, sehr, sehr gut. So. Wir haben unseren Reisepass. Das ist gut. Jetzt brauchen wir wieder ein Ticket. Das heißt, wir müssen wieder nach oben. Das heißt, wir müssen ins Wasser und mit dem Aufzug hochfahren. Wir können... Leute, ich bin Jesus. Ich kann über Wasser hüpfen. Halleluja. Oh. Gut. Wir gehen halt auch unter, wenn wir stehen bleiben. Was ne Scheiße. Ich wette, Jesus konnte einfach drauf stehen bleiben. Hm. Naja. Gut, dass hier Aufzüge fahren. Äh... Digitale Medien und da waren damals vier Kurse zum Game Design. Ah, okay. Cool. Sehr cool. Siehste, wieder was gelernt. Wusste ich tatsächlich nicht, dass es sowas in Bremen gibt. So. Nochmal 50 davon. Jo. Warte. Hier. 7,39. Okay. Das sollte doch zu schaffen sein, oder? Wie viel Uhr ist es denn? Ist hier irgendwo ne Uhr? Hallo? Da. Oh, wunderbar. Wir haben die ganze Nacht, um unser Guide zu finden. Das ist hervorragend. Jesus ist es nur übers Wasser gelaufen, weil er nicht schwimmen konnte. Ja, aber wir ja offensichtlich auch nicht. Warte mal. Oh. Ich kann auch wieder nach oben. Ich kann schwimmen. Shit. Okay. Wir suchen das Gate mit 7,39. Wir suchen das Gate mit 7,39. Schauen wir mal. Möglicherweise sitzt hier auch irgendwo unsere Freundin wieder rum und labert uns noch wieder stundenlang zu. Man weiß es nicht so genau. Äh, hier ist kein Gate. Ich muss zugeben, ich bin der Story nicht so, so, also ich bin der Story nicht wirklich gefolgt, weil ich damit übersetzen, äh, mit Übersetzen beschäftigt war. Für euch. Also wenn ihr mich aufklären wollt, warum wir die ganze Zeit zwischen zwei Flughäften und uns herfliegen, ähm, gerne, weil ich weiß es nicht mehr. Es gibt eine Story, es gibt eine Story, ja. Es ist eine Love Story, soweit ich weiß, aber frage nicht nach mehr. Das ist unser Gate. 7,39. Okay, was müssen wir für dich tun? Niemand weiß es. Äh, ja, weißt du, wann das Gate fertig ist? Ach so. Äh, ja, ja, stimmt. Ja, 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 okay, stimmt, die anderen Leute kommen ja erst, wenn es soweit ist. Okay, haben wir jetzt beides, was wir brauchen? Das ist doch jetzt, das ist doch jetzt nicht, nicht, nee, oder? Sag mal, wir haben doch jetzt nicht schon alles, was wir brauchen. So, lasst mal kurz in den Zeitvergehraum gehen. Äh, 7,39 heißt um 6.09 Uhr sind die Leute da. Das ist in Ordnung. Also tatsächlich, ne, was man gerade so mitbekommen hat von dem Hund im Flugzeug, äh, ist ja die Tatsache, wir sind irgendein, also angefangen hat alles, dass wir in einem Käfig steckten. So, zu zweit. Äh, quasi hier meine, meine Lebenspartnerin in diesem Spiel und ich. Und, äh, wir waren irgendwie, ich weiß nicht genau, ob es so eine Art Hochzeit war oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall war es ein Fest und irgendwie hat uns ein riesiger Hund überrannt und dann sind wir halt da aufgewacht plötzlich. Ähm, und wie es sich dann rausgestellt hat, äh, gibt's die Erde nicht mehr und wir sind wohl die letzten Hunde. Äh, genau. Die letzten Menschen, die noch leben. Also, irgendwie sowas in der Richtung. Und unsere Liebe ist irgendwie toll und sie hat einen Job, der aber super geheim ist und keine Ahnung, sie kann uns da nicht wirklich viel von erzählen. Daran kann ich mich erinnern, ähm, aber abgesehen davon, ich hab keine Ahnung. Wir, wir haben sie bisher, glaub ich, zweimal gesehen. Einmal ganz am Anfang und dann irgendwo hier an diesem Flughafen auf einer Bank. Und das war auch mehr Zufall als, als, als alles andere. So, jetzt sollten hier, äh, unsere, unsere, unsere Gate-Crew sollte da sein. Hm, hm, sehr schön. Im ersten Semester war der, äh, Was, war da Marktkampagne? Im zweiten Semester musst du dir einen Film drehen. Marktkampagne? Marketing, oder? Oder, was ist eine Marktkampagne? Das, äh, I don't know. Das weiß ich nicht. Hallöchen, Bella! Hallöchen, Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Hm, hm, danke schön für den Rate. Und auch Hallöchen natürlich an alle, die gerade mit rübergewandert sind. Hi, hi, na? So, warte. Ich geb dir auch nen Shoutout. Ich will ja mal nicht so sein. Wenn man, wenn ich den, deinen Namen richtig schreibe. Ja, genau, dann find ich's auch. Hervorragend. Was gab's für euch? Ich hab ne Ahnung, was es für euch gab. Ja, natürlich gab's Tinykin. Hm, 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 hm. Es gab Tinykin. Das gibt's hier auch noch. Wir müssen aber das hier als erstes durchspielen. Das ist tatsächlich für später geplant. Aber das hier hatten wir angefangen. Dann ging's mir am Wochenende nicht so prickelnd. Und dann mussten wir, äh, ja, musste ich jetzt hier, ähm, ja, das geht ja nicht, dass wir es nicht durchspielen. Es kann aber eigentlich auch nicht so lang dauern. Hoffe ich. Also, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, fragt nicht, was das für ein Spiel ist. Weil es ist, es ist wild. Es sind Hunde, also Stockfoto-Hunde, die einen Flughafen irgendwo in Space, ähm, übernommen haben. Warum auch immer. Wir sind der letzte Mensch oder einer von zwei letzten Menschen und wir fliegen die ganze Zeit zwischen zwei Flughäfen und hier. Warum, weiß ich nicht. Mehr an Story hab ich nicht verstanden. So. Wir haben unseren Reisepass abgegeben. Ach so, shit. Äh. Jaja, warte, ich, ich muss erst wieder, ich, ich, mein Ticket. Warum ist das Ticket jetzt auf 1,54? Ach man. Okay, Leute, wir müssen nochmal kurz Tickets suchen. Das ist doch jetzt kacke. Sag mal. Warum ist denn das jetzt schon wieder kaputt gegangen? Warte, machen wir zwei verschiedene. Nein, stopp. Ah. Ah. Das ist. Oh Gott, ist das verwirrend, auf diesem Zeug Sachen aufzunehmen. Haben wir zwei Tickets? Oh. Warum haben wir zwei Tickets? Das ist ja. Okay. Du wolltest jetzt extra vorher streamen, damit du bei mir ohne Spoiler zusehen kannst. Ja, okay, verstehe. Gut geht. Ja. Macht schlau. Äh, macht schlau. Ist schlau. Ja, vorrangend. Ja. Also ich, ich vermute mal, das erste Level kennen wir ja eh schon. Also so, so Indie-Demo-technisch ist es ja meistens mehr oder weniger das erste Level, das da gezeigt wird. Ähm. Das heißt, das ist ja tatsächlich nichts, was wir nicht schon mal gesehen hätten. Aber ich bin, ich bin so gespannt auf das Spiel. Ich bin so gespannt. Hi. Oh, ist der niedlich. Oh. Und so müde. Hey, wie geht's dir? Ich schlafe. Ja, alles klar. Dann, äh, ja. Entschuldigung, dass ich gestört hab. Macht nix. Ich schlafe einfach weiter. Okay, gute Nacht. Jede Nacht ist eine gute Nacht, weil ich hier bin. Das ist irgendwie wild. Okay, cool. Ja. Ja. Leute, weckt keine schlafenden Hunde. Also, ernst gemeint. Weckt keine schlafenden Hunde. Das, das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Weil möglicherweise habt ihr den Hund dann irgendwie aus dem Schlaf gerissen oder aus dem Traum oder was weiß ich. Und der, äh, beißt, äh, halt irgendwie zu, weil er sich erschreckt. Und sowas in der Richtung. Macht keinen Spaß. Glaubt mir. So, gib mal Ticket. 5 Uhr 28. Ich suche jetzt mal kurz die anderen Tickets, die wir haben, damit ich die mal wegwerfen kann. Nicht, dass wir da schon wieder, ne? Es gibt ja nicht so wirkliches Inventarmanagement hier. Das heißt, wir haben bestimmt noch irgendwie ein altes Ticket, das kein Mensch mehr braucht. Wir haben auch zwei Reisepässe. Warum auch immer wir zwei Reisepässe haben. Ne, 5 Uhr 28. Okay, das ist in Ordnung. Wir haben nur noch eins. Passt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Äh, da. Marketing-Thema war damals, äh, Bremen ist pleite und er musste den Weg finden, das zu ändern. Hahaha. Ja, das hat die Politik bis heute nicht geschafft. Hahaha. Hahaha. Gut. Ja. Hm. Hm. Hat das denn in eurer hypothetischen Sache funktioniert? Halt doof gefragt. Weil das Einzige, was Bremen geschafft hat, war irgendwie die, die Schulden, ähm, ja. Das Einzige, was Bremen geschafft hatte, war irgendwie die Schulden vom Land, nein, von der Stadt aufs Land umzuverteilen. Das heißt, wir hatten mal ganz, ganz, ganz kurz, so hier in der Stadt, einen Schuldenstand von Null. Also, das war toll. Hat aber, glaube ich, auch nicht lange gehalten. Weil kurz danach kam dann so eine kleine Pandemie um die Ecke. Die, glaube ich, alles wieder zunichte gemacht hat, was davor irgendwie getan wurde. Aber, hey. Hahaha. Vielleicht ist Bremen weniger pleite als vorher. Ja, das, da bin ich mir sicher, dass wir das sind. Aber, das hat halt, naja, ähm, also, hm, gut. Ich, ich weiß nicht, was das bringt, wenn man die Schulden vom, von der Stadt aufs Land umverteilt tatsächlich, aber, hey, ähm, muss ich nicht verstehen, ne? So, so politisch bewandert bin ich dann auch wieder nicht, dass ich das jetzt irgendwie nachvollziehen muss. Sie haben's getan. Ich hab gelacht. Ihr hattet als Kampagne, ihr füllt Weserwasser als Wellnesswasser ab und verkauft das für drei Euro die Flasche. Naja, da steht Wellness drauf. Das wäre mindestens für acht Euro gegangen. Mindestens. Also, ja. Ja. Oh, shit. Wobei, das Weserwasser ist tatsächlich gar nicht so verunreinigt, wie man vielleicht meinen würde. Also, man, man könnte durchaus daraus trinken, wenn's denn sein muss. Ist natürlich jetzt nicht so gut wie Leitungswasser oder, ne, wie, wie klassisches Grundwasser und so. Aber theoretisch kann man, wenn man's wirklich nur nötig hat, ähm, und quasi kurz vorm Verdursten ist, schon auch mal aus der Weser trinken. Das geht. Empfohlen ist es trotzdem nicht, aber es wäre möglich. Warte mal, das sind noch zwei Stunden zu früh. Jetzt. Oder? Ja. Doch, passt. So, jetzt haben wir noch eineinhalb Stunden, um unser Gate zu finden. Hervorragend. Äh, wo ist unser Gate? Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Äh, Tutor meinte damals, er würde sich eher schießen, als das zu trinken. Deine Antwort ist, äh, da drauf nimm das Wasser. Ähm, hat denselben Effekt, aber ist günstiger. Deine Antwort da drauf, nimm das Wasser, hat denselben Effekt, aber ist günstiger. Achso. Oh, wow. Ja, okay. Ne, tatsächlich, ähm, gar nicht, gar nicht so wild. Ähm, hier. Also, ja, man, man kann durchaus. Aber, wie es halt so üblich ist an Flüssen, sollte man vielleicht nicht unbedingt. Ist jetzt nicht unbedingt so eine schöne, klare, ne, so so ein schöner, kalter, klarer, äh, Bergbach oder so, der vielleicht schon, weiß ich nicht, 300 Meter oder so hinter sich hat. Ähm. Aber, äh, ja, ne, kann man machen. By the way, das ist nicht Sammy. Bei ihr sind das schwarz und Dings umgedreht. Ich will das nur nochmal betonen. Das ist nicht Sammy. Auch wenn es im ersten Moment sehr ähnlich aussieht. Ich war auch etwas geschockt, aber dann ist mir der entscheidende Unterschied aufgefallen. So, was willst du denn? Hi. Hey, du kannst meinen Namen sehen. Ich kann meinen Namen sehen. Wir wissen beide, was als nächstes passiert. Wir haben das schon mal gemacht. Ich bin der Bestechungshund, aber ich bin kleiner. Natürlich, äh, hat mir das eine ganze Reihe an, äh, an, an, an Ängsten und Unsicherheiten gegeben. Also, will ich einen, einen großen Drink. Einen richtig großen Drink, äh, der mich vergessen lässt, dass ich existiere. Oh. Ich, ich will im Angesicht des Unendlichen ertrinken, mein Freund. Mach, dass es geht. Äh, ich hab keinen großen Drink, ähm, glaube ich. Haben wir den großen Drink? Okay, passt auf. Wir müssen den großen Drink finden. Großer Drink. Sehr großer Drink. Offensichtlich. Haben wir irgendwas, das groß und zu trinken ist? Oh, Kaffee. Ja, ja, warte, warte, warte. Ich erinnere mich. Wo ist hier der nächste Kaffee-Laden? Da gab es so einen, so einen Riesenbecher-Kaffee. Mmh, ja, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn er, ja, ich weiß, ja, die Hunde hier sind alle ein bisschen schräg. Die haben alle ihre eigenen Probleme. So, so ist es nicht. Die sind zwar furchtbar niedlich, aber die haben alle ihre eigenen Probleme. Alle ihr eigenes Päckchen zu tragen. Da ist Kaffee-Laden. Hi. Hi. Äh, warte. Oh, das ist, äh, eine große Bestellung. Ja, ja, warte. Ja. Oh, großer Kaffee. Moment. Warte, ich weiß, ich sehe nicht, wo ich hin muss. Oh, Gott. Wo ist unser Gate? Ah, hallo. Geht, da, da geht's nach rechts. Okay, warte, sind wir, nein, da. Moment. Ah, heiß und nicht so fettig, wie ihr denkt, aber egal. Hallo. Oh, ist das zu schnell? Oh, mein Gott. Ich sehe immer noch nicht, wo ich hinlaufe. Ah. Oh. Da ist ein Band im Weg. Ähm, heiße Hebel. Hallöchen. Das ändert sich daran, dass du noch Milchkaffee im Kühlschrank hast. Ja. Dann ist einfach nur Espresso, Hafermilch. Das ist, äh, ja, guck mal, was wir hier haben. Warte mal, kann ich den werfen? Ja, so werfen ist jetzt übertrieben, aber guck dir das mal an. Das ist ein großer Kaffee. Das ist ein sehr großer Kaffee. Äh, wo, wo ist, da ist unser Hund, den wir dem, da. Ja, warte, ist das, was du brauchst? Das ist es. Der große, das große Getränk, ein, 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 ein Trink, der, der furchtbar ist. Unglaublich groß. Und, und, äh, danke schön, dass du mir dieses, diesen wunderbaren, dass du mir diesen sehr, sehr merkwürdigen Wunsch erfüllst. Ich, äh, ich glaube, wir werden es beide bereuen. Okay, cool. Das heißt, äh, dir muss ich nur noch mein Ticket geben. Ja, warte, hier, da, da ist mein, mein, mein Ticket. Läuft, sehr schön. Jawohl, wunderbar. Das Weg. Oh ja, oh ja. Sebel, wie geht's dir? Bella, wie geht's dir eigentlich? Wie, wie, wie geht's euch allen, die ich noch nicht gefragt habe? Okay, wir sind wieder an Bord unseres Fliegers und wir haben diesmal ein Korgi als Sitznachbarn. Ich geb's ganz offen und ehrlich zu, ich hätt ganz gerne einen Korgi. Auch wenn das im Grunde genommen Dackel, plüschigere Dackel sind. Aber Korgis sind halt super niedlich. Korgis sind schon niedlich. Und sie haben die hübschesten Hundehintern, die man sich vorstellen kann. Ihr habt damals im zweiten Semester der Night of the Living Dead nachgedreht. Oh nice, oh nice, cool, sehr cool. Das ist heute sturmfrei. Und du, äh, gleich holst dir eben diesen Kaffee. Ja, ist inzwischen ein Eiskaffee, ne? Wahrscheinlich, wenn er im Kühlschrank ist. Ist auch geil. Kann man auch, ja, doch, durchaus. Wie es mir geht, hervorragend tatsächlich. Wochenende war ja eher so, meh. Hab ich ja vorhin schon gesagt. Da hat's mich leider ein bisschen erwischt. Aber ansonsten, die Woche ist voll in Ordnung. Kann ich jetzt nicht meckern. Überhaupt nicht. Und du hast heute deinen ersten Ausbildungstag hinter dich gebracht. Ja, nice, als was, wenn man fragen darf. Ich rede mal ganz kurz hier mit diesem Hund hier. Ja, dude. Dude. Ich bin so voll, dude. Ich hab gegessen, bevor ich in den Flieger eingestiegen bin. Ich hab gegessen, während ich im Flieger war. Oder bin eigentlich. Und, ähm. Erinnerst du dich, als ich gesagt hab, dass ich aufs Klo muss? Ich hab mich in die, äh, Flugbegleiterkabine, ähm, geschlichen. Und ich hab zufälligerweise, möglicherweise, da 87 Päckchen Erdüsse gefunden und die alle verschlungen. Bevor sie mich aufhalten konnten, dude. Ich hab dir keine mitgebracht. Es tut mir so leid, dude. Das ist, äh, so cool von mir. Äh, ist das in Ordnung? Aber es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Ich, äh, jetzt bin ich voll mit, voll von Schuld. Ich, äh, muss büßen. Nein, musst du nicht. Dude. Wenn du jetzt sagst, dass ich mir selbst vergeben muss, dann sag ich dir einfach direkt. Das ist nicht so einfach. Was? Warum? Diese Hunde. Ich, äh, ich, äh, was ist, äh, ich verstehe Hunde nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwas stimmt da nicht. Aber es ist alles in Ordnung. Der Timetable hier hat sich aktualisiert. So, wir sind wieder am Strand. Hallo. So, wir brauchen ein neues Ticket. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Mal hin und her fliegen und dann haben wir es. Äh, ja, ja, gib mal wieder 50 davon. Ja, 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 das ist da. Ja, 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 ja. So, hier. 3.45 Uhr. Haben wir andere Tickets, die ich wegwerfen kann? Gleich mal gucken. Nicht, dass wir hier wieder mit dem falschen Ticket durch die Gegend laufen. Ähm, ne. 3.45 Uhr ist in Ordnung. Hui. Oh. Okay. Irgendwie kommst du nicht hinterher. Das ist total in Ordnung. Ich nämlich auch nicht. Das geht mir genauso wie dir, Eol. Kaufrohr für Büromanagement nennt man das heutzutage. Also quasi den First Level Support am Eingang eines... Nein. Was macht man da? Ich hab keine Ahnung. Das erste, was ich denke, ist so mehr oder weniger am Empfang rumsitzen. Aber ich glaube nicht, dass das so 100% auf das trifft, was man dann da unbedingt alles tut. Ich kenne noch Facility Management, aber es ist... Obwohl, das könnte mit reingehen. Das könnte sein. Wo ist denn hier der Raum, um die Zeit schneller vergehen zu lassen? War der da hinten? Könnte. Müsste. Ja. Aber Eol denkt dir nichts. Ich komme auch nicht hinterher. Wir fliegen hin und her. Wir fliegen einfach von Flughafen zu Flughafen. Und offensichtlich gibt es auch in diesem ganzen weiten Universum nur zwei Flughäfen. Und unsere Freundin haben wir auch nie wieder gesehen. Keine Ahnung, was die treibt. Aber ich glaube, das Wichtige ist das, dass wir mit Hunden reden. So, jetzt bis 3 Uhr. 2.15 Uhr. Ab dann können wir da Dinge tun. Nicht nur, aber nah dran. Dann im Prinzip verwaltende Tätigkeiten. Kommt dann von Ausbildungsstelle zur Ausbildungsstelle an, was genau man macht. Ah, okay. Also tatsächlich. Ja, okay. Okay. Ja, ja. Verstehe. Verstehe. Quasi alles organisieren, damit alles glatt läuft in dem Büro. So mehr oder weniger. Also so grob umschrieben. Der CO2-Ausstoß ist das Spiel. Das Spiel ist nicht klimafreundlich. Wir sind im Weltall. Wer interessiert es nicht? Da ist alles egal. Die können froh sein, wenn sich im Weltall endlich mal eine Atmosphäre bildet. Dann überlebt da vielleicht auch irgendwas. Hi, Denise. Hallöchen. Kaufrau für Büromanagement ist zusammengesetzt aus der Büro-Kaufrau und Kommunikations-Kaufrau. Oder Mann? Man macht eigentlich alles, was im Büro so zu machen ist. Okay. Also ja, ja. Verstehe. Verstehe. Ja, gut. Dann weiß ich ungefähr was. Ja, dann. Ne, weiß ich sogar ziemlich genau, was es ist. Passt. Ja, aber cool. Neue Ausbildung. Nice. Ich hoffe, der erste Tag war vielversprechend. Ich hoffe, es bleibt auch spannend. Ich habe schon so einige Leute erlebt, die mittendrin festgestellt haben, ja, es ist vielleicht doch nicht so ganz das, was ich irgendwie mir gedacht hatte. Aber ich hoffe, es bleibt so. Habe ich jetzt eigentlich Hi, Denise gelesen oder habe ich einfach nur deine Nachricht vorgelesen? Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. So, das ist wieder Bribedog. Okay, was willst du diesmal? Hey. Du kannst meinen Namen sehen. Ich kann deinen... Ich kann meinen Namen sehen. Und du weißt, was hier passiert. Natürlich. Ja, Bribedog, Baby. Ähm... Du brauchst einen Container. Du brauchst einen... Oh. Du brauchst einen Schrank. Wir haben alles außer dem Schrank. Ich glaube, wir haben jedes einzelne Item im Spiel. Teilweise sogar mehrfach. Außer dem Schrank. Lass mal gucken. Ist das ein Schrank? Das ist ein Donut. Oh, okay. War ein Donut. Jetzt ist er nämlich weg. Okay, wir hatten jedes Item im Spiel. Ja, okay. Gut, dann laufen wir mal mit dem Klopapier durch die Gegend. Wir suchen einen Schrank. Ich weiß glücklicherweise, wo es die gibt. Ist nur die Sache, wo wir den Laden dazu finden. Das könnte möglicherweise... I don't know. Wo ist der Laden, der Schränke hat? Das ist der Kofferladen. Das ist Skateboardladen. Das ist Klamottenladen. Das ist Lampenladen. Nee. Okay, wartet. Nee, das ist... Das ist eine Klopapierrolle, ne? Das ist jetzt einfach... Ja, ja. Oh, okay. Das Nächstes brauche ich bestimmt einen Donut für den Bride Dog. Möglich. So unwahrscheinlich ist das gar nicht. Aber auch den findet man wieder. Hattest du nicht was von dem Schrankhund aus dem anderen Flughafen? Nee, ich hatte einen Koffer übrig vom Kofferhund. Ähm, wir sind am Schrankhund nur vorbeigelaufen. Äh, und jetzt müssen wir ihn hier wieder finden. Da hinten ist er. Ja, ich erkenne da in diesem Hologramm den Schrank. Da hinten ist er. Das heißt, wir haben jetzt eine wunderschöne Runde einmal um den Flughafen rumgedreht, die vollkommen unnötig war, aber das macht nichts. So, du gibst uns wieder einen Schrank, weil du sammelst Schränke. Dieser Hund hat ein Problem damit, dass er Schränke sammelt. Obwohl er Schränke, glaube ich, nicht mal mag. Aber das ist, äh, ja. So, ich hab ne Menge Schränke gekauft und bei ner Menge meine ich jeden, den ich finden konnte. Jahrelang hab ich das getan. Und ich, äh, ja, genau. Ich bin der Marine-Mensch, der in einem Meer aus Schränken versinkt, äh, versinkt, ähm, untergeht, ertrinkt, wie auch immer. Und ich habe diesen Ozean kreiert, weil ich Poseidon bin und ich weiß nicht mehr, wo diese Metapher hinführen sollte, aber ich rede immer noch. Das ist, ja, das kenn ich, das kenn ich. Egal. Ich hab so viele Schränke. Bitte, bitte rette mich von meinen Schränken. Kaufe einen Schrank. Äh, ja, ich nehm genau einen. Ich würde auch mehr nehmen, aber tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich dich retten kann. Äh, okay, wir machen beide das, was wir am besten können, ne? So, wir haben den Schrank, Leute. Bye! Wir haben einen Schrank. Wir haben einen Schrank. So. Du wolltest eben sagen, seine Nase sieht komisch aus, aber das ist die Zunge. Das ist die Zunge, ja. Ja. Hunde haben Zungen. Klingt komisch, aber ist so. So. Warte, 3.45 Uhr. Das warst du. So. Du willst einen Schrank? Bitteschön. Oh boy, oh boy, oh boy. Da ist das, was du willst. Oh, danke, Freund. Und ich musste nicht mal fragen. Ja, genau. Klar, natürlich. So. Warte. Du kriegst mein... Ja, hier. Da ist mein Ticket. Wunderbärchen. Ab dafür in den nächsten Flieger. Läuft. Und Reh mit Kaffee. Bestes Reh, by the way. Mit Kaffee. Ja, Kaffee ist toll. Ich würde jetzt auch gerne Kaffee trinken, aber wenn ich den jetzt trinke, schlafe ich nachher nicht mehr. Oh, ist der süß. Oh, guckt euch mal den kleinen Scheißer hier an. Kennt ihr das? Also, weiß nicht. Ich sehe ja öfter durchaus auch mal sehr junge Hunde, die halt relativ frisch geboren sind. Also wirklich noch so im Wochenbereich. Oder wenige, sehr, sehr wenige Monate. Die sind so niedlich, weil die wissen noch nicht, wie sie mit ihren Pfoten umgehen sollen. Und die fallen ständig über ihre eigenen Pfoten. Der Hund liegt eigentlich dauernd mehr am Boden als alles andere. Aber es sieht so niedlich aus. Oh Gott. Und die Babys sind so toll. Katzenbabys sind auch toll, aber Hundebabys sind halt einfach nur, also die sind halt einfach nur tollpatschig. Katzen haben keine Zungen, eher Schleifpapier. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Dafür bist du bei einem Hund halt einfach vollgesabbert, wenn die anfangen, mich abzuschlecken. So, Speeddog. Ich habe ein Auto. Ähm, cool. Hatte einen Unfall. Oh. Tut mir leid. Ich kaufe ein neues Auto. Ähm. Ist das eine gute Idee? Ich fahre richtig schnell damit. Ich fahre damit in die Wand. Nein, bitte nicht. Ich fahre damit durch die Wand. Ich bin schnell. Und die Wand ist langsam. Ich, es kann nicht schief gehen. Oh Gott, nein. Du solltest auf gar keinen Fall irgendwie ein Auto besitzen. Auf gar keinen Fall. Ich mag Autos. Okay. Mit dem Kopf durch die Wand hat gerade eine gänzlich neue Bedeutung bekommen, ne? Was ist denn? Oh mein Gott. Oh ho ho ho. Neues Level. Oh mein Gott. Uh. Dieses Baum hier nennt sich übrigens, hat mir gerade das Achievement verraten, Doktrasil. Angelehnt an Yggdrasil. Den Weltenbaum. Oh. Die Musik ist fetzig. Okay. Ja, nice. Hallo. Ich hätte gerne ein Ticket. Hey schön. 20.32 Uhr. Ja, das sollten wir hinkriegen. Oh, das sollten wir hinkriegen. Du hast heute ein neues Auto gekauft. In 15 Tagen hast du's. Du bist Speed, Eol. Ja, bitte fahr damit nicht durch Wände. Das wäre ganz praktisch, wenn du das nicht tust. Oh, wo sind wir hier? Warum sind da... Oh, Kirschblüten. Kirschblüten. Du musst mal mit der Frau minecraften. Alles klar, Snowy. Dann viel Spaß dabei. Viel Spaß. Baut ein Häuschen für mich mit. Weil mein Häuschen in Minecraft ist noch nicht mal angefangen zu bauen. Das dauert noch eine Weile. Okay. Oh mein Gott, wir haben nur... Oh mein Gott, wir haben nur ein bisschen über eine Stunde, um unseren Dings zu finden. Äh, was ist denn... Ach du Scheiße. Wo sind denn hier die Gates? Hallo? Ähm. Ist das hier eine Art Aufzug oder sieht das nur so aus? Oh nee. Okay. Ähm. Waaah. Stopp. Hier. Da. 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 Genau, da will ich hin. Da. Da. Da will ich hin. Was ist das hier? Wow. Oh mein Gott. Das ist das blaue Gel aus Portal 2. Warum? Das ist eine Banane. Wir haben noch keine Banane. Ach so. Nee, Banana ist hier quasi Apple. Ja, okay. Verstehe. Verstehe. So zielst du eher auf Kinder und Wildschweine. Gut, dass da ein Kapper steht. Auch beides nicht ganz so praktisch, wenn man drüber nachdenkt. Nee. Nicht unbedingt. Nee. Nee. Es ist... Ja. Okay. Lass uns mal nach oben fliegen. Also nach oben, 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 oben. Richtig oben. Also ganz oben. Da oben. Ja, das hat sich gerade erledigt. Haha. Oh mein Gott. Okay, es führt nicht ganz nach oben. Das heißt, wir müssen da rüber. Okay. Drück zum Eingang. Bis kurz im Lurk. Alles klar. Bis gleich. Sehr wilder Flughafen hier. Ich bin nicht sicher, ob diese riesigen Bäume... Ja, ich wollte gerade sagen, ob die so praktisch sind, wenn man irgendwie mit dem Flugzeug abheben will. Es wirkt nicht sicher. Ich bin... Ich weiß nicht, woher diese Vermutung kommt, aber... Da hängen Flugzeuge in Bäumen. Ich habe so meine Bedenken. Wie sind wir hier überhaupt gelandet? Sagt jetzt nicht irgendwie Fallschirm oder sowas in der Richtung. Obwohl, wir haben den Schirm dabei. Der hilft auch dabei, langsam nach oben oder nach unten zu... Du bist kein Hund. Dich kennen wir aber. Das muss so sein. Ruff. Ja, ich glaube auch. Hey. Ich bin geheim... Also... Ich bin ein heimlicher Bär. Verrate es jemanden. Okay. Ich verrate es jemanden. Versuch sie nicht... Oh. Ich versiegele meine Lippen. Versuch sie nicht zu lang zu versiegeln. Du musst immer noch essen und so. Ich... 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 Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass du irgendwie Ärger bekommst. Hör zu. Ich muss irgendwie dieses Holz hier loswerden. Den... Den guten... Stuff. Und das... Das harte Holz. Ähm. Es gibt da bestimmte... Äh... Bestimmte Behörden, die dem Ganzen nicht zustimmen würden. Also wenn du nichts dagegen hast, würde ich dir gerne was davon abgeben. Okay. Ähm... Äh... Ja. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Ist es nicht eigentlich verpönt? Äh... Bäume auf einem Planeten, der... Der Natur... Ähm... Ähm... Ja. Der... Sich der Natur widmet, äh... Niederzuschlagen. Oh. Nicht wirklich. Hm. Nicht wirklich. Bäume sind die... Der exist... Der existenzielle Albtraum, der an... Äh... Der Kante unserer... Unseres Bewusstseins hängt. Was? Hahaha. Warum? Ähm... Mein Freund wurde bei... Von einem Baum gechidnappt. Was? Ähm... Ähm... Okay. Der... Der Baum ist einfach unter ihren Füßen gewachsen. Hat sie... Drei Tage lang in ihren... Äh... In seinen Zweigen festgehalten. Okay. Ha... Äh... Vorsicht vor einer Umgebung, die, äh... Bäume kultiviert, weil es wird wahrscheinlich auch den Wahnsinn kultivieren. Klingt wie ein Drogendealer. Ja, ein bisschen schon. Ja, okay. Ich... Ich... Ich nehme ein paar... Ich nehme ein bisschen Holz. Da hast du's. Wir können den Bäumen nicht vertrauen, aber du kannst, äh... Mir vertrauen. Okay. Cool. Wir haben eine Planke. Wir können mit der Planke wackeln. Wow. Das ist... Insane. Wir können mit der Planke wackeln. Okay. Cool. Jetzt sind wir hier, aber das ist... Warte mal, das ist ein... Das ist nicht unser Gate. Das kann nicht unser Gate sein, weil da ist niemand. Wo ist denn unser Ticket? Da, 2032. Ja, genau. Der fliegt nämlich eine Stunde später. Nein, ich hab mein Ticket gerade verbrannt. Okay, wir müssen noch mal... Wir müssen noch mal zum... Zum Eingang zurück. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh Gott. Oh, 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 oh. Ciao. Ja, das war jetzt nicht ganz so schlau. Ich dachte mir gerade... Was mach ich mit dem... Oh. Ah, das war der Express. War so geplant. Können wir hüpfen und... Sag mal. Okay, dann laufe ich halt um die Bänke rum, wenn es sein muss. Ja, warte. Hier, Ticket, Ticket, Ticket. Nein. Äh, nein. Ruhig. Dankeschön. Hier, Ticket. 2044. Okay, das lässt sich doch schaffen, oder? Ah, das lässt sich doch schaffen. Das lässt sich doch schaffen. Hey, Böhm. Hallöchen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Make Goku great again. Ja, ich weiß. Ich muss mir da irgendwann mal was überlegen. Aber viel wichtiger. Wie geht's euch? Nach diesem kleinen Schockmoment. Der euch eigentlich gar nicht so sehr schocken sollte. So. Jetzt aber. So, wie kommen wir nach... Ich glaube, wir müssen tatsächlich nach da ganz oben. Oder wir zumindest hier hin. So. Einmal aussteigen. Ähm. So. Wo sind denn hier die Gates? Sag mal. Wo ist denn das? Da unten sind Gates. Da ist es. Ne. Das ist nicht der richtige Flieger. Aber das ist ein Gate. Äh. Warte. 2044. Ne. 2048. Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Fertig von der Woche. Aber nun endlich Wochenende. Es ist Donnerstag. Wie könnt ihr an einem Donnerstag von Wochenende reden? Oh mein Gott. Jetzt bin ich neidisch. Jetzt bin ich neidisch. Wenn ich ehrlich bin. Das ist ja das Gute daran, wenn man nur 25 Stunden arbeitet. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist auch nicht unser Gate. Hm. Und es ist auch wieder Bribe Dog, der da ist. Der hat wieder bestimmt irgendeine tolle Aufgabe für uns. Ähm. Wo ist unser Gate? Verdammt. Sag mal. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ne. Ja. Okay. Oh. Soviel zum Thema. Wir schaffen das. Ähm. Oh. Okay. Na komm. Na komm. Na komm. Das sieht doch gut aus, oder? Ja. Sehr schön. Okay. Wir suchen immer noch unser Gate. Ich dachte gerade, das wäre da unten. Aber offensichtlich nein. Warte mal. Da geht es weiter nach oben. Waren wir da schon? Bestimmt. Bestimmt. Du hast ihm knapp 40 in vier Tagen gearbeitet. Wegen Überstunden. Ich hoffe, ihr kriegt die Überstunden irgendwie ausbezahlt. Oder könnt sie in Freizeit ausgleichen. Oder sowas in der Richtung. Ansonsten ist das mies. Ich glaube, da oben waren auch noch Gates, oder? Fülle ich mir das ein? Ich bin tatsächlich unsicher. Dich kennen wir. Kann ich hier hochlaufen? Oh ja. Ist das praktisch, dass ich hier hochlaufe? Oh nein. Guck mal. Wieso, wirklich? Ähm. Wie komme ich da hoch? Ich habe noch keinen Weg gefunden. Hm. Warte. Nee, du führst nicht hoch genug. Oh, warte mal. Da sind wir da. Da ist auch ein Gate. Ich glaube, da ist auch ein Gate. Z2. Das könnte sogar stimmen. Ich glaube, wir müssen da hin. Ich glaube, wir müssen dorthin. Also. Hier so. Ja. Stopp. Ach so, du bist nur der Safety Dog. Du bist kein... Oh. Das ist kein Gate. Shit. Ähm. Oh, oh, oh. Okay. Ich finde unser Gate nicht. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Die gehen auf Stundenkonto. Ja, okay. Ja, dann. Ja, dann. Dann sind das ja... Quasi... Gut, bei einer 25-Stunden-Woche. Das sind auf jeden Fall zwei Tage frei. Würde ich jetzt mal so behaupten. Nice. Nice. Mein lieben kurzer FK, alles klar. Das Spiel hätte man auch wer erst mal Gate benennen können. Ja. Ja. Im Grunde genommen suchen wir die Gates und lösen die Aufgaben, die wir brauchen, um die Gates zu öffnen. Aber. Wo? Aber. Ja. Wo ist unser Gate? Ich habe halt bisher, glaube ich, jedes Gate hier gesehen. Nur noch nicht das, was wir brauchen. Gut, okay. Und das verwundert mich gerade ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Okay, wir laufen mal hier rüber. Hier waren wir zumindest noch nicht. Oh, das sieht doch eigentlich ganz vielversprechend aus. Sieht gar nicht vielversprechend aus. Aber warte mal, hier sind auch welche. Oh, pass auf. Das ist ein Gate. Das ist eins. 20, äh, 20. Das da hinten ist auch eins. Da ist auch schon jemand da. Kannst du oben auf den Baum? Ja. Das, äh... Ich habe doch keinen Weg dahin gefunden. 20, 43. Da hinten ist auch noch eins. Ich bin aber gerade sehr zuversichtlich, dass es das da ist. Ich hoffe, wir haben, was Bribedog von uns will. Es ist 20, 53. Das ist nicht das, wo wir hin müssen. Shit. Okay, warte mal. Pass, obacht. Wir brauchen irgendeinen, dieser Strudel, der... Ja, da oben. Oh ja, das ist definitiv da oben. Guck mal, da fährt sogar ein Aufzug. Aber da hochführt halt nichts. Das ist mein Problem gerade. Da ist noch nichts, was dann nach oben führt. Also das, dieser Auftrieb hier bringt uns dahin. Aber von da aus geht es irgendwie nicht weiter. Also ich gucke nochmal, aber irgendwie ging es da nicht so wirklich weiter. Moment. Wir haben auch nur noch eine Stunde und fünf Minuten, dass wir unser Gate hier finden. Ah, könnt ihr bitte? Danke. Oh, ich dachte gerade, das wird schon wieder schief gehen oder so. Ähm, wo, wie, wer, was, wann, warum? Oh Gott. Ich habe gerade völlig die Orientierung verloren. Wo ich das Ticket weggeschmissen habe. Ja, als wüsste ich jetzt noch, wo ich das Ticket weggeschmissen habe, ne? Ich kann auch einfach mal versuchen hier so. Oh Gott, nein, kann ich nicht. Moment. Warte. Mit, 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 mit ein bisschen mehr Schwung. Oh, warte. Ah, ah, ah. Hallalala, hallalala. So. Okay. Ich würde ganz gerne jetzt eigentlich mit meinem coolen Regenschirm darüber fliegen, aber wir schweben jetzt nur noch in der Luft. Ähm. Hm. Bei dem Dealer. Ja, der war hier. Der war da. Der war hier. Äh, warte. Da halt. Genau. Aber von hier aus geht ja nicht wirklich was nach oben. Also das Ding hier. Ah, nein. Oh Gott, nein. Ah, lalala. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gegensteuer. 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 Oh Gott. Ja, das war's. Was ist denn? Da war was unten. Habt ihr das gesehen? Da war was. Da nämlich. Warte mal, kann man da gezielt hinsteuern? Was müsste da sein? Da, wo diese komische Wurzel rausragt. Oh, warte. Warte mal. Oh. Ähm. Moment. Egal, was unten drunter ist. Oh shit. Ach so, wir müssen da rüber. Oh, scheiße. Hahaha. 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 Ähm. Ja, warte mal. Doch, doch. Das ist, glaube ich, gar nicht so doof. Ich glaube, der Schirm kann uns gerade tatsächlich helfen. Aber ich würde trotzdem ganz gerne erstmal hier gucken. Was ist da? Okay. Was ist hier? Ich meine, schau dir das an. Da leuchten blaue Flammen. Ah. Nicht vom Baum fallen. Das ist doch sicher was Wichtiges. Oh. Okay, warte. Babaya Dog. Hi. Oh, hi. Ich rede gern mit dir, aber ich, äh, muss vielleicht noch ein bisschen Haushalt machen. Ähm, du bist jetzt verflucht. Was? Ach so, nee. Oh. Er hat sich quasi einen Fluch von der Leber geschüttet. Okay. Ist das, äh, was? Ich bin der Babaya Dog. Ähm. Legendärer, äh, nein, eine Legende aus der russischen Folklore. Ähm. Eine elterliche Entität, die seit tausend von Jahren existiert. Yada, yada, yada. Bla, bla, bla. Äh, ich versuche so nett wie möglich zu sein, aber wenn du mit mir redest, äh, dann redest, dann gehst du halt verflucht von dannen. Das ist einfach so, wie es funktioniert. Okay, was passiert jetzt? Äh, ich bin nicht sicher. Ich höre da verschiedenste Sachen zu. Äh, worst case? Dein Leben wird sehr, sehr verrückt und sehr dunkel für eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm. Du wirst ein, ein, du wirst der absolute Hit bei Partys. Naja, egal. Das ist, äh, nicht wirklich ein Grund, um sich irgendwie down zu fühlen. Wie geht's dir? Das, äh, kann ich dir irgendwie helfen? Außer, dass ich dich nicht verfluche? Also, dann, dann, dann sag mir einfach was. What? Warum wurden wir... Ich verstehe es nicht. Äh, w-w-w-w-wa, also, jetzt mal... Hä? Okay, cool. Wir wurden verflucht. Wir haben nicht ein Item bekommen. Nichts. Von einem... Ähm. Ja. Wir wurden verflucht. Ich merke nichts von diesem Fluch, wenn ich ehrlich bin. Das ist aber vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Äh, so, Problem ist, wir müssen, glaube ich, jetzt einmal kurz hier runterfallen. Weil ich gerade jetzt keinen Weg nach oben sehe. Achso. So, pass, obacht. Äh, diese Dingens hier, dieser Aufwind, hilft uns vielleicht doch. Oh, 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 oh. Okay. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, so wirklich Steuern in der Luft ist hier nicht. Äh, 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 äh. Jopp. Steuern in der Luft ist hier nicht. Also nicht so wirklich. Okay. Jetzt aber. Gott. Passt. Schirm. Und jetzt rein in den Dingens. Der hier nicht ist? Oh nein. Hahaha. Oh. Ich ging eigentlich davon aus, dass dieser komische Traktorstrahl hier unten startet. Tut er offensichtlich nicht. Hahaha. Warum? Hä? Das, sag mal. Also, hä? Dieses Spiel ist so merkwürdig. Und glaub mir, ich verstehe mir, das ist genauso wenig wie ihr. Okay, jetzt aber. Jetzt würde ich ganz gerne nach vorne steuern. Nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ich drücke wie ein Bescherder nach vorne. Okay, wir sind so hoch wie noch nie. Wir haben noch eine gute Stunde, um unser Gate zu finden. Und wir fliegen immer noch nach oben. Ich sollte vielleicht mal was anderes in die Hand nehmen. Wir fliegen immer noch nach oben. Ähm. Ja, ich glaube, der Bedarf nach einem Flugzeug hat sich gerade halt einfach erledigt. Oh nein. Oh. Oh. Stopp. Wir fallen. Hahaha. Wir fallen. Wir fallen. Fallen wir bitte auf die Ebene, auf die ich fallen will. Ja. Oh. Gott sei Dank. Ui, 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 ui. Ist das die Ebene, wo ich hin... Ja, doch. Das ist... Doch, doch. Das ist... Ja. Ja. Ja, ja. Das ist die neue Ebene. Puh. Okay. Gut. Jetzt ist ein GG völlig. Hahaha. Das war spannend. GG. Hahaha. Oh. Revolutionärer Künstler. Hör zu. Wir werden Dinge verändern. Wir werden Dinge zerstören. Du wirst die meisten dieser Dinge tun, aber ich werde zugucken und, äh, das Lob dafür einheimsen. Wir werden Rache an fiesen, äh, äh, Mitbewohnern. Überall nehmen. Tust du mir einen Gefallen? Dann gebe ich dir eine Kanne, äh, eine Dose grüne Farbe. Und du kannst damit, äh, ganz wilde Dinge tun. Deal? Äh, okay. Was, was willst du von mir? Sie will eine Axt. Für regenerative, also, äh, was? Zur Entspannung quasi. Außerdem um das, äh, äh, um das Schloss, äh, am Kühlschrank zu knacken. Okay. Ich hab grad keine Angst. Okay. Ich soll mich beeilen. Sollen wir die, ang-, sollen wir die Dings suchen? Ich glaube, wenn wir unser Gate finden, bin ich erstmal happy. Ich will nicht wieder hier hochfliegen. Da ist unser Gate. Oh mein Gott, Leute, da ist unser Gate. Hi. Was du vor dir siehst, erscheint dir vielleicht so wie jemand, der einfach nur seinen langweiligen Bürojob tut. Aber, ich habe Hobbys. Ich bin ein Seeker. Ein Sucher. Der konstant, äh, nach seiner nächsten Horizont erweiternden Erfahrung sucht. Und, äh, als Resultat dessen wünsche ich mir magisch, äh, nein, wünsche ich mir magisch zu werden. Wenn du mir hilfst, wenn du mir dabei hilfst, magisch zu werden, dann lass ich dich an Bord. Guter Deal, ne? Ja, okay. Warte. Das, äh, jo. Oh, oh, shit. Ähm, ja, ja, warte, 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 warte. Geben wir dir das Grimoire oder geben wir dir... Ich gebe dir das Grimoire. Du bist so ein niedlicher und du kannst ein bisschen dunkle Magie gebrauchen. Da. Hi. So, warte. Hier. Ach so. Bouncer Grimoire auf... Okay. Ja, warte. Hat das jetzt funktioniert? Oh. Das ist... Nicht so prickelnd. Du hast deine Tür auf eine neue Ebene der Existenz für mich geöffnet und trotzdem... Äh, will ich nur eine Weile... Will ich nur ein Nickerchen machen. Mirkwürdig. Naja. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Du hast, äh, meine Erlaubnis, an Bord zu gehen. Äh, viel Glück mit deinem Flug und vergiss nicht, neue... Selbst neue Dinge zu suchen und zu ausprobieren und... Bleib neugierig, anders gesagt. So. Du kriegst mein Ticket. Äh, ja. Da, da, da ist mein Ticket. Oh, nice. Wupp. Und da ist das Ding offen. Hervorragend. Da ist halt ein Aufzug hoch, ne? Da. Ich kann nicht gehen, ohne den Aufzug vorher einmal genommen zu haben. Das wisst ihr, oder? Das geht halt jetzt auch nicht. Ha, äh, äh. Oh. Ja, ne? Hm. Ja. Ich glaube, er kommt wieder. Ja, er kommt wieder. Das Spiel denkt sich was anderes. Ja, ich merke das schon. Aber ist das nicht immer so? Man läuft zum Aufzug, die Tür geht zu. Man wartet erstmal wieder 30 Minuten, bis der nächste Aufzug frei wird. So, jetzt aber. Gut. Gut. Vielleicht finden wir da oben eine Axt. Dann könnten wir auch noch die Revolutionskatze befriedigen. Das ist ein sehr langer Aufzug. Ein sehr unsicherer Aufzug. Der TÜV würde definitiv Nein sagen. Hier oben ist nur eine Toilette. Und ein paar Gedankeautomaten. Was? Ah, und Geldautomaten. Und Telefone. Und Mülleimer. Und noch mehr Getankeautomaten. Und habe ich schon die Toilette erwähnt? Hm. Okay, und wenn ich jetzt rein theoretisch da rüber laufen würde, würden wir... Nein. Nein, vergiss es. Nein, 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 nein. Oh, warte mal. Genießt diese Aussicht. Gemeinsam mit mir. Es ist einfach schön. Es könnte in Richtung Sonnenuntergang gerade gehen. Es ist wunderbar. Es ist toll. Es ist... Ja. Ja. Es ist... Ja. Gut. Do it. Ich weiß nicht, ob ich das würde. Wenn ich ehrlich bin. Ich nehme mal extra viel Anlauf. Unser Flug geht in einer Minute. Wir werden nie pünktlich sein. Ah, nein. Oh, mein... Oh, oh, oh. Oh, no, no. Oh, 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 oh. Das hat halt nicht mal ein Achievement gegeben, ne? Ich hatte wenigstens mit dem Achievement gerechnet. Okay. Gut. Ja. Ich hoffe, du bist zufrieden, Eol. Wir haben es getan. Da musste ja unbedingt einer ganz nach oben zu den Klos. Ja, ich wusste doch nicht, dass da Klos sind. Gut, man hätte es vorher sehen können. Weil wir fliegen, weil wir fliegen schon wieder ewig hoch. Ich bin übrigens nicht sicher, ob das hier der offizielle Weg ist, weil ich glaube, der Schirm ist ein optionales Item an dieser Stelle. Also, keine Ahnung, ob man hier normalerweise auch so hoch finden könnte. Das hat nicht gereicht. Meine Vorwärtsbewegung war zu wenig. Okay, ich versuche jetzt schon mal nach vorne zu bewegen. Ui, 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 ui. Oh, okay, Moment, ja, ja, das, oh, ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Wir können nicht gerade nach unten gucken. Oh doch, ich glaube, wir haben eine ganz, ganz leichte Vorwärtsraktion. Oh mein Gott, ja, 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 wir landen, wir landen da, wo wir hin müssen. Ui, 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 ui. Oh, schön. Oh, es ist immer wieder eine Freude, hier mit dem Schirm durch die Gegend zu fliegen. Das ist einfach wunderbar. Wo ist unser Gate? Da hinten. Mein Flieger ist weg. Nein, nein, das ist 2044. Das war unsere Abflugzeit. Der ist nicht weg. Der ist nicht weg. Nein, ist er nicht. Ha! Ha, 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 ha. Wer bist du denn? Pull the dash! Was? Der Flug ist abgehauen und hat uns zurückgelassen. Und, 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 und. Viertelsticks! Was? Wow. Language. Oh, es tut mir leid. Ich bin nur sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr aufgeregt. Und ich brauche dringend, dringend ein Nickerchen. Äh, wie lange musst du auf einen anderen Flug warten? Nur ein paar Minuten. Und, äh, du bist dieses Gate einem anderen Flug, äh, zugewiesen. Und, äh, das, äh, ja, dann, äh, ja. Ah, ich glaube, ich sollte mir erlauben, mich elend zu fühlen. Zumindest für ein paar Minuten und dann, äh, dann einfach weitermachen. Ja, dankeschön für deine, äh, Naja, für, 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 für alles, was du gerade getan hast. Human-Friend-Person. Unser Flug ist wirklich weg. Äh, japp. Okay, cool. Unser Flug ist wirklich weg. Was ist denn für Schiss? Die warten nicht. Es kommt doch kein Ausruf. Mensch, XY, bitteschön. Ah. So, was, da, was, du hast vorhin gesagt, du hast sturmfrei. Frau ist 23 Uhr am Arbeiten, Kinder im Bett seit 1930. Alles super, oder? Funfact ist, Kind hat gerade sein Bett voll gekotzt. Laken, Decken, Kisse, Vorhang, Stoff, die ihre Bettschlange. Alles voll. Oh, wow. Ja, dann, äh, Säbel. Äh, viel, viel, viel Spaß, glaube ich. Nicht sicher. Ähm, ja. Okay. Ja, dann viel Spaß beim Saubermachen. Ähm, ja, wild. Zu viel zu sturmfrei. Gut. Schön. Okay, thanks, bye. Ei, 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 ei. Sehr wild. Mindestens genauso wild wie dieser Daniel, der gerade in den Chat gekommen ist. Hallöchen. Wir haben gerade unseren Flug verpasst. Ich finde es übrigens irgendwie, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber in dem Moment, wenn wir da so runterfliegen wieder, von da oben, ähm, geht die Musik, also wirkt so ein bisschen wie so ein Unterwasser-Lautsprecher. Ich finde das voll gut. Keine Ahnung, ob das Absicht ist. So, 21.03. Ne, 21.08. 21.07. 20.44. Wo ist jetzt unser, wo ist denn jetzt unser, ach Gott, wo, 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 wo ist denn jetzt unser Gate? Äh? War das weiter unten? Vermutlich. Wo waren denn hier Gates? Ganz unten waren auch Gates. Ei, 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 ei. Oh, weil Daniel appears, ja. Oh, Wunder, oh, Wunder. So. 21.46. 45. 48. Ähm, da hinten sind noch Gates. Okay, die Dinger machen uns schnell, wenn wir durchlaufen. Das ist ja praktisch. So. Du bist immer auch mal weg. Was? Viel Spaß noch. Alles klar, Eol. Dankeschön, dass du da warst. Schlaf gut. Wir sehen uns. Da ist unser Gate. Ja. Oh Gott, wir müssen. Oh nein. Warte mal, Reverse-Bribe-Dog. Hey. Du kannst meinen Namen sehen. Ich kann meinen Namen sehen. Wir beide wissen. Wie das enden wird. Ähm, ja. Ja, ja. You've been bribe-dogged. Äh, okay. Danke. Wir haben einen Knochen. Cool. Einen illegalen Knochen. Aber wir haben einen Knochen bekommen. Also. Ja, da ist mein, äh, Dingams. Wupp. Auf geht's. Nächster Flug. Wärst du ein Pokémon, du würdest dich fangen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Hahahaha. Warte mal. Irgendwas ist anders. Wir sitzen am Gang. Warum sitzen wir am Gang? Ähm. Ich glaub, da kommt ein Hund auf uns zu. Es ist ein Pferd. Warum ist das ein Pferd? Warum bist du ein Stockfotopferd? Das Pferd. Ich tue so, als würde ich es nicht sehen. Oh, guck mal, der schöne Himmel da draußen. Wunderbar, ne? Es ist Nacht. Es ist romantisch. Wir sind offensichtlich alleine im Flieger. Warum auch immer, bis auf dieses komische Pferd. Aber das, das... Wir sind... Nee. Es ist nicht da. Nein, es ist nicht da. Oder? Nein. Nein. Ich kann auch nicht gehen oder so. Ich kann auch nicht springen. Ich kann auch nicht abhauen. Ha! Schau dich noch an. Ein blutiges, nasses, bestialisches Ding. Oder? Ähm. Oh Gott. Nein, nicht Gott. Ha! 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 Ich seh' nicht, Fleischding! Fleischding! Blutding! Ich rieche dich! Was? Ich würde jetzt gerne gehen. Ähm. Du bist einfach nur komplett allein. Du bist hier gefangen. Mit mir. Und... Wenn du da draußen bist, bist du mit dir selbst gefangen. Was? Ich hab Christa. Christa. Christa, unsere Freundin! Die gibt's. Irgendwo. Da draußen. In den Weiden des Universums. Niemand weiß, wo sie ist. Und niemand weiß, was sie arbeitet. Weil sie darf ja nichts über ihren Job verraten. Aber sie ist da irgendwo. Ich bin nicht allein. Nein, ich... Nein, bin ich nicht. Sie verlässt dich. Sie verlassen dich. Und du bleibst. Und... Weil irgendwas falsch mit dir ist. Du bist ein Idiot. So. Was? Selbst wenn du als erstes gehst, bist du derjenige, der daran zerbricht. Was? Fleisch ist Fleisch. Fleischschmied? Wie übersetzt man das? Das ist Fleisch ist Fleisch. Ich... Sorg dich, Ding. Ähm... Zerbrechlich, Kind. Ich mag dich. Egal, wo du hingehst oder was du tust. Du wirst dich an diesen Tag erinnern. Als wir zusammen geflogen sind. Du spielst mit Hunden, während deine Innereien brennen. Dein... Dein... Dein Gedächtnis... Geht weit zurück. Wenn du glaubst. Nein, wenn du auch nur eine Sache davon glaubst, die ich von mir gebe. Tief. Nein, wenn du... Wenn du auch nur an eine Sache daran glaubst. Auch wenn es nur tief... Tief in... In dir drin ist. Dann habe ich gewonnen. Der Abgrund... Ähm... Befindet sich in jedem deiner Flügel. Du hast ihn längst vereinnahmt. Ähm... Du hast nur neues Wissen. Und ich lebe hier auch. Okay. Ich habe ab jetzt einen anderen Blick auf Pferde. Und ich weiß nicht warum. Ähm... Hat jemand Bock auf Lasagne? Wo sind wir? Oh, Grand Canyon! Oh nice! Das ist hübsch. Oh. Okay. Es ist nicht mehr ganz so hübsch, glaube ich. Das ist... Das ist... Ist das Blut? Wahrscheinlich. Fleisch ist... Menschliches Fleisch und Meat ist von Tieren. Ja, irgendwie sowas. Ja. Glaube ich. Meine ich. Was du feierst? Ist meine Vertonung so sehr? Ich weiß ja nicht mal, was ich mache. Ich fange mit irgendwas an und dann muss ich es durchziehen. Was manchmal gar nicht so schwer... Äh... Gar nicht so leicht ist. Gib mir mal ein Ticket. Was? Was sagt der? Uranus! Warum? Okay. Ja. Danke. 14.15 Uhr. Das klingt nach einer guten Zeit loszufliegen. Warum 14.00... Wow. Die Musik. Lasagne ist geil. Damals war die geiler mit dem Deklarationsfehler. Ja. Also hier im Norden ist Pferdefleisch jetzt nicht so ungewöhnlich. Das sieht man schon mal irgendwo selten. Aber man sieht es schon mal. Gegessen habe ich trotzdem noch nicht. Und ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich würde es tatsächlich probieren. Mich würde es interessieren, dass... Also gerade Pferdelasagne, weil das halt auch gerne mal Teil von Witzen ist und so. Ne? Äh... Tatsächlich würde ich Pferdelasagne schon mal probieren. Wenn mir die mal irgendwo unterkommt. Was bist du denn? Oha! Der Bauarbeiterhund! Das ist ein Rollstuhl. Warum hast du... Oh nein. Sir, ich bin ein Hund mit einem einfachen Traum. Ich will hinter den Dagone-Wasserfall kommen. Ich habe einfaches Bau... Äh... Äh... Bauequipment. Ich habe... Äh... Ich habe ein paar wenige... Äh... Sicherheitsbarrieren. Ich habe eine... Kannst... Kann nicht schaffen... Attitüde. Und äh... Die Fähigkeit... Ähm... Vor allem davon zu laufen, die mich nach einer Erlaubnis fragen. Ähm... Also Bauerlaubnis in dem Moment. Äh... Ich bin absolut vorbereitet auf industrielle Ingenieurskunst. Ähm... Okay. Willst du mit mir kommen auf die... Äh... Um eine Antwort auf die Frage zu finden, was zum Teufel hinter diesem Wasserfall ist. So wie eine coole Person das tun würde. Äh... Äh... Ja? Ich... Ich wusste es nicht. Deswegen habe ich gefragt. Äh... Du... Äh... Wärst überrascht, wie viele Leute nicht cool mit dieser... Unglaublich tollen Idee und mit diesen ganzen unregulierten, komischen Bauprojekten wir... Äh... Sind. Okay. Äh... Erzähl mir mehr. Wir... Wir brauchen Holz. Ich habe Staffelequipment, aber wir brauchen... Äh... Die... Die Kernbaumaterialien. Du bringst mir ein paar Planken und, äh... Wir sind im Business. Äh... Ja, warte. Warte! Haha! Moment. Wir haben eine... Wir haben auch... Gut, wir haben auch einen Knochen, aber wir haben auch eine Planke. Planke. Ja, da. Oh, fantastisch! Fantastisch! Komm, bauen wir das mal eben ganz kurz rum. Oh, ja! Das ist genau das, wonach wir gesucht haben. Ich fange sofort an, damit zu bauen und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen, ne? Oh. 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 Okay, das ist spannend. Das will ich tun. Ich will dir helfen. Also wirklich helfen. So richtig helfen. Hallöchen, Lilith. Was wegen dir? Esst ihr am 24.12. Pferde Bockwurst? Pferd ist ganz gut. Ja, tatsächlich noch nie gegessen, wie gesagt. Mich würde es mal interessieren. Ich weiß, das ist auch schon was wieder so ein Tabu-Ding, weil da haben viele natürlich auch irgendwie so eine persönliche Beziehung zu Pferden, aber mich würde es interessieren. Also, das Holz funktioniert großartig, aber ich war ein bisschen sehr enthusiastisch. Ähm, wir haben bald keines mehr davon. Okay, brauchst du mehr davon? Nein, nicht wirklich. Also, ähm, wenn wir die, äh, wenn wir die Planken, die wir bereits haben, etwas effizienter nutzen, dann glaube ich, kommen wir durch das Projekt, ohne dass wir mehr weitere, äh, ohne dass wir mehr Materialien brauchen. Ähm. Du musst mir nur eine Axt bringen. Okay. Ich starte mit einer Planke. Zwei Haxi, jetzt habe ich zwei Planken. Zwei Haxi wieder, habe ich vier Planken. So funktionieren Schneeballsysteme. Mit der richtigen Axt kann ich eine unlimitierte Menge an Planken machen. Äh, ich wusste nicht, dass das, äh, ich wusste bis eben nicht, dass das überhaupt möglich ist, aber jetzt brauche ich's. Interessant, wie das funktioniert. Ähm. Okay. Ja, warte. Wie funktioniert das? Warte, wir, wir, wir suchen die Axt. Ja, wir, wir suchen die Axt. Leute, wir suchen eine Axt. Wo, wo finden wir eine Axt? Das ist Safety Dog, ne? Du gibst uns bestimmt keine Axt. Das wäre eher merkwürdig. Wo finden wir eine Axt? Bestimmt im Buchladen. Hallo? Aha. Oh, nein. Eher unwahrscheinlich, dass wir hier eine Axt finden. Oh mein Gott, das Spiel ist so viel unverreicher, als ich das hier mal... Oh, Boden. Als ich das jemals vermutet hätte, wenn ich ehrlich bin. Im Axt-Fachhandel. Ja, aber ich hab noch keinen Axt-Fachhandel gefunden. Das ist das Problem. Also, wir haben alles gesehen, außer Äxte. Oh mein... Oh. Oh, Flugtaxi. Flugtaxi. Da gibt's doch bestimmt Äxte. Du hast Raphaelo, du bist zufrieden. Oh, Raphaelo ist leider schon geil, ja. Das kann man sich durchaus mal gönnen, ja. Wobei ich tatsächlich eher Fan von Rocher bin. Oh, hier. Axt. Oder? Das ist doch... Ne, warte mal, das ist doch Magierladen. Ne, warte. Nur weil die Sägen haben, heißt das nicht, dass die Äxte haben. Du hast Dingens. Was bist du? Du hast Klopapier und Bananen. Ja. Wo finden wir eine Axt? Das ist ein Gate. Das ist der Kaffeeladen. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Das sieht jetzt alles nicht so aus, als würden die hier Dingens machen. Okay, wir suchen uns doch mal Dingens. Bei Raphaelo bist du auch eher schwach, an der du wenigen Süßigkeiten, die du geil findest. Weißt du, was richtig, richtig geil pervers ist? Raphaelo Eis oder Raphaelo Krebs? Holy Moly. Das ist einfach nur insane gut. So. Oh. Ich nehm den erst nur. Ja. Warte. Nein, stopp. Ich gehöre zu den coolen. Ich sitze natürlich hinten im Bus. Ich hatte keine Schokolade, mag es bis auf weißes Raphaelo. Ja gut, das ist natürlich eine Sache. Ich bin eigentlich auch so der weiße Schokoladetyp. Also ich mag die deutlich, deutlich lieber. Auch wenn mir durchaus bewusst ist, dass weiße Schokolade eigentlich keine Schokolade ist. Ähm. Aber. Ne. So. Schon. Schon geil. Also. Durchaus. So. Grundlegend. Warum ist da ein fetter Stern? Okay. Wir suchen ne Axt. Immer noch. Du bist der Skateboard-Laden. Wie weh, Säbel. Ich hoffe, du konntest die Sauerei irgendwie beseitigen. Du konntest uns jetzt sagen, was nicht geil ist. Oh, ich hab vielleicht ne gewisse Vorstellung davon, was nicht geil ist. Nach dem, was du vorhin geschrieben hast. Oh mein Gott. Oh. Christa. Das ist sie. Das, 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 das ist unsere, das ist unsere, unsere, unsere Freundin, Partnerin. Nein, wir sind nicht verheiratet. Das weiß ich noch. Ich such trotzdem ne Axt. Ist auch geil, ne? Wir sehen die seit Monaten wieder. Das erste, was wir machen, ist weiter ne Axt suchen. Macht man halt so, ne? Muss ne gute Beziehung aushalten. Was ist denn das? Was ist? Okay. Okay. Bücher. Ich hab keine Ahnung, wo wir ne Axt finden sollen, Leute. Wo sollen wir ne Axt finden? Warte mal, dich kenn ich. Den Hund kenn ich aus nem anderen Spiel. Ich weiß nur nicht aus welchem. Ich wette, du kannst mich nicht streicheln. Oh. Tatsächlich. Wachst. Nein. Äh. Stimmt gar nicht. Will ich, dass du mich streichelst? Obwohl du es nicht schaffst. Hm? Also, falls du mich bereits gestreichelt hast, will ich, dass du es nochmal tust. Natürlich könntest du immer nein sagen. Oder? Du bist... Was? Ich bin kein Hühnchen. Streichel mich. Und beweis es. Warte. P. Gatscha. Woher kenne ich diesen Hund? Der kommt aus irgendeinem anderen Spiel. Ich weiß noch nicht aus welchem. Aber gesehen habe ich den schon mal. Gut. Wir haben ihn auf jeden Fall gestreichelt. Er hält sich für ein Genie, weil er all die Streicheleinheiten abkriegt. Naja. Wir sagen sie mal nicht, ne? Was nur überfordert, was alles zusammen in die Waschmaschine kann. Hast du erstmal Bettzeugs reingekloppt. Ja, okay. Ja, kann ich... Kann ich verstehen, ja. Kann ich... Kann ich verstehen. Oh, okay. Leute, wo finden wir ne Axt? Niemand hat ne Axt für uns. Weißt du, Schoko-bezogen Abfallprodukte haben schon früher sogar in Sachen geführt. Ja, das ist... Das ist... Ja. Das lässt sich nicht so einfach abstreiten. Das ist absolut richtig. Was bist du denn? Willi Docker. Okay. Hallo, ich bin Willi Docker. Connoisseur der süßen Träume. Bla. Ja. Und, und, und. Sünder der Sündigen. Nein. Sünder der Sünden. Und... Ja. Ja, alle kennen Willi Wonka, glaube ich. Du willst ein goldenes Ticket. Um... Ja, warte mal. Das kennen wir schon. Nicht wirklich, aber egal. Das... Ja, okay. Gib her. Goldenes Ticket. Ja. So, und was mache ich jetzt so mit? Okay. Nichts. Gut. Leute, wir haben ein goldenes Ticket. Was wir damit anfangen können? Keine Ahnung. Aber wir haben ein goldenes Ticket. Hat auch nicht jeder. Muss man jetzt auch mal dazu sagen. So, wir sind... Wo... Wo sind wir? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Willi Docker. Ja. So. Wir finden keine Äxte, oder? Na gut. Wir reden mal... Wir reden mal mit Christa. Das wird jetzt die Story nicht unbedingt... Aufklären. Aber wir reden mal mit Christa. Falls wir jetzt keine Axt finden... Auf Teufel komm raus werde ich die jetzt auch nicht suchen, ne? Was ist das denn? Achso, du bist der Eis... Ja, warte. Du, du... Nee, du, du... Dich hatten wir schon. Hi, Christa. Hallo. Du hattest denn doch beim Zauberladen geschaut? Nee, da hatten wir schon, was wir brauchen. Oder was wir rauskriegen können. Und das war... Der... Warte. Da. Das war der Tuschstab. Mehr gab's da nicht. Gut. Christa. Guck mal, was ich kann. Ja. Ja. Schön, ne? Warte. So. Yo, wo warst du? Ähm. Ich hab ein paar Flügel verpasst. Ich hab tatsächlich Flügel verpasst. Passiert mir andauernd. Es ist schön, dass Hunde sich darüber keine Sorgen machen, ne? Also, dass man den Flug verschiebt und so. Oder überhaupt um Geld, ne? Wir fliegen kostenlos. Macht auch nicht jeder. Es ist ein bisschen beängstigend. Ähm. Wie sehr Hunde sich nicht um Geld scheren. Äh. Ich, äh... Wir la Revolution. Ich komme eigentlich hervorragend zurecht. Ja, kein Problem. Ähm. Wir machen eine ganze Menge, äh... Tests gerade im Labor. Und es... Es gibt mir Zeit, nachzudenken. Außerdem. Ähm. Mal bei einem Meeting etwas früher zu erscheinen. Statt immer nur zu spät. Ich hab so ne... Ich hab so ne... Kleine Bilderidee. Hast du darüber nachgedacht, äh... Neue Freunde zu finden? Oder einen neuen Freund zu finden? Ähm. Ähm. Was? Aber wir sind... Okay. Nun ja. Ähm. Ich weiß, dass die meisten Hunde, mit denen ich rede, quasi mein... Quasi per... Standardmäßig mein Freund sind. Und... Und... Und das ist schön. Aber es ist irgendwie auch... Es ist so flüchtig. Es ist wichtig, dass man Freunde hat, die, äh... Weiter als nur bis zu einem Lächeln gehen. Das ist deep. Ähm. Das ist, äh... Warum ich dir vorschlagen wollte, dass du, ähm... Ähm. Was, wenn du mit Cage-Dog... Freunde werden würdest? Ähm. Okay, das ist... Okay. Nice. Amy, schlaf gut. Schlaf gut. Danke, dass du da warst. So. Warte mal. Der Cage-Dog, der uns in den Käfig gepackt hat? Äh. Ich verstehe, der Widerstand. Ähm. Ich war diejenige, die gesagt hat, du solltest etwas vorsichtiger... Sein. Ähm. Einfach so einem großen... Unglaublich großen Hund zu vertrauen, der... Äh... Käfige auf Leute wirft. Äh. Aber bevor er uns, äh... Eingesperrt hat, in diesen Käfig. Ähm. Wirkt er ja eigentlich ziemlich cool. Ziemlich entspannt. Toller Typ. Ich weiß nicht. Ähm. Er ist... Er ist irgendwie etwas... Ja. Ähm. Wie übersetzt man das am Blödesten? Er hat eine etwas tiefer gehende Persönlichkeit als alle anderen Hunde, die wir bisher getroffen haben. I don't know. Ähm. Außerdem habt ihr so ein, äh... An-Aus-Freundschafts-Rivalitäts-Ding am Laufen, das wirklich viel Potenzial hat. Eine... Eine... Das Beste, was ich gehört hatte, Cagedog, der... Hund! Der Käfigeliebt, äh... War in Petsville. Okay. Mach mit der Information, was du willst. Okay, wo wir uns das nächste Mal treffen. Was hältst du davon, wenn wir uns das nächste Mal wieder bei Beachville treffen? Ähm. Ja, ich, äh... Will erst mal noch so ein bisschen Sommerbräune, bevor es auf Arbeit wieder richtig rund geht. Okay. Fantastisch. Lieb dich. Ja. Same. What? Die will, dass wir mit Cagedog, der Hund, der uns in den... Verdammten Käfig gesperrt hat, Freunde werden. Was stimmt mit unserer Freundin nicht? Was ist mit der? Verlobte. So sieht's aus. Sie ist unsere Verlobte. Was? Was? Warum? Why? Gut. Ähm. Ja. Klar. Natürlich. Ähm. Kann man... Kann man mal machen. So, es ist 14.15. Ich... Ich geh mal ganz kurz hier in den... In den Zeitbeschleuniger. Vergiss die Axt nicht. Ja, es ist, äh... Also, auf Biegen und Brechen werde ich die jetzt auch nicht suchen. Hm. Ich hatte irgendwie jetzt gerade die Hoffnung, dass Christa irgendwas dazu weiß, aber... Hm. Halt auch nicht so wirklich, leider. Und wie Böhmel? Wie Böhmel? Ich bin verlobt. Ja, im Spiel. Offensichtlich. Warum? Keine Ahnung. Aber wir sind's. So. Okay. Also. Also, Axt. Axt, 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 Axt. Ich schaue jetzt nochmal durch die Läden durch. Ob wir da irgendwo irgendwas finden, was an eine Axt erinnert. Theoretisch könnte man auch eine Gitarre nehmen. Satelliten und Raketen sind jetzt auch nicht so unbedingt das, was ich jetzt da vermuten würde. Das ist jetzt das zweite Mal, dass diese dämliche Tram vor uns abhaut. Das ist nicht in Ordnung. Ich frage mich, was wir mit diesem goldenen Ticket tun können. Das ist ein Flucht-Tram. Ja, ich merke das schon. Ich merke das schon. Die mag uns nicht so wirklich. Bye, bye. Have a good time. Dachte sich die kleine Tram. Ja. Ja. Hallo? Oh, sie kommt wieder. Es ist schlimmer als der Aufzug vorhin. So. Das goldenen Ticket wäre halt eigentlich auch ganz... Also, ja, ne? Hätte halt auch was. Ich habe keine Ahnung, wo wir das loswerden. Wow. Habe ich mich gut hingestellt. Holy shit war das. Haha, Punktlandung. So. Okay. Dachst du übrigens erwähnen, dass sich die Mucke etwas aggressiv macht? Ja. Die gehört aber zum Spiel dazu. So. Okay. Was ist denn das? Ein Schirm. Das ist der Magieladen. Das ist der Schrankladen. Bananen und Klopapier. Ähm, ja. Okay. Du weißt schon, warum deine erste Handlung immer Musik aus den Spielen ist? Dann verpasst du so viele tolle Musik in Spielen. Geh doch mal rein und frag wenigstens. Kommt uns bestimmt gleich nochmal unter der Laden. Würde mich jetzt nicht wundern. Ein Bett haben wir noch dabei. Das haben wir dabei. Das ist der Kofferladen. Du bist in Ordnung. Dich kennen wir auch. Du bist der Bücher. Äh, nein. Der Blumenladen. Bücher ungleich Blumen. Habe ich irgendwann mal gelernt. Das ist das. Das ist das Safe Spot. Ich speichere mal ganz kurz. Äh. So. Okay. Geschweichert ist. Du findest diese Welt gruselig. Es ist halt irgendwo. Ich weiß nicht. Im Weltall. Auf irgendwelchen fremden Planeten. Und wir suchen Dinge. Also. Also. Ich weiß nicht, warum wir hier sind. Wir wurden eingesperrt und wir sind hier aufgewacht. Also nicht hier. Aber. So in der Richtung. So. Magic Dog. Presto. Ich habe einen Kunden. Hallo. Äh. Ich nehme den Zauberstab. Ja. Gut. Dann haben wir zwei Zauberstäbe. Dich kennen wir halt auch. Das ist halt die Sache. Die geben nichts Neues her. Du bist der Informationshund. Okay. Warte mal. Eine Sache ist mir halt noch aufgefallen. Bei den Dialogen vorhin stand sehr sehr oft Safety Dog drin. Sehr sehr oft Safety Dog. Da ist unsere wunderbare Baustelle. Da ist unsere wunderbare Baustelle. hier. Hier. Wenn du irgendwas gefährliches findest, bringst du mir. Bla bla bla. Warte. Ähm. Oh. Wie. Okay. Wie fühlst du. Oder was sagst du zu Construction Dogs Rosenprojekt? Es ist extrem cool. Aber. Warte. Alles was er bisher getan hat, ist so ziemlich das gefährlichste, was man ungefähr tun kann. Es ist so gefährlich. Okay. Gut. Die Flüssigkeit unter uns. Das ist auf jeden Fall Blut, oder? Ich weiß es wirklich nicht, Mann. Also, es sollte nicht Blut sein. Es riecht nicht wie Blut, aber jedes Mal, wenn ich, äh, frage, ähm, schaut der Hund, den ich frage, äh, auffällig und schuldig weg. Ja. Ich werde auf jeden Fall, äh, dem Drang widerstehen, diese mysteriöse rote Flüssigkeit zu trinken und, äh, für deine Sicherheit solltest du das auch tun. Okay. Habe ich irgendwas, das ich... Hm. Warte mal. Haben wir, haben wir irgendwas Gefährliches, was wir ihm gerade geben können? Nee, das ist nicht gefährlich. Gitarren sind nicht gefährlich, Blumen nicht. Das Grimoire ist gefährlich. Ja, hier. Es ist nicht gefährlich. Nicht, nicht so wirklich. Also, nicht für ihn. Okay. Wir haben nix. Wir haben keine Axt. Wir finden keine Axt. Wo ist die Axt? Hm. Erstmal das Eis verspachteln. Keine Ahnung, wo wir hier eine Axt finden. Jetzt mal ganz ehrlich. Wo finden wir eine Axt? Nee, bei dir sicher nicht. Ihr gebt nix, ihr labert nur. Von dir haben wir halt auch schon Blümchen. Bei dir gibt's Kaffee. Bei dir gilt man den Reisepass. Koffer. Andere Getränke. Äh, Betten. Oh, warte mal. Oh, hallo. Hm. Ich reise gerade durch dieses alte Relikt. Äh, nein. Ach so, nein. Ich bewundere gerade dieses alte Relikt. Oder dieses Relikt dieser alten Welt. Dieser Automat? Natürlich. Wie das alte Sprichwort geht. Als erstes waren Menschen. Dann waren Aliens. Und dann waren Hunde. Okay. Gut. In diesem Szenario bin ich natürlich einer dieser zuvor genannten Hunde. Okay, und woher weißt du, dass es ein, 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 ein uraltes Dingens ist? Äh. Siehst du die Schrift auf dieser, auf diesem, auf diesem, äh, Verkaufsautomaten? Ähm. Es ist eines der wenigen Stückchen dieser englischen Sprache, äh, die noch in dieser Galaxie übrig sind. Ähm. Eine tote Zivilisation, äh, findet ihre Relevanz in einer modernen, äh, in einer modernen, ähm, Gesellschaft. Wie schön. Ich, ich bin eine tote Zivilisation. Oh, okay. Yep. Du bist eine tote. Eine Axt! Ha! Ja! Ha, 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 ha! Ma, ha, ha, ha! Oh. Warum gibt es uns ein, oh, okay. Ich, ich, ich frag mich, warum es ein Archäologie-Hund eine Axt gibt. Aber hey. Hallöchen Chargo. Hi. Ein Husky, ein Husky, der in den Flughafen führt. Du hast jetzt alles gesehen. Ha, 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 ha. Ja, nicht nur ein Husky hier. Auch ganz viele andere Hunde. So, ich hab ne, ich hab ne Axt. Dude! Ha, 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 ha. Ja, ich hab ne Axt. Awesome. Ja, Perfektion. Okay, lass, lass mich ein paar Test, äh, Test-Dingse machen. Und dann, äh, gucken wir mal, wie das Ganze hier funktioniert. Behold! Äh, ich kann so viele von diesen Planken jetzt machen, wie ich will. Ähm, ich, ich baue mal etwas weiter, ne? Danke dir so viel für deine Hilfe. Wir sind fast fertig. Oh, okay. So, fast fertig. Ja, fast fertig. Ist halt nicht fertig, ne? So. Pass auf, was brauchst du jetzt noch? Äh, die gute Nachricht ist, dass wir fast fertig sind, äh, diese Brücke fertig zu bauen. Und die schlechte Nachricht ist, dass es, äh, eine ziemliche Todesfalle ist. Ich, äh, kann nicht, äh, mit gutem Gewissen, äh, ich kann dir nicht mit gutem Gewissen erlauben, das Ding mehr als drei Sekunden zu nutzen. Also wirklich. Es ist, gibt, es, man kann es nicht übertreiben, zu beschreiben, wie gefährlich dieses Ding ist, das wir da gebaut haben. Äh, okay. Das war aber nicht, es war nicht so geplant, ne? Hm. So, so wie die meisten anderen Autoritäten, äh, habe ich jetzt nicht wirklich Angst vorm Tod. Aber, ja, das war jetzt nicht wirklich so geplant. Also überhaupt nicht. Bring mir einen Hammer. Oh Gott. Ich muss diese Bretter zusammennageln und, äh, dafür brauche ich jede Planke, die ich irgendwie, äh, nutzen kann, bevor das ganze Ding, äh, ja. Okay, wir, wir, wir brauchen einen, wir brauchen einen Hammer. Leute, wo, wo kriegen wir denn jetzt einen Hammer her? Okay, warte mal. Random Hunde, die hier rumstehen und nicht irgendwelche Pedestrians sind oder Pedestrians oder was auch immer. Sowas in der Richtung, ne? Random Hunde. Wir brauchen, wir brauchen einen Hammer. Du gibst uns keinen Hammer, glaube ich. Du wolltest uns, warte mal, Furious. Nein, Furious. Tatsächlich nicht Furious. So. Kannst du dir vorstellen, dass du von einer, von einer Kunstgalerie, äh, verbannt werden kannst, nur weil du andere Kunstwerke zerstört hast? Scharlatane, Scharlatane und, und, äh, Scharlatane. Äh, das ist, äh, ja. Die, die Zerstörung ist die Kunst. Ähm. Ich glaub nicht, dass ich irgendwie helfen kann. Die, die Hunde, äh. Die Hunde lassen mich zurück, äh, lassen mich wieder rein in so einem anderen Event. Äh, was bedeutet, ich habe eine Chance, meine Rache aus, äh, auszuüben. Äh, ich werde so richtig stinkig. Ich muss in irgendetwas so derartig, derartig stinkendes werden, dass meine Hygiene, ähm, das ganze Event, ähm, ja, überschattet. Wenn ich das schaffe, werde ich jemanden beim Kotzen zusehen und ich werde es mögen. Okay, und diese Transformation benötigt Hilfe, leider. Und deswegen reden wir. Okay, und wie soll ich, naja, ähm. Okay, ich könnte irgendwas stinkendes auf dich werfen. Ja, 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 okay, okay. Gut. Okay, also, warte mal, haben wir was stinkendes? Haben wir irgendwas stinkendes dabei? Ich glaube nicht, dass der Knochen funktioniert hat. Okay. Ja, aber wir haben nichts stinkendes. Ach, warte, 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 Katze. Ich könnte. Stinkt Eis, Leute? Ja, warte, Eis. Ich glaube, Eis stinkt hier. Äh. Okay. Ja, gut. Äh. Ja, warte, ein bisschen Blut im Eis ist nicht so wild. Ja, warte, ja, ja, warte, hier. Okay, cool. Da. So, wenn ich jetzt das auf die Katze werfe, reicht das? Ich glaube, ja. Guckt euch das mal an. Ich glaube, das hat funktioniert. Nein, hat nicht funktioniert. Hahaha. Ah, ich klicke immer einmal zu viel. So, ein Rotz. So, komm. Ah, ja, 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 ja. Ähm. Eis. Mein Eis ist weg. Das ist jetzt schon ein bisschen schade. Ein bisschen. Ich bin nicht mehr sicher, was wir hier bekommen. Der Texas Dog. Hallo. Äh, warte mal. Ja, ja, ja. Das ist eine Menge Fleisch. Ja. Ach so. Jetzt haben wir... Hi, Wotki. Hallöchen, Raider. Guten Abend. Wir suchen nach etwas, das stinkt. Fragt nicht, warum wir nach etwas suchen, das stinkt. Eine Katze will etwas, in das sie sich reiben kann, um so dermaßen zu stinken, dass sie eine Kunstausstellung sprengen kann und Leuten beim Kotzen zusehen kann. Fragt einfach nicht, bitte. Und wir haben gerade eine Quietsche Salami gefunden. Und einen Hammer suchen wir auch. Ja, die Katze hat vermutlich den Hammer, weil sie hat vorher Dinge zerstört. Also hat sie vermutlich irgendein Werkzeug benutzt. Und ich gehe mal davon aus, dass das halt Dingens war, ne? Du stellst keine Fragen. Ja, es ist besser bei diesem Spiel. Es ist absolut wild. Eigentlich wollte ich ja mit Tinykin anfangen, aber irgendwie zieht sich dieses Spiel länger hin, als ich dachte. Wenn ich ehrlich bin. Das ist ein bisschen wild. Aber, okay. Warte mal, mit dir haben wir schon geredet. Okay, ich laufe nochmal zur Tram. Wo war denn die Tram? Sie ist eine Katze. Sie hat ihre Krallen benutzt. Nein. Sie hat den Hammer. 100 Prozent. 100 Prozent. Wodki, was gab's für euch? Warte mal. Apropos, was gab's bei euch, ne? Und Hallöchen übrigens auch an alle, die mich noch nicht kennen sollten, natürlich. Oder an alle, die gerade hier mit rübergekommen sind. Einmal den wunderbaren Shoutout an den Wodki. Ja, für alle, die mich nicht kennen sollten. Hi, ich bin Benni. Wir machen hier komische Dinge, wie man offensichtlich sieht. Wir reden ziemlich viel. Wir spielen ziemlich viel. Spielen tun wir allerdings nur Indie-Games. Wir kommen rechtzeitig in der Tram. Ähm, ja. Und Dinge. Ich weiß schon, warum ich Benni macht Dinge ausgewählt habe. Weil Dinge ist das Einzige, was hier irgendwie gerade passt. Also, eher. Und Valorant gab's. Shooter-Sachen, wie immer. Immer diese komischen Shooter-Dinger. Verstehe ich nicht, ne? Kapiere ich nicht. Komisches Zeug. Finde ich merkwürdig. Habe ich noch nie verstanden. Bin ich tatsächlich auch nicht gut drin. Das ist, äh... Verstanden habe ich schon, aber... Ich bin halt auch einfach echt nicht gut drin. Holy shit. Ich treffe halt nix. Aber apropos Shooter. Ähm. Wodki. Metal Hellsinger. Sagt dir das was? Großartiges Ding. Kommt, glaube ich, Ende des Monats. Oder irgendwann jetzt im September. Ähm. Ist ein Rhythmus-Shooter. Mit fetten Metal. Also richtig fetten Metal. Also so richtig fetter Metal. Holy shit. Mega gut. Ähm. Ist aber Singleplayer, soweit ich weiß. Aber sehr, sehr geil. So. Wir suchen immer noch irgendwas, das stinkt. Äh. Wo haben wir denn Special Doggos? Die hier so in der Gegend rumstehen. Das ist nur ein Pilot. Ne. Das ist Kaffee. Kaffee stinkt halt nicht, ne? Weißt du was? Wir holen uns mal da. Ähm. Warte. Ja. Bier. Ja. 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 Okay. Großer. Großer Kaffee. Ich packe die mal weg. So. Der Fashion Dog. Ja, den kennen wir. Äh. Das ist wieder der Zauberladen. Posch Dog. Achso. Ja. Gut. Ja, dich, 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 dich hatten wir schon. Du meckerst halt nur darüber, dass du den Flug verpasst hast. Das ist ein bisschen schade. Das Game hat die Hexe mal gezeigt oder davon gesprochen. Ja, das wundert mich halt gar nicht. Das wundert mich tatsächlich gar nicht, dass er davon spricht. Aber es ist wirklich großartig. Also richtig gut. Ich habe die Demo davon gespielt. Es macht so viel Spaß. Du bist mal im Lurki. Dein Freundin in der Küche besuchen. Ja, dann, äh. Riecht mal einen schönen Gruß aus. So. Wo finden wir denn Dinge, die stinken? Verdammt. Haben wir irgendwas dabei, was stinkt? Klopapier? Oh, warte mal. Du hast möglicherweise was dabei, was stinkt. Ja, ja. Das ist, das hatten wir auch schon. Ähm. Ja, nee. Du gibst uns nichts, so wie es ausschaut. Schade, 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 schade. Mülleimer. Ja, nee. Wir können nur Sachen in die Mülleimer werfen. Oder? Warte mal. Nehmen wir mal irgendwas. Wir nehmen mal Geld. Ja, genau. Genau. Wir können nur Sachen in den Mülleimer werfen. Wir können nichts rausholen. Das wäre natürlich sehr, sehr einfach, wenn das gehen würde. Also von der Idee her, toll. Scheitert leider an der Umsetzung. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Nicht, dass uns irgendwie die Bahn hier wegdrückt. Okay. Handtücher von Sport-Doggo. Du meinst die, diese Doggos? Ja, nee. Die, die labern nur doof. Das sind, sind nur, die sind nur da, damit sie da sind. Die geben einem definitiv gar nichts. Ich frage mich auch, wie das da rüberkommen sollte. Also jetzt mal ganz ehrlich. Selbst wenn das einfach nur zusammenfallen würde. Es ist ja noch nicht mal lang genug. Oh mein Gott. Wo kommt das denn her? Entschuldigung. War so nicht geplant. Ähm. Warte mal. Mit dir, Herr, glaube ich, haben wir noch nicht gesprochen. Du bist der Tramhund. Du willst nicht auf diesen Tramhund. Äh. Äh. Warum? Ähm. Was? Wissen ist Macht und hast du kein Wissen, hast du keine Macht? Was? Ein paar. Power hat das Wort au in sich, weil Wissen wehtut. Was? Ähm. Wenn du irgendwas wirfst, während du dieser komischen Tram bist, dann fliegt das Zeug durchs Fenster. Du springst innerhalb dieser Tram, es wirft dich einfach in den Ozean. Das ist gefährlich. Niemand sollte diese Tram nutzen. Niemand sollte überhaupt... Nein, auf gar keinen Fall. Ähm. Tatsächlich. Ich bin überrascht, dass es überhaupt irgendjemand geschafft hat, diese Tram fertig zu bauen. Äh. So, ohne dabei drauf zu gehen. Das ist, äh, allein der Fakt, dass dieses Ding existiert, ist eine Sünde. Okay. Pass auf dich auf. Das ist natürlich schön. Sie haben es offensichtlich, ähm... Ich vermute mal, dass es technische Gründe hat. Ähm. Weil bewegende Plattformen sind immer scheiße in Spielen. Weil du damit erstmal quasi alles anpassen musst. Die komplette Gravitation und was weiß ich. Und die du in irgendeiner Art und Weise gerade auf den Spieler hier auswirkst. Oder auf die Spielerfigur. Muss sich in dem Moment natürlich mit anpassen. Und so weiter und so fort. Ähm. Und deswegen ist das immer kacke. Deswegen ist es wahrscheinlich auch der Grund, warum die Dinger hier zwar laufen. Aber ich mich hier draufstellen kann und sich nichts tut. Und die nur einen Speedboost geben. Wenn ich drüber laufe. Ich vermute mal, das wollten sie einfach nicht machen. Ähm. Und dann haben sie den Hund dahin gesetzt. Das Stockfoto. Und gesagt, jo. Wir machen das jetzt einfach so ein Feature. Der Hund philosophiert darüber. Voll gut. Wissen ist macht aber nix Wissen. Macht auch nix. Ja. Ist so. Das ist tatsächlich richtig. So. Warte mal. Das haben wir alle schon mal gehört. Äh. Toilettenwasser. Ja. Ja gut. Okay. Ne. Toilettenwasser haben wir dabei. Das gibt es aber auch nur am Automaten. Okay. Wir suchen nochmal die Katze. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Kaffee haben wir dabei. Den könnten wir auch mal kurz werfen. Natürlich. Hm. Von dir kriegen wir nix. Wo war die Mietz? Wo war die Mietz? Da. Okay. Pass auf. Interessanterweise. Schneid das immer noch um sie herum. Der komische Effekt ist noch da. Ach so. Das ist eine Wollkugel. Okay. Warte. Ne. Eine Quietsche. Okay. Warte. Nein. Okay. Sie ist immer noch nicht glücklich. Weil. Ja. Klopapier. Stopp. Hier geblieben. Wir brauchen dich möglicherweise noch. Äh. Pass auf. Was haben wir denn noch? Wir haben noch einen menschlichen Schädel. Ich werfe einfach alles auf sie drauf. Was ich irgendwie habe. Da. Geld. Nimm das. Oh Gott. Sie kriegt einfach alle Effekte. Diese Salami haben wir auch auf sie geworfen. Was haben wir denn noch? Ich habe einen großen Kaffee glaube ich geholt. Ähm. Ball. Oh da. Oh. Der Tennisball ist weg. Oh nein. Blumen. Blumen stinken auch. Also je nachdem. Manchmal tun sie das. Manchmal nicht. Meistens eher nicht glaube ich. Ich habe noch einen Kaffee. So. Was haben wir denn noch? Ich werfe einfach alle. Also echt alles auf dich drauf. Was ich habe. Was passiert hier? Warum ist das gerade die totale Partikelparade? Ich habe noch einen Ball. Hier. Nimm das. Hatten wir nicht auch noch einen großen Kaffee da? Ah ja. Da. Oh. Ja. Ist ein bisschen schwierig den zu werfen. Moment. Oh mein Gott. Ähm. Ich glaube das war es dann aber auch. Ich habe noch eine Planke. So. Bist du jetzt zufrieden? Oh. So fühlt es sich also an eine Abscheulichkeit zu werden. Erfreue dich an der Farbe. Ich rolle noch ein bisschen Müll rum, um die finalen Dinger drauf zu packen. Sie hat uns nicht die Axt gegeben. Das war nur für ein Achievement. Das war nur für ein Achievement. Okay. Warte. So. Noch besser geht es eigentlich nicht. Symbolfoto. Ich mache mal ein Screenshot. So. Straßenkünstler. Ähm. Und wir mit dem Geld in der Hand. Genau so muss das. Oh shit. Wir haben trotzdem jetzt noch keine Axt. Hm. Wir haben keine Axt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Äh. Axthammer. Oh. Oh. Äh. Ich brauche Orb. Orb mag mich. Ach so. Komm ich hier. Cool. Folgt uns dieser Orb? Nein. Gut. Leute, wir haben den Orb. Gab aber auch ein Achievement. Ich weiß nicht, warum wir ihn haben, aber wir haben ihn. Das ist aber jetzt auch kein. Das ist immer noch kein Hammer. Wo kriegen wir denn den Hammer her? Ist das nochmal... Warte mal. Ist das nochmal der Doggo von vorhin? Der, der uns schon die Axt gegeben hat? Ist das möglicherweise nochmal der? Das wäre halt jetzt echt doof. So gesehen. Weil wer rechnet denn mit sowas? Sollte er das nochmal sein? Gucken wir mal. Gucken wir doch mal. Einmal kurz dem Schild ausweichen. Ich habe übrigens keine Ahnung, was wir jetzt mit diesem wundervollen Orb anstellen. Aber wir haben ihn jetzt mal. So. Hi. Oho. Willkommen. Äh. Wie geht's mit deinen Studien vorwärts? Äh. Es geht sehr gut voran. Äh. Ich bin fast damit fertig, die... Was? Die Nase des Hundes zu studieren. Äh. Okay. Okay. Falls das tatsächlich Stücke einer alten Welt sind, wie wurden sie dogifiziert? Ähm. Es ist eine sehr, sehr lange Zeit. Äh. Gebäude sind modifiziert. Maschinen werden einfach neuen Zwecken hinzugeführt. Und das ist die Natur der, äh, der Veränderung in... Nein. Doch, es ist die Natur der Veränderung in einem sich, äh, weiterentwickelnden... In einer sich weiterentwickelnden Umgebung. Äh. Neue Präsenzen finden ihren eigenen Wert in dem, was aus der Vergangenheit übrig bleibt. Äh. 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 Es gibt uns Hunden genug Zeit und sie werden einen Weg finden, einen Feuerhydranten an alles zu... Äh, äh, an alles dran zu kleben. Es ist ein faszinierender Prozess. Ich wünschte, ich konnte sehen, was nach unten kommt. Hoppala. Hoppala. Es wird möglicherweise anders sein. Nicht besser, nur anders. Da hat jemand Erfahrung, wie ich sehe. Äh, was ist, was ist, äh, ne, für das, was auch wert ist. Ich bin hier, dass du, äh, nein, ich bin froh, dass du hier bist, äh, an diesem Ende der Welt. Ähm. Am Ende der Welt. Ha. Möbelst du das nächste Ende der Welt sehen? Das ist halt nur eine Soda. Das ist auch nur... Ja, das ist halt Geld. Geld brauchen wir nicht. Kind hat ja noch mehr zu bieten. Oh nein. Oh nein. Kind krank oder was? Uiuiuiui. Nicht gut. Warum versteckt sich da eine Kaffeemaschine? Und... Oh nein, wir stecken fest. Oh nein. Oh oh. Oh nein. Oh, 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 oh. Oh nein. Nein. Komm. Nein. Ich kann nicht springen. Ich kann nicht... Vorwärts. Ich kann nicht verquesslich. Ich kann nicht seitwärts. Das ist nicht gut. Das ist... Warte. Schirm. Der Schirm könnte uns retten. Wo ist der Schirm? Ha! Ha! Ihr rettet vom Wollknäuel. Ha! Ha! Sehr gut. Okay. Das bringt uns aber gerade alles nichts. Wir haben immer noch keine Axt. Axt hatten wir schon. Wir haben immer noch keinen Hammer. Kann man nicht eigentlich eine Axt auch als Hammer nehmen? Der Hund sollte jetzt einfach nur mal ein bisschen kreativ sein. Sollen wir mal ganz ehrlich. Warte mal. Du vielleicht? Das hatten wir zwar schon. Okay. Ne. Du gibst uns nischt. Und den Hammer haben wir halt trotzdem nicht. Und den Hammer haben wir halt trotzdem nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich such mal kurz unser Gate. Ähm. Vielleicht ist es wieder so ein Reverse-Bribe-Doggo. Und der gibt uns Dinge, statt sie uns abzunehmen. Das könnte ja durchaus sein. Das könnte ja durchaus sein. Das könnte ja durchaus sein. Und das könnte ja auch mal kurz sein. 14 oder 15. Ich versuche es weiter vom Bett diesem irren Spiel zu folgen. Ja, es ist wirklich irre. Es ist wirklich irre. Das ist absolut korrekt. Ich habe auch nicht erwartet, dass das so lang geht. Ich dachte, das ist, weiß ich nicht, so ein 2-3-Stunden-Ding. Ja, Pustekuchen. Oh mein Gott. Ich habe nicht mit so vielen Dingen gerechnet. So. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt dir zum Beispiel... Ja, okay. Nein. Verstehe. Also das falsche Ticket können wir hier nicht übergeben. Das ist schade. Du bist Sieger, dich kennen wir. Womit habe ich Kitty nun bestinkert? Mit allem, was wir hatten. Allem. Ich habe einfach mal alles draufgeworfen. Und irgendwie hat es funktioniert. Aber leider hat sie uns doch keinen Hammer gegeben. Und ich hätte so sehr mit dem Hammer gerechnet. Es hätte halt so gut gepasst. Es hätte halt einfach so gut gepasst. Okay, wo sind hier die Gates? Ähm... Ja, die Katze mit Krallen, die gerne Dinge zerkratzt, nicht getan. Ja, aber es hätte rein von der Logik in diesem Spiel gepasst. Lillef, dieses Spiel ist doch nicht logisch. Ja, die hat Krallen. Na und? Das hätte trotzdem gepasst. Weil Zerstörung gleich Hammer. Äh, ich laufe erstmal hier lang. Ich laufe erstmal hier lang. Nur gegenüber Hunden, das ist nicht logisch. Was? Nichts in diesem Spiel ergibt wirklich Sinn. Also von dem her? Es hätte funktionieren können. Da ist unser Gate. Äh, haben wir hier so einen Zeit... Ne, haben wir nicht. Wartet mal. Dann... Wo ist denn hier eine Uhr? Da. 10.50. Okay, so ein Kaffee lässt eine... Äh, lässt 10 Minuten vergehen. Warte mal, wenn wir das Bett nutzen, habe ich Angst, dass es zu spät ist. Ja, es ist 16.01. Es ist zu spät. Unser Ticket wird brennen. Okay, wir schlafen 6 Stunden. Cool. Da. So. Oh man. Shit. Ich wusste nicht, wie lange wir schlafen, ne? Scheiße. Naja, der Ticketschalter ist ja glücklicherweise direkt hier. Äh, gucken wir mal. Ne, warte. Ne, nope. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Da, danke schön. 16.15. Ja, okay. 16.15. Ist unser nächster Flieger. 16.19. Okay. Passt nicht ganz. 16.19. Okay, jetzt war mal die gleiche Zeit. Interessant. Hier. So, was kann ich... Der Prepper Dog. Äh... Eine ganze Menge Leute laufen hier so rum, als würde die Welt immer so bleiben, wie sie ist. Ähm... Ich nicht. Ich habe gelernt, dass es nicht so ist. Es kommt ein Sturm auf uns zu. Und, äh... Ich brauche Hilfe, um diese... Diese, äh... Ja, um... Um meine Vorräte aufzufüllen. Ich brauche einen Schirm. Wenn du mir den Schirm bringst, dann, äh... Okay. Äh... Okay, warte. Das sage ich jetzt mal so, dass wir hier den Schirm haben, aber wir haben den Schirm tatsächlich. Moment, ich muss ihn doch rauskramen. Wo ist er? Hier. Da. Hund. Äh... Nein, Schirm. Äh... Da. Ein richtig schöner, fester Schirm für das Ende aller Dinge. Danke dir. Und, äh... Ja. Jetzt, äh... Kann ich in Ruhe und so. Na, ihr wisst was. Ähm... Läuft. Gut. Dann nehmen wir mal das an. Äh... Ja. Da ist mein Boarding Pass. Gut. Uuup. Es tut mir leid. Wir werden nicht hinter den Wasserfall gucken. Ich find keinen Hammer. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Gib mir die Hammersache auf. Ja. Weil ich nicht mal den Anflug einer Idee habe, was es sein könnte. Und wir sind da jetzt schon viermal gefühlt über den kompletten Flughafen gelaufen. Und wir haben nichts gefunden. Ach, du bist hier... Ach, du schon wieder. Hallo, Willi Docker. Dich kennen wir doch. Du bist hier. Auf... In meiner, äh... Ja. In meiner... In meiner, äh... Süßigkeiten. In meinem Süßigkeitenflugzeug. Ich hab dich. 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 Und du kannst nicht entkommen. Oh Gott. Das... Die Einsamkeit hat mich in ein Monster verwandelt. Ähm... Ja. Schon? Ein bisschen? Das ist... Äh... Ich hab nicht gewusst... Ich hab... Also, ich hab nicht geguckt, was ich... Ähm... Ähm... Äh... Das ist ein System, was... Was es irgendwie schlimmer macht. Äh... Wenn irgendjemand zu mir spricht, äh... Dann... Dann... Startet ein Protokoll. Ähm... Ähm... Deren Flug... Ähm... Nach beispielsweise Doktorassil oder so zu nehmen, äh... Landen sie in meinem Süßigkeitenflugzeug. Neben mir. Ähm... Du bist die erste Person, äh... In einer sehr, sehr langen Zeit, die mit mir gesprochen hat. Ich... Ich hätte dich nicht einfach hierher bringen sollen, ohne zu fragen. Es tut mir leid. Kannst du das System zufälligerweise deaktivieren? Das... Äh... Unglaublich, äh... Komplizierte Sache, ähm... In Bewegung gesetzt, als ich total... Äh... Als ich totalen Schlafentzug hatte. Und, äh... Sobald ich auch nur das System anschaue, könnte es zufälligerweise... Äh... Nein, könnte es das Konzept von Flughäfen, wie wir sie kennen, zerstören. Ähm... Was? Wir hätten ihn nicht ansprechen sollen. Nein, wir hätten ihn nicht ansprechen sollen. Definitiv nicht. Ähm... Fehler wurden gemacht. Äh... Aus... Versehen? Nein, eher... Eher mit voller Absicht. Hm... Hm... Okay. Falls du mit mir draußen in der Welt sprichst, äh... Wird das... Wird sich das System nochmal aktivieren. Aber... Ah, okay. Ich werde dich immer dort, äh... Absetzen, wo du auch tatsächlich hin wolltest. Das heißt, wir landen jetzt in Beach-Dingens. Ähm... Egal was, du wirst nach Hause kommen. Ich verspreche das. Und es tut mir so leid. Okay. Danke. Nein! Verklickt. Egal. Ähm... Du weißt, dass es das nicht besser macht, ne? Ja, ich weiß. Ähm... Also tue ich einfach alles, um es jetzt zu fixen. Und, äh... Ja. Überlass dich deinen Gedanken. Ähm... Ticket und dann gucken wir, wo die Ticketautomaten sind. Äh... Ticketautomaten waren... Wir haben keinen Schirm mehr. Scheiße. Da drüben sind welche? Null 33, sagt er. Da ist niemand. Da ist niemand. Da drüben ist auch niemand. Okay. Damit kann ich leben. Äh... Wo waren denn die nächsten Ticketautomaten? Die waren, glaube ich, tatsächlich einfach hier unten. Ticketautomaten. Äh... Die nächsten Gates. Ja, genau. Da ist auch jemand. Da hinten wohnt jemand. Oder was heißt, da wohnt jemand? Da ist jemand am Schalter. Der nicht nur ein betrunkener Pilot ist. Ne. Null Uhr 33 ist nicht. Ein Uhr fünf. Da hinten sind aber auch nochmal Schalter. Äh... Eins, zwei, drei müssen da sein. Oder in allen dreien ist... Sind nur Piloten. Die helfen uns gerade nicht. Ähm... Okay. Alles noch nicht so wild. Ich hätte ganz gerne nochmal einen Schirm, wenn ich ehrlich bin. Ähm... Wo ist denn der Schirmladen? Irgendwo gab es hier einen Schirmladen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh... Nö. Nö. Oh. Gut. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Ähm... Schirmladen. Warte mal was... Ach nee, du bist der Lampenladen. Ja, nee. Lampen brauchen wir gerade nicht. Ich bräuchte einen Schirm. Schirm wäre tatsächlich ganz praktisch. Klingt komisch, aber ist tatsächlich so. Hier. Okay. Hallo. Äh... Ja. Gib mir mal bitte den Schirm. Dankeschön. Oh mein Gott. Läuft. Wunderbar. Wir haben einen Schirm. Dieser Schirm hilft uns nämlich jetzt auf die Ebene zu kommen, auf die wir müssen. Und die ist eigentlich genau da, wo wir gerade dran vorbei sind. Ja, warte. Hat vorhin auch eine Weile gedauert. Wir sind erstmal bis ganz nach oben geflogen und dann sind wir langsam nach unten gefallen und haben unser Ziel erreicht. Jawohl. Sehr gut. Äh... 0.33. 1.28. Hier müssen eigentlich nochmal drei Gates sein. Theoretisch? Nein? Hä? Wo... Wo sind die dann? Sag mal. Sind das jetzt die, die wir gerade gesehen haben, oder sind das andere Gates? Ne, das sind die, die wir... Hä? Warte. Wir müssen zu... Ich glaube, das soll 7, 8 heißen. Also die, die Zahl da in der mittleren Reihe auf unserem Ticket. Ähm. Ich bin aber nicht sicher, das steht nirgendwo hier. Jetzt pass mal auf. Theoretisch sollte das doch hier überall, also hier auch. Ja, wenn man das halt lesen könnte. Äh, warte, stopp, bevor ich darüber laufe. Wo führt uns das hin? Oh, da waren auch Gates. Ja, warte. Ja, 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 doch, doch. Alles gut. Das sind aber genau die, wo wir gerade vorhin waren. Mh, warte. Ja, 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 ja. Hier drücken waren auch noch... Ich glaube, da waren auch noch Gates oben. Auf diesem Ding. Jetzt pass auf. Moment, 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 Moment. Floppedi. Aber nach oben, bitte. Oben. Danke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier waren keine Gates. Hier war... Nur der Bär. Hm. Shit. Wo waren denn die? Oh Mann. Da drüben? Nee, da ist kein... Da sind auch... Da... Oh Gott. Oh. Moment. Und... Ui. Okay. Gerade so, aber hat funktioniert. Du bist unser... Ja, okay. So, was willst du? Du bist der Prepper Dog. Ja, du willst wieder in den Schirm. Ja, gut, dass wir in den Schirm eingesammelt haben. Holy shit, als hätte ich es gewusst. Als hätte ich es gewusst. So. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. So, zurück zum Strandflughafen. Da sollte Christa auf uns warten. Angeblich. Ist das nicht schon wieder der Candyflieger? Oh. Ich fliege in den Urlaub. Äh, ich lasse... Ich lasse die Jungs für ein paar Wochen zurück. Ich treffe dich mit meiner Frau am nächsten Flughafen. Es sollte eine hervorragende Zeit werden. Äh... Schön? Was? 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 Wie kommt's dazu? Ah. Es war einfach so. Mehr, mehr sowieso. Einfach mal raus. Oder... Ja. Eher so wie ein Gefängnisausbruch. Alisha. So heißt meine Frau. Sie ist als erstes gegangen. Ähm... Wir haben uns über, äh... Prepaid-Handys abgesprochen. Was? Abgesprochen. Aber die Jungs sind hinter mir her. Verstehst du? Ähm... Wir mussten sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Äh... Ich hab ein zweites Konto angelegt. Auf Uranus. Und, äh... Irgendwas, was die Jungs, äh... Wo sich die Jungs nicht nicht rein finden konnten. Nun, ähm... 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 Genau. Jetzt, äh... Treffe ich mich endlich mit ihr. Und, äh... Wir entspannen einfach für eine Woche. Oder vielleicht auch sieben. Und dann gehen wir zurück zu unseren hungrigen, hungrigen Söhnen. Okay. Kann ich dir irgendwas... Kann ich dir was Gefährliches erzählen? Äh... Nein. Es tut mir so, so leid, mein Freund. Aber du bist bereits... In der ganzen Situation mitgefangen. Ähm... Die Jungs werden mich... An dir riechen. An dir riechen. Oh, nein. Ich... Ich schlafe es lieber. Die haben... Moment. Habe ich das richtig verstanden? Die haben Konten angelegt, etc. Das ist mehr wie... Wie so eine... So eine komplett... Wieso sind wir wieder hier? Okay, spannend. Ähm... Mehr so eine... Ja, wie so ein Gefängnisausbruch. Das passt eigentlich ganz gut vom... Vom Dingens her. Ich habe schon wieder nicht gelesen, was er gesagt hat. Ich rede nochmal mit dir. Ähm... Genie to part in class to... Uranus. Äh... Eine undefinierte Zeit. Okay. Hart. Die Hunde hier sind einfach alle merkwürdig. Durch die Bank weg. Die sind alle merkwürdig. Das ist lustig, weil Hunde gerne an fremden Poppeln schnuppern. Oh Gott! Oh Gott! Uranus! Moah! Wow! Ja, okay. Ja, gut. Ja, ich weiß es nicht, was ich dazu sagen soll, ne? Oh Gott! Oh mein Gott! Das ist ja furchtbar. Das ist ja... Ja, aber es ist genau der Humor in diesem Spiel. Das macht es jetzt nicht besser. Okay, wir müssen auf jeden Fall rüber zu Terminal 2, vermute ich mal. Ja, es müsste Terminal 2 sein. Und dann dürfen wir nicht schlafen. Wir müssen uns Kaffee reinschütten. Nicht sicher, ob das die Absicht war, aber du hast das mal interpretiert. Ja, du, wundern würde es mich tatsächlich nicht. Wundern würde es mich wirklich nicht. Nein, kein bisschen. Das würde schon passen. So. Kurz mal auf die Tram warten. Die ist auch gleich da. Da geht's rein. Sieh, ich laufe schon gegen Wände. Okay. Ich bewege mich nicht in dieser Tram. Ich will nicht da runter in diese Pfütze fallen. Nachdem wir auch schon so freundlich gewarnt wurden. Okay, ich sehe da hinten ein Gate, das offen ist. Das ist ganz gut. Wir müssen das um 12.30 Uhr finden. So, jetzt. Ähm. Okay. Wir müssen auch irgendwie zurück jetzt. 9, 39. Ach so, ja. Es ist ja noch gar nicht. Hm. Es ist ja noch gar nicht 11 Uhr oder später. Gut, 12 Uhr. Ich habe nur nach offenen Gates gesucht. Wahrscheinlich war es doch schon auf einem anderen Dingens. Oh mein Gott. Ja, wahrscheinlich war das Gate tatsächlich schon da, wo wir waren. Ich habe es noch nicht gerafft. Naja, jetzt laufen wir halt hier einmal kurz im Kreis. Wir haben ja Zeit. Du gehst mal schlafen. Gute Nacht bei diesem absolut verrückten Spiel. Ja, ich glaube Tinykin brauchen wir heute auch nicht mehr anfangen. So schade wie es ist, aber ich glaube, dass das lohnt heute nicht mehr, weil in so einer Stunde oder so mache ich vermutlich auch Schluss. So im Normalfall. Ich muss ja morgen arbeiten. Und, äh, das wäre dann eher wild, das noch anzufangen. Aber das macht nichts. Dann machen wir das einfach morgen. Dann machen wir das einfach morgen. Das, äh, sind alles Gates, die uns nicht interessieren offensichtlich. 16.55, viel zu spät. 12.30. 13.29. Da ist auch noch eins. 16.34. Äh, da ist auch eins. 11.51. Hm. Ja, ich glaube, das Gate war tatsächlich auf einem anderen Terminal. Das ist jetzt ein bisschen doof. Naja. Nicht so wild. Es gibt Schlimmeres. Hey Leute, 10.000 Schritte und so kriegen wir hier locker hin auf diesem Flughafen allein. Ähm, da hinten ist kein Gate mehr, ne? Ja, doch, aber das hat schon offen. Das ist 9.39. Okay, warte mal. Wir gehen mal kurz hier rein. 11 Uhr wäre praktisch. Weil dann haben wir noch anderthalb Stunden. Und ab dann machen wir nämlich auch die Schalter auf. Ähm, jawohl. Sehr schön. So, warte, warte. Ja, gut. Okay. Wieder mal die Tram verpasst. Wieder mal. Hilft dir ja nix. So. Warte, 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 warte. Okay, sie kommt. So langsam. Sehr langsam. Ein Transrapid wäre hier ganz praktisch. Es war nur eine sehr kurze Strecke, aber wäre schneller als diese Tram. So. Sehr gut. Los. Los. Hallo. Oh, ich sollte hier nicht springen, ne? Sollte ich nicht tun. Okay. Ich sollte, glaube ich, auch nicht hier drin rumlaufen. Ich will weder was werfen noch springen. Ich glaube, laufen ist noch in Ordnung. Ja, laufen ist in Ordnung. Den Rest will ich nicht tun. Äh, hopp. Okay. So. Jetzt guck mal. Ich habe tatsächlich hier gerade vorhin nur geschaut, ob diese Gates offen sind. Nicht, ob sie die richtige Zeit anzeigen. 12.30. Ja, da ist es doch. Du willst doch wieder einen Schirm, oder? Ähm. Ja, du willst wieder einen Schirm. Okay. Wo haben wir einen Schirmladen? Dahinten. Dahinten. Oh Gott. Ne, da auch. Passt. Moment. Schirm besorgen wir dir. Gar kein Problem. Gar kein Thema. Äh, hier. So. Äh, ja. Ich hätte gerne. Ja, ja, ja. Dankeschön. Wunderbar. Wunderbar. So, nutzen wir mal kurz die magische Fähigkeit des Schirmladens. Schirms. Extra hoch springen, Leute. Voll geil. Jetzt haben wir halt, weiß ich nicht, was das für eine Gravitation ist. Es ist auf jeden Fall weniger als der Mond zum Beispiel hätte. Aber hey. So, deine Aufgabe ist damit erfüllt. Sehr gut. Du kriegst das Ticket. Jawohl. Ja, ja. Und jetzt einmal ab ins Flugzeug. Und jetzt bin ich gespannt, wo wir rauskommen. Wenn wir endlich wieder am Strandflughafen rauskommen, dann glaube ich, bin ich erstmal happy. Oh. Oh, Trendy Dog. Okay. Oh. Könntest du dir vorstellen, äh, zu modeln? Ähm. Nein. Warum fragst du? Ah, ich, äh. Ich vertreibe hier so ein kleines, äh, Hunde-Fashion-Magazin. Nur ein paar Milliarden-Leser. Da hast du wahrscheinlich noch nie von gehört. Ja. Ähm. Menschen sind dieses Jahr sehr, sehr in. Sie riechen großartig, äh, sie, äh, geben hervorragende Streichelanheiten. Und sie haben diese Flexibilität, die einfach, äh, hervorragend ist. Ähm. Außerdem gibt's nur zwei von ihnen. Also, ihr habt auch noch den, den Raritätsfaktor, der eure, äh, der Mode so wunderbar, äh, abwechslungsreich macht. Kein Druck, aber denk mal drüber nach, ja. Ich, äh, weiß, was die Leute mögen. Und ich glaube, sie könnten dich schon, äh, schon ein bisschen mögen. Alles klar, danke für den Tipp. Wir landen mal am Flughafen. Das ist ein bisschen wild. Einfach mal am, also, auf dem Flug gefragt werden, ob man nicht vielleicht ein bisschen modeln will, weil Menschen gerade in sind. Oh, Uranus. Oh mein Gott. Leute, Achievement. Uranus Interstellar. Ich, ich, ich glaube, wir, wir, wir sind auf Uranus. Aber, äh, äh, was? Das ist ja wild. Das ist ja fast schon, fast schon zu Hause. Also, sofern die Erde noch existiert. Das ist die große Voraussetzung dafür. Ich hab keine Ahnung, ob die, ob die Erde noch existiert. Ich hab auf jeden Fall meine Klopapierrolle dabei. Weil, wichtig. So. Ich nehm schon mal ein Ticket. 19.07. Oh, okay. Uhrzeit jetzt? Keine Ahnung. Irgendwie verschwunden. Ähm, hm, hm. Ah, da, 16.23. Ja, das passt. Okay, dann suchen wir. Wir holen uns das allererstes Mal. Direkt nochmal ein Schirm. So. Warum? Weil praktisch. Und vielleicht brauchen wir wieder einen. Weil jetzt, davon haben wir schon ein paar gebraucht. So, 19.07 geht unser Flug. Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich habe keine Ahnung, wo unser Gate ist. Aber, ich sehe Pfeile auf dem Boden. Und ich sollte den Pfeilen folgen. So, warte mal. Ich vermute mal, wir schlettern jetzt hier super schnell über den Flughafen. Wenn wir auch immer nur brav die Pfeile treffen. Ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, das ist sehr angenehm. Das ist quasi der Expressflughafen hier. Voll gut. So, wo sind denn hier Gates? Mal so grundlegend. Hier ist eins. Das ist aber nicht offen. Äh, das ist nicht das, was wir brauchen. 19.07 heißt's. 19.07, Leute. Du bist, ah ja, du bist Safety Dog. Okay. 19.07. Wir haben noch Kaffee dabei. Das heißt, wir können auch gezielt die Zeit vorspulen. Das ist gar kein Problem. Das ist ein großer Kran mit dem Flugzeug dran. Aber, ich frage einfach nicht, ne? Nicht fragen ist in diesem Spiel so viel besser. Einfach akzeptieren. Keine Fragen stellen. Einfach nur hinnehmen. Okay. Das sieht jetzt gerade... Ich glaube, wir sind wieder beim Schirmladen angekommen, wo wir gerade vorhin auch schon waren und den Schirm gekauft haben. Ich finde es übrigens tatsächlich sehr angenehm, dass die Hunde hier kein Konzept von Geld haben. Manche wollen irgendwas dafür, aber das ist, äh, also es ist ein Tauschhandel, aber es ist halt kein Geld. Finde ich, finde ich irgendwie sehr angenehm, wenn ich ehrlich bin. Äh, 19.07. Okay, warte mal. Ich habe aber gesehen, dass es hier irgendwo auch, ähm, in die Mitte reingeht. Da ist auch noch ein Aufzug. Oh, guck mal. Ich weiß nicht, wie genau man den jetzt gesehen hat. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Okay. Wir suchen nach unserem, äh... Ja, nach unserem Gate, ne? Weil, nach was sollten wir auch sonst suchen? Da ist auf jeden Fall der Aufzug. Der ist aber nach unten gefahren, glaube ich. Nicht nach oben. Ähm... Ähm... Es ist die Frage, woran merke ich denn, wann ich hier einmal im Kreis bin? Das sieht halt alles so gleich aus. Ähm... Woran merke ich, dass ich einmal im Kreis bin? Weil ich glaube, auf dieser Ebene hier ist nicht ein... Einziges unserer Ziele. Oh. Oh. Oh mein Gott. Warum dreht sich das so schnell? Das ist ja... Oh mein Gott. Ich glaube eher, dass unser Ziel da oben ist, wenn ich ehrlich bin. Oh, warte mal. Da kommt ein Aufzug hochgefahren. Oh, praktisch. Ah, sehr cool. Sehr cool. Dann muss ich mir jetzt nicht überlegen, ob ich da runter springe. Weil springen hätte halt auch einfach mal massiv schief gehen können. Oh, wow. Toller Aufzug. Okay. So. Haben wir hier... 19.07, ne? Genau. 19.07. Da war jetzt zumindest mal ein... Ähm... Ein Dingens, das uns aber nichts bringt. Ist das ein Anker? Das ist ein Anker. Warum ist... Wie gesagt, akzeptieren. Nicht nachdenken. Einfach akzeptieren. Will ich nur einen Hut? Ach so, nee. Warte mal, das ist ein Magieladen. Wir haben schon zwei Zauberstäbe. Wir brauchen nicht noch einen. Äh... Okay. 19.07. Jo. Komm ich da runter? Da komm ich runter. Auch einfach so. Gut. Sehr schön. Hier unten haben wir jetzt auch keine von diesen großen Beschleunigern mehr. Hier haben wir jetzt wieder die normalen Transportwänder. Das ist auch ganz angenehm so. Äh... Okay. 19.22. Das ist der Fotoladen. Da ist nochmal ein Flugzeug an dem Kran. Warum auch immer. Gehst du noch weiter runter? Oh mein Gott, was ist das denn? Warum? Das ist das Ding, was da nach oben führt, oder? Oh Gott. Ich glaube, ja. Will ich da runter? Ich weiß es nicht. Muss ich es versuchen? Ja. Shit. Ähm... Lass mich erstmal gucken, ob unser Gate nicht doch auf dieser Ebene ist. Aber ausprobieren will ich es. 19.07. Oh, Eol. Hallöchen. WB. Du bist... Ich bin verwirrt. Normalerweise tauchst du nicht nochmal auf. Oh mein Gott. 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 Geschafft. Ah, nicht geschafft. Rein ins Licht. Upp. Scheiße. Äh. Ja. Ich scheine von den Hunden nicht genug zu bekommen. Naja. Die Hunde eher von mir. Das Spiel endet nicht. Es geht immer noch weiter. Und, und, und weiter. Und ich habe keine Ahnung, wo hier das Ende ist. Das ist mein Problem gerade. Oh mein. Ui. Okay. Das war ein schöner weiter Sprung. Ja. Okay. Hat funktioniert. Nice. Lalalalalala. Komm, komm, komm. Ha. Haha. So. Entschuldigung. Was haben die Entwickler nur genommen? Beziehungsweise nicht mehr genommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Snowy. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm. Aber es ist, äh, es ist, es ist, es gibt so Spiele. Spiel hat wahrscheinlich gar kein Ende. In diesem Sinne, hallo aus dem weiterhin andauernden Lurk. Hallöchen, Anni. Baby. Haha. Haha. Ich hoffe, dein, äh, dein Nickerchen ist nicht eskaliert. Das wäre nämlich mal, äh, es ist im Normalfall schlecht, wenn die eskalieren. So. Das Spiel hat wahrscheinlich gar kein Ende. Doch, ich denke schon. Es hat ja auch eine Story. Also von dem her, es muss eine Art Ende haben. Und es hatte tatsächlich, oder? Ne, hatte, hatte es auf, äh, how long to beat, ähm, ne Dingens. Warte mal. Warum? Wer bist du? Bouncer Dog. Hi. Hey. Ähm. Du kannst doch nicht einfach, äh, hoch und ab Dog sehen. Es ist, äh, ja. Es braucht Jahre, bis das geht. Ähm. Was wird es denn von Salz? Was soll man essen? Was? Oder die, oder sechs Pfund Pfeffer? Oder vier rohe Eier? Oder einen kleinen Plastikflamingo? Oh, okay. Oh, okay. Also irgendwas, um zu zeigen, dass man eine, äh, dass man, ja, wahre Hingabe zeigen, mehr oder weniger. Ähm. Wenn du vom besten lernen willst, musst du halt auch, äh, zeigen, dass es dir das wert ist. Oh. Okay. Vielleicht kann man ja, ja, dabei helfen, indem man einfach einem seiner Freunde hilft. Äh, er wollte auf jeden Fall schon immer in einem Konzertiner spielen. Äh, sieht aus wie ein Akkordeon, äh, das von Piraten gemacht wurde. Es ist, äh, ist auch genau so entstanden. Ähm. Hm. Ich kann meinen Posten hier nicht wirklich, äh, nicht wirklich verlassen, aber... Äh, und ich muss auch sicher gehen, dass Updog, äh, seine, seine Saftboxen hat, falls er sie will, äh, falls er sie, falls er sie gerade braucht. Aber möglicherweise, äh, falls du eine Konzertiner findest und sie mir bringst, äh, dann, dann könntest du da hoch und so. Naja, das ist, äh, alles vollkommen klar. Ähm, ja, 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 oh, oh, okay. Warum will ich überhaupt... Okay, es ist... Ähm, er braucht eine Konzertiner. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier ein Akkordeon finden. Und ja, ich weiß, Konzertiner ist offensichtlich kein Akkordeon. Ist mir jetzt gerade aber egal. Ich versuche hier einfach nur wieder... Oh mein Gott, landen wir? Ja, ja. Was? Aber wir sind noch unten... Oh. 14 von Salz. Ja. Okay, Leute, wir suchen unser Ding ins Wieder. Ähm, wir suchen unser Gate. Das ist in Ordnung. Ähm. Keine Ahnung, wo. Mal kurz in der anderen Richtung entlang. Wir suchen unser Gate. Gate, 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 gate. 19.07. Sag mal, hier gab es doch gar nicht so viele von denen, ne? Das muss doch zu finden sein dann. Hm. 19.07. Da ist eins. Ne, das ist... Äh, das war Security Dog. 18.41. 17.23. Hi, yeah. Schlafen hat nicht so gut funktioniert. Äh, lagst du rum, bist ganz kurz weggenickt. Konntest dann aber nicht richtig schlafen, weil es draußen einfach zu laut war. War minimal erholsam. Ah, das... Das... Das kenne ich. Für mich ist das nie erholsam dann. Dann wachst du... Oder dann... Ne, nach diesem kurzen Wegknicken. Wachst du auf, bist erstmal desorientiert, hast keine Ahnung, wo du bist, wer du bist, wie viele du bist, warum du bist, was du doch vorhattest. Und so weiter und so fort. Und am Ende ist irgendwie, keine Ahnung, danach ist man stundenlang irgendwie groggy, kann aber dann nicht mehr wirklich schlafen, wenn man schlafen will, weil man hat ja quasi geschlafen. Das ist, äh, ich kenne das leider sehr, sehr gut. Und das ist, äh, sehr wild. Nicht vorteilhaft, wenn man nicht pennen kann. Wenn man es gerade will. Genau das. Ja, ja, ja. Ich hoffe, es stört jetzt der Nachtschlaf nicht zu sehr. Weil ich kenne es dann halt so, ich liege dann halt nachts ein, zwei Stunden rum, bis mein Körper irgendwann mal merkt, oh, cool. Ich bin vielleicht doch müde. Da hilft dann auch nichts mehr dagegen. Dann schlafe ich halt einfach nicht. Das ist zum Kotzen. 19.05 Uhr, das ist, können wir nicht einfach den Flieger nehmen, der ist nur zwei Minuten von unserem entfernt, den wir nehmen sollten. Das ist doch eigentlich total in Ordnung. Wir steigen einfach in den ein und gut ist. Funktioniert das nicht so auf Flughäfen? Wer bin ich und warum? Ja! Ah, das ist doch, also ist, ich, ich, ich empfinde das als ganz normale Frage, nachdem man aufgewacht ist. Also. Oh Gott. Oh mein. Oh nein. Oh, oh, oh. Okay, alles gut. War total geplant, dass wir hier landen, auf der, äh, untersten Ebene. Also fast untersten Ebene. Ähm, war, war definitiv so gedacht. Ähm, es ist auch überhaupt gar nichts schiefgegangen. Richtig zum dritten, dass das Kind ist jetzt leer, hoffst du. Oh mein Gott, ey. Ei, 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 ei. Das arme Kind, ey. Das kann ja nichts dafür, aber trotzdem. Ui, ui, ui. Also auch so, das Kind hat sich heute irgendwie 30 Kilo Poffe, Pommes oder so reingeschoben. Dann kann's was dafür, aber... Ich geh mal nicht davon aus. Ich seh unser Gate nicht. Wo ist denn der Aufzug nach oben? Aufzug. Aufzug. Das ist er nicht. Sag mir jetzt nicht, dass ich nicht auf dieses Level komme. Von hier unten aus. Das ist doch jetzt... Das ist doch jetzt beschiss, oder? Das ist doch jetzt beschiss. Oh Mann. Ähm. Ich seh keinelei... Sachen, die sich von hier nach da oben bewegen. Oh doch, da. Oh, warte. Oh, ich bin schon ruhig. Ich hab's endlich gesehen. Hier müsste der landen. So circa. Ja, ja. So Pi mal. Ja, perfekt. Okay, cool. Ich dachte schon. Hatte kaum was gegessen. War wohl was im Busch. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Fängt nicht so rein theoretisch jetzt auch die Grippezeit gerade wieder an? Mal so ganz doof nachgefragt. Müsste das jetzt nicht eigentlich so langsam auch wieder losgehen? 1742. Sag mal, was ist denn das für ein Drexticket? Es gibt kein Gate, wo wir gerade hin können. Sagte er und steht davor. Okay. Warte. Wir trinken Kaffee, bis es soweit ist. Und dann finden wir mal raus, was wir hier tun müssen, um da reinzukommen. Äh, wo... Wo ist unser Kaffee? Wo ist ne Uhr? Da. Wir müssen bis... Ja. 17. Ja, bis... Bis circa halb... Bis circa halb sechs oder so trinken. Das in Ordnung. Die Schrift kommt dir irgendwie bekannt vor. Die Schrift hier im Spiel? Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Also, mir sagt sie nix. Aber kann schon... Kann schon sein, dass möglicherweise... Müssten die nicht... Ah, jetzt sind sie da. Okay. Oh nein, Brive Dog. Hi. Hallo. Ja, wir kennen uns. Ja, ja. Was willst du diesmal? Du willst etwas... Äh... Was? Mieti. Du willst was Fleischiges? Ja, pass auf. Da habe ich zufälligerweise... Ähm... Warte. Das einzige, was auch nur annähernd an Fleisch erinnert, ist die... Die Quietsch Salami. Oh ja. Tatsächlich. Die Quietsch Salami. Alles klar. Oh, shit. Ähm, warte. Jetzt muss ich unseren... Oh, jetzt muss ich unser Ticket wieder rausziehen. Ticket... Ticket... Hier. Äh, jo. Jawohl. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, bada. Der Hund wird auch kotzen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Wirklich. So. Wen haben wir denn... Hallo. Oh. Der Diät-Hund. Mit Schokokeksen. Und... Oh, okay. Gut. Stör mich nicht. Wenn ich meine Augen von diesem Essen auch nur für eine Sekunde wegdrehe, dann esse ich das ganze Ding einfach so. Ähm... Okay, schaust du nicht normalerweise das Zeug an, was du isst? Guck, der Plan ist bereits in Bewegung. Äh, es ist jetzt nicht die Zeit für Kritik daran. Ähm, es... Wenn du nicht hilfst, dann, äh... Entschuldige mich bitte, während ich versuche, dieses, äh... Essen zu ignorieren, ähm... Ähm, indem ich es einfach stundenlang anstarre. Okay. Leute, habt ihr zufälligerweise Erfahrungen mit der Anstar-Diät? Ähm, hat die schon mal funktioniert? Also... Ich bin nicht sicher. Wo sind wir jetzt? What? Dieses Spiel endet wirklich nicht. Was zum... Wie viele Level gibt's hier noch? Hahaha. Ey, kann ich dich bestechen? Hier, guck mal, ein bisschen Geld. Ja, das ist, äh... Nice, ne? Ja, hahaha. Wusste ich doch, dass dir das gefällt. Hahaha. Okay. Ja, gut. Ein Ticket. Ähm, schön. Um 6.12 Uhr. Jetzt mal ganz ehrlich. Wer fliegt denn um 6.12 Uhr in den Urlaub? Das ist ja furchtbar. Furchtbar. Das ist ja so früh. Das macht ja gar keinen Spaß mehr. Da muss man ja früh aufstehen. Also richtig früh. Also noch früher als sonst. So. Das ist Bielefeld. Ja, weiß ich nicht, ne? Das ist der Moment, wo du jetzt ins Bett verschwindest. Jetzt wirst du zu bekloppt. Hahaha. Also den Namen dieses Ortes haben wir schon mal gehört, aber ich dachte eigentlich, wir landen so langsam mal an dieser Beachfront. Ähm, aber schlaf gut, Snowy. Hahaha. Es ist halt echt wild. Es ist halt echt richtig wild. Ähm, okay. Wir suchen. Wir suchen. Ähm. Okay, hier außen an der Straße ist vermutlich eher nichts, ne? Äh, gut. Wo sind hier die Gates? Äh, ich vermute mal weiter oben. Vielleicht auch im Park. Das halte ich jetzt durch. Ja, tatsächlich. Hier gibt's auch. Um 6.06 Uhr. Natürlich gibt's hier Gates im Park. Ganz klare Sache. Ich hatte nie Zweifel daran. Hahaha. Äh, ich glaube aber, das ist das Einzige, das da gerade war. Warte mal, da hinten sind auch noch welche. Da ist aber noch niemand. Ähm, es ist die Frage, wie viel Uhr ist es? Uhrzeit. Sag mal, normalerweise ist die immer von irgendwo aus zu sehen. Ne, egal. 7,29 und 7,38. Ähm. Ne. Hilft uns gerade nix. Okay, wir nehmen mal den Gully nach oben. Auch eine Sache, von der ich niemals gedacht hätte, dass ich sie jemals sagen werde. Wir nehmen mal den Gully nach oben. So. Ähm. Ah ja, 4.52 Uhr. Ja, theoretisch sollte Dingens offen haben. Das ist die Frage, wie kommen wir da ran? Da hinten, warte mal, von da drüben aus wahrscheinlich. Ich glaube, von hier aus geht's besser. Ja, das, das wird uns hier auf die Brücke, ähm, fliegen lassen. So. Spiel ist wie so ein Traum, aus dem man nie richtig aufwacht. Ja, irgendwie, ja. Man, man weiß allerdings auch nicht, ob es ein guter Traum ist oder ein schlechter Traum, ne. Das, das ist halt auch noch so eine Sache. Es ist halt einfach, es ist einfach wild. Es ist so, so undefinierbar irgendwie. Ähm. Das war übrigens gerade 6.11 Uhr, nicht 6.12 Uhr leider. Ähm. Ähm. Okay. Also da drüben nichts. Da drüben versteckt sich ein Togo. Wie soll man denn da hin, okay. Wie soll man denn da hinkommen? Da sind Aufzüge. Oh. Die habe ich vorher nicht gesehen. Da ist auch noch ein Gate. Da drüben. Nicht sicher, ob das schon offen hat. Wisst ihr was? Einmal hier runter und los geht's. Also für den letzten Menschen sind wir ziemlich unkaputtbar. Vielleicht ist das auch der Grund, warum wir halt der letzte Mensch sind. Neben, wie auch immer es sich gleich wieder hieß. Habe ich wieder vergessen. Christa. Ähm. Oh, warte mal. Ne, 6 Uhr. Ziemlich genau sogar. Das bringt uns jetzt leider nix. Aber hier gingen auch noch Aufzüge. Da. Oh, shit. Warte. 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 Wild ist noch untertrieben. Ja. Oder? Vor allem habe ich halt nicht damit gerechnet, dass es so lang läuft. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich dachte, wir fahren nach unten. Warum fahren wir nach unten? Ähm. Das ist jetzt. Ähm. Ähm. Hä? Das ist aber nicht da, wo ich hin wollte. Warte mal. Die fahren noch weiter, als ich gerade geflogen bin hier, ne? Ja, ja. Die fahren nach ganz oben. Okay. Ich hätte einfach im Aufzug sitzen bleiben sollen. Was sich hier irritiert, da sind so viele Hunde, wer macht die ganzen Häufchen weg. Äh, es gibt einen Reinigungshund. Das ist hier tatsächlich ein Job, den die haben. Also, die kümmern sich schon selbst darum, dass es sauber bleibt und so. Oh, ich verstehe. Die fahren hier einfach alles so Stück für Stück ab. Oh. Okay. Gut, dann bleibe ich jetzt mal hier drin. Und wir gucken mal. Ähm. Drogentrip. Das lese ich erst jetzt. Ähm. Ja. Nee. Nee. St. Hazels Hospital war ein Drogentrip. Das hier ist ja noch ganz entspannt da dagegen. Guckt mal, hier läuft sogar Smooth Jazz. Also, hallo. Das hat es St. Hazels Hospital nicht zu bieten. Ah, okay. Ich glaube, wir sind oben. Ja. Da ist ein Gate. Das ist aber nicht das Richtige. St. Hazels war übel. Es war großartig. Was war denn da übel? Das absolutes Game of the Year Material. Da ist auch wieder ein Ding ins. Oh, nein. Gott, das ist doch. Ach, doch. Hallo. Bitte. Also, was ist denn das? Jedes andere Spiel gibt es in der Sprungkontrolle. Oh, Manu. Manu. So, jetzt aber. Ich habe das Gefühl, dass möglicherweise irgendwo hier unser Ding ins Versteckte ist. Wie viele Geschosse waren denn das? Ich habe gerade vorher nicht gezählt. 6.25 Uhr ist da. Okay, es geht nochmal weiter nach oben. Sehr gut. Ah ja, das ist oben. Okay. Es ist so. Ah, wie. So. Oh, warte. Hä? Okay. Ha. Gewusst wie. Einfach an der Ecke springen und dann geht das. Oh. Oh. Kein Gate. 6 Uhr. Hm. Wir haben jetzt nicht mehr... Oh, warte mal. Es gibt ja Wegweise. Es gibt ja sogar Wegweise, die einem sagen, wo man hin muss. Warte. Aufzug. Flieg mal kurz weg, bitte. Wo? Okay, wir suchen den nächsten Wegweise. Wir suchen den, wo dieses komische U1 oder so draufsteht. A1 Phobos steht auf dem Ticket. Was bringt dich zu dieser Überzeugung? Und übel ist gleich wild, ist gleich speziell, ist gleich großartig. Ja. 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 Hey, seid froh, dass wir tatsächlich... Dass ich krank war. Sonst hätten wir... Nee, hätten wir wahrscheinlich nicht, weil... Das hätte jetzt trotzdem den zweiten Stream vereinnahmt. Also dieses Spiel hier. Aber dass wir nicht Hobo... Hobo Cat Adventure gespielt haben. Das ist noch viel, viel wilder als das hier. Also wenn ihr das hier als Drogentrip bezeichnet... Dann... Ja, macht euch mal auf das gefasst. Weil das wird richtig wild. Und das bezeichnet sich übrigens als Souls-like. Das will ich nur mal anmerken. Also nicht das hier. Sondern Hobo Cat Adventures. Also das ist... Ja. Das ist die Haute Couture... Oder wie auch immer man das ausspricht... Der... Der... Der Spielentwicklung. Das ist schon wieder so dämlich, dass es einfach wieder lustig ist. Google. Ich hatte es mit der Schriftart nicht in Ruhe gelassen. Du hattest gegoogelt. Scheint aber trotzdem fiktional zu sein. Ja, okay. Okay. Ja, gut. Gut, mit fiktional hatte ich jetzt gerechnet. Weil so viele verschiedene Schrift... Arten und so oder... Dingens... Ne, gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Momentan auf der Welt. Also gibt es schon noch einige. Aber es ist... Die meisten, glaube ich, kennt man davon. So wirklich exotische... Kann man vielleicht auch noch halbwegs zuordnen. Aber das hier ist halt gänzlich wild. Ähm... Okay, jetzt warte mal. Ne. Hier sind wir definitiv falsch. Hier sind wir definitiv falsch. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass jetzt irgendjemand gerade nach Hobo-Cat-Adventures sucht? Und sich gleich lautstark im Chat darüber beschwert, was ich da schon wieder rausgesucht habe. So... Da ist ein Aufzug. Ach, der führt jetzt da hoch oder was? Ach doch, dann halt nicht. Wenn du nicht auf mich warten willst, dann... Ne. Ne. Ich kann mich auch anderweitig beschäftigen. Ich muss jetzt nicht mit diesem Aufzug fahren. Ich finde die Suche nach unserem Gate nämlich sehr, sehr spannend. Weil die Beschilderung ist jetzt nicht unbedingt so perfekt, wie man sich das gerne vorstellt. Da hinten ist, glaube ich, auch noch... Ach so. Ne, es ist nur ein Geld... Okay. Ein Geldautomat in der dunklen Gasse. Was soll da schon schief gehen? Ähm... Was soll da schon schief gehen? Wie kommt ihr denn jetzt auf die ganzen Katzen-Emotes? Das würde es hier Katzen geben in diesem Spiel. Also bitte. Ähm... Wo zum Henker ist unser Ziel? Hm... Okay, mal da hinterlaufen. Da waren wir noch nicht. Und ich glaube, da waren wir ganz am Anfang. Haben aber nie so wirklich in die Richtung da geschaut. Äh... Da... Ah ja, guck mal. Hier sind nämlich auch noch ein paar. Ah ne, warte. Stopp. Ihr seid ja keine Gates. Ihr seid die Ticketverkäufer. Äh... Ja, hier sind wir losgelaufen. In diesem ganzen Wahnsinn. Ja... Ja, ja. Genau, genau. Mhm. Auf jeden Fall muss man für Hobo-Mental echt bereit sein, wenn man sich den Trailer so anschaut. Oh ja! Das geht nicht einfach so, nein. Das ist richtig. Das, äh... Ja. Okay, warte. Warte mal. Wir sind hier hochgeflogen. Da hinten weiß ich nicht. Da... Hier war auch noch so ne... Dingens. Wo führt uns denn die hin? Hier war auch noch so ein schöner Gulli. Mmh... Ich glaub, der führt uns auch nur hier auf die Hochstraße. Kann das sein? Sieht zumindest so aus. Ist das ne andere Hochstraße? Ne, ist es nicht. Ähm... Da ist ein Doggo mit... Mit Hut. Aber der bringt uns nix. Nicht so, wie wir das gerne hätten oder wie wir das gerade bräuchten. Ähm... 6.11. Aber jetzt mal... Ja, okay. 6.11. Ist halt nicht 6.12. Also... Obviously. Aber... Wo ist denn das Ding dann? Wenn wir uns jetzt ein neues Ticket holen sollten... Also... Quasi die Zeit verstreichen lassen und dann neu holen. Dann bringt uns das nicht wirklich was. Weil die Zeiten von den... Äh... Gates hier nämlich gleich mit rotieren dann. Äh... Okay. Was haben wir hier noch hübsches? Das ist das Ding. Wo ist denn das? Sag mal. Die sind halt teilweise echt gut versteckt. Und ich... Ich finde halt vor allem nicht... Wo? Das ist halt das Problem, ne? Ähm... Du hoffst auf eine ruhige Nacht ab jetzt. Alles klar, Sibel. Schlaf gut. Schlaf gut. Ich wollte eigentlich den Aufzug treffen, aber... Hätte sowieso nichts gebracht. Bleibt nur da stehen, wo wir gerade waren. Ja, blöd. Ähm... Gut. Ne, das ist, äh... Der Speicherpunkt... Wo ist denn? Sag mal. Also jetzt mal... Hallo? 6 Uhr 6 ist halt auch nicht 6 Uhr 12. Also was das Aufgehen angeht, macht das jetzt nicht den großen Unterschied, aber... Wo? Ich sehe ja nicht mal, wo wir hier hin müssen. Oh, warte mal. Doch, da lang. Da, da. Da, 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 da. Hier. Da! Oh mein Gott. Oh. So, was willst du von uns? Du willst wieder etwas... Okay, du willst wieder was Fleischiges. Ja, pass auf. Ähm, warte. Ich glaube, ich hatte noch eine zweite Quietsche-Salami. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich hatte eine zweite. Ich habe die Wegweiser entdeckt. Nein, habe ich nicht. Ich, äh... Ich habe die schon erkannt vorhin und so, aber... Äh, das hat mir jetzt leider noch nicht so viel gebracht, weil ich den noch nicht gesehen hatte. Dass sie das anzeigen? Ja, aber ich habe halt noch nichts gefunden, was dahin zeigt. Ach so, äh, shit. Ähm, hier das. So, jetzt. Ja, schön mit dem Sonnenschirm ins Flugzeug. Genau so muss das. Genau so muss das. Okay. Oh. Der Gerechtigkeitshund. Ich kann nicht gezähmt werden. Was? Bitte? Er ist ein Avatar der... Der Gerechtigkeit? Was? Warum? Ich esse Hausaufgaben. Und nur Gott... Kann mich richten. Wo warst du, als ich ein Kind war? Ich träume davon, durch die Zeit zu reisen. Ähm... Jedes bisschen an Hausaufgaben zu fressen, das auf diesem, äh... Das auf diesem, äh, auf diesem, auf diesem Flugzeug existiert. Sehr schön. Ähm... Und dann... Denke ich daran, wie viel, äh, Papier und Stein und, äh, Rinde das wäre. Und ich fühle mich sehr, und ich, ich fühle mich sehr krank. Ähm... Falls du mich mal entschuldigst, äh, ich, ich muss mal kurz, äh... Naja, ich, ich muss mal kurz für kleine Hunde. Shit. Ja, gut. Oh, wir sind wieder hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, aber diesen Flughafen kennen wir wenigstens inzwischen. Halleluja. Ähm, außer die haben schon wieder umgebaut. Aber ich, ich gehe mal nicht davon aus, dass die schon wieder umgebaut haben. So, jetzt gib mal Ticket, äh, hier, da, jawohl, ähm, gib mal her, 2032. Okay, die ersten Schalter sind hier drüben, glaube ich. Oh, du glaubst, das Spiel hat 40 Stunden Laufzeit. Ne, ne, das letzte Mal hatten wir ja nur zwei Stunden oder so. Ähm, ich, ich glaube, länger haben wir es tatsächlich gar nicht gespielt. Das war nicht so lang. Vielleicht waren es drei Stunden. Ich habe jetzt nicht genau auf den Counter in Steam geguckt. Äh, 2032 suchen wir. Ja, wie viel Uhr ist es jetzt? Nur um zu gucken, muss der Schalter schon offen sein oder nicht? Äh, keine Ahnung, wie viel Uhr es ist. Cool. Sind hier nicht normalerweise überall im Gelände Uhren und so? Warte mal, 17 Uhr irgendwas. Okay, der Schalter ist noch nicht offen. Alles klar. Der Schalter ist noch nicht offen. So, wir, 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 wir wegen uns so schnell, wie es nur irgendwie geht hier durch. Aber es ist, äh, ja. Da ist unser... Cool. Ähm. Haben wir den Dingensraum irgendwo hier? Hallo? Möglicherweise? Nein? Okay, warte. Kaffee. Kaffee lässt zehn Minuten vergehen. Ich, ich brauche nur eine Uhr. Da ist eine Uhr. Äh, 2032, das heißt, es muss 20 Uhr werden. Also, kurz nach 20 Uhr. Äh, gar, gar, da. Nicht den großen Kaffee, weil ich weiß nicht, was der bringt. Ich weiß nicht, wie... Ob das direkt anschließt? Nein. Okay, wir müssen warten, bis ein Kaffee durch ist. Moment. Okay, nee, wir, wir, wir müssen keine Pause dazwischen machen. Sehr gut. Also, wir können ganz gemütlich hier unseren Kaffee schlürfen. Ne? Glücklicherweise geht er auch nicht leer. Das ist ein sehr, sehr schöner Kaffee. Das ist ein unendlicher Kaffee. Das ist wunderbar. Und wir sind auch schon fast an der Uhrzeit, wo wir sein sollen. So einen Kaffee willst du auch haben? Ja, ich auch. Vor allem die Zeit schneller vergehen lassen. Hallo? Mega gut. Ach so, warte mal. Äh, 90 Minuten davor erscheinen die. Es ist jetzt schon ein bisschen... Oh, der Administratorhund. Ja, so... Ja, so kenne ich Sammy auch im Büro. Nein. Einfach nur nein. Ich bin müde. Ich bin mit... Was ist das denn? Endui gefüllt. Und wenn du mich nicht anfangen kannst für das Konzept des Lebens, dann ist es mir total egal, ob du deinen Flug verpasst. Ich kann heute einfach nicht, Mann. Tut mir leid. Es tut mir leid, aber ich finde was, um dich anzufeuern. Warte, ich finde was. Kaffee. Kaffee. Ne, nicht Kaffee. Wir hatten einen Knochen vorhin irgendwann mal. Wir hatten einen Kaffee. Nennen den Knochen. Da. Ähm. Ach so, wie soll ich das... Okay. Einen Tennisball. Er will... Er will explizit einen Tennisball. Alles klar. Er will einfach explizit einen Tennisball. Das heißt, wir müssen jetzt einen Tennisball-Laden suchen, oder was? Ich weiß, dass wir vorher einen Tennisball-Laden... Einen Pen... Einen Penis... Nein, einen Tennisball. Tennisball. Oh mein Gott. Bälle, 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 Bälle. Äh, kann ich einen anderen Tennisball-Laden haben? Äh, ja, ja... Nein. Oh, okay. Dann nehme ich einen Tennisball. Cool. Okay. Wir haben vorhin leider unseren Tennisball nämlich weggeschmissen. Ähm. Langeweile laut Google. Okay. Okay. Ja, gut. Sowas in der Richtung hatte ich jetzt schon vermutet. Achso, warte. Ich muss... Ich muss... Muss ich denn werfen auf dich? Ja. Achso. Warte. Jawohl. Oh, meine Power ist unvorstellbar! Es ist ein Button, um dir das Boarding zu erlauben. Ich habe den Button gedrückt und jetzt habe ich die Energie, jeden weiteren Button zu drücken, der jemals existiert hat. Oh, ich habe vergessen, wie sich das anfühlt. Danke dir und genieße deinen Flug. Nice. So, du willst mein Ticket? Ab geht's. Jo. Wupp. Wiederschön mit dem Dingens. GG. Dankeschön. Oh, mein Gott. Oh, wow. Achso. Oh. Ich wollte gerade sagen, wo ist der Hund? Das ist ein Landschaftsbild, aber das ist ein Hund. Äh... What's your like? Äh, tut mir leid, dass ich starre. Ich... Ich will nur die... Die Magnifizenz... Äh... Nein. Die Großartigkeit... Ähm... Dieses Airports... Äh... Bewundern. Aber... Okay. Hund, du schaust in die falsche Richtung. Echt jetzt? Hm, ja. Tut mir leid. Ja, alles klar. Äh... Macht es dir was aus, wenn wir Plätze tauschen? Hm, nein. Überhaupt nicht. Okay. Dankeschön. Möglicherweise... Äh... Stehe ich eines Tages im Herz des, äh... Waldes und fühle... Äh... The Tram of Nature... Die Natur perfekt auf mir zentriert. Aber für jetzt ist ein Fensterplatz nicht schlecht. Was? Was war das denn schon wieder für ein Wort? Oh mein Gott. Vokabular. Ja, wir haben den richtigen Flughafen gefunden. Oh mein Gott. Wir haben den... Oh Gott. Wir sind endlich am richtigen Flughafen. Wo ist der Stern? Da ist der Stern. Da... Oh, okay. Hallo! Meine Verlobte! Oh mein Gott. Wenn du wüsstest, wie viele Wege ich auf mich nehmen musste, um zu dir zu finden. Oi, 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 oi. Hi. Na? Hi, Christo. Guten Tag. Ich bin so fertig. Hast du es geschafft, in dieses Airport, in dieses Gate, am Rande des Konokopierer zu kommen? Ach so! Nein. Tatsächlich nein. Ja, stimmt. Das war mal eine Aufgabe. Oh, das wäre wahrscheinlich das goldene Ticket gewesen. Oh shit. Okay. Ähm. Hunde haben zwei verschiedene Arten, das Unbekannteste zu konfrontieren. Ähm. Und los geht's. Das ist erstaunlich akkurat. Hahaha. Ein bisschen wie Menschen. Hm. Ja. Ich glaube schon, ja. Äh. Ich habe es einmal geschafft, da einen Weg reinzufinden. Willst du davon hören? Äh. Ne. Interessiert mich nicht mehr. Ne. 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 Okay. Ehrlich gesagt, das große Projekt geht hervorragend voran. Äh. Iron Dog. Ähm. Könnt ihr mir eine Lohnerhöhung geben? Bevor es, sogar bevor es vorbei ist. Danke fürs Fragen. Ich, ich, ich freue mich drüber. Ähm. Also, was hast du so gemacht? Ich hab. Oh Gott. Es. Ah. Wir. Milliarden von Flugkilometern. Milliarden. Das ist großartig. Das ist, äh. Ja. Dich auf den Flughäfen auszukennen, kann dir nur helfen, richtig? Selbst wenn sie sich dauernd ändern. Was? Oder selbst wenn sie sich immer noch ändern. Nein, bitte nicht. Oh nein. Oh Gott. Das heißt auch, dass du zu unserem nächsten, äh, Treffen viel, viel schneller kommen wirst. Äh. Das ist was natürlich, äh, das ist, was natürlich, äh, ja. Das, äh, das freut mich natürlich sehr, dass du da viel, viel schneller bist. Ähm. Ähm. So sehr ich diese Zeiten auch, äh, ähm, genieße, äh, die Pflicht ruft. Ich muss zurück zur Arbeit. Ähm. Ich habe über den, äh, den, äh, elf Planeten, äh, die ganze Weile nachgedacht. Wollen wir uns da als nächstes treffen? Ja, äh, okay. Okay, es ist ein Date. Triff mich im Pilz, äh, achso, im, 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 ja, im Pilztopf, was auch immer. Am untersten, äh, auf der untersten Ebene. Ja, lieb dich. Ja, bye. Tschüss. Kann ich nicht mit ihr einfach Schluss machen, wie, 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 wie die mich rumscheucht? Äh. Pff. Ja? Nein? I don't know. Ich bin aber ganz ehrlich, so langsam. Habe ich genug vom Spiel? Oh, Mann. Das wäre jetzt der perfekte Moment gewesen, um dieses Spiel einfach zu beenden. Aber nein, es muss ja nochmal was Neues kommen. Oh, Mann. Also das Spiel ist, 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 ist witzig und es macht Spaß, aber es ist so repetitiv. Du machst irgendwie immer das Gleiche. Das ist tatsächlich jetzt die Sache, die mich hier so ein bisschen nervt. Ähm. Und es ist halt, ja. Wisst ihr was? Das ist tatsächlich das, oder das wird das erste Spiel jetzt. Gott, bei wie vielen Tagen sind wir eigentlich? Tag 9. Moment, ist das die Uhrzeit im Spiel, oder heißt das, ist, 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 warte, lass mich mal kurz hier nach einer Uhr gucken. Irgendwo im Sand. Ja, okay, es ist, es ist die Uhrzeit im Spiel. Ich habe keine Ahnung, über wie viele Tage sich dieses Ding jetzt streckt. Man sieht nicht so recht den Fortschritt, ja doch, es ist, es geht schon voran, ne? Man trifft sich halt irgendwie immer woanders, aber es ist, es geht halt nicht, ne? Wir fliegen jetzt da hin. Es ist halt immer so, hey, wir fliegen da jetzt hin. Aber vorher musst du durch DICE sich andere Flughäfen. Das ist halt, hä? Hä? Okay. Also, Fazit zu dem Spiel. Es ist witzig, aber sehr repetitiv. Ich glaube, wenn man hier mehr Aufgaben machen würde, würde das Ganze noch etwas abenteuerlicher werden. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen durchzurushen. Hat leider nicht funktioniert, weil es hält halt immer noch mehr bereit und noch mehr und noch mehr. Und so leid es mir tut, ein Spiel abzubrechen, also tatsächlich abzubrechen im Sinne von, das kommt auch nicht mehr wieder im Stream. Ich würde das jetzt an der Stelle tatsächlich tun. Also, ne? Weil, die Sache ist, es ist schon irgendwie witzig und so. Wenn ich jetzt irgendwie so alleine durch die Gegend eiern würde, dann klar, dann ist es mir egal, ne? Dann lasse ich den Stream nebenher laufen, dann laufe ich hier durch die Gegend, alles gut. Ähm, aber die Sache ist, für euch ist es halt auch, glaube ich, echt langweilig inzwischen, weil es sind großteils gleiche Dialoge, es sind die gleichen Gegenden. Und ja, es hat sich hier ein bisschen was verändert. Ich glaube, diese Hügel da draußen sind neu. Ähm, und vielleicht steht hier auch ein Ding ins Rum. Also, ein bisschen was verändert sich ja auch jeweils an den Flughäfen. Aber es ist halt, also, ich stelle es mir gerade auch echt schwierig zum Zuschauen vor, wenn ich ehrlich bin. Weil, holy shit, ist es halt wirklich immer, immer irgendwie das Gleiche, ne? Es ist, äh... Gut, Uranus, das war ein cooler Flughafen. Die neuen Flughäfen sind cool, wo man sich erstmal zurechtfinden muss. Aber das hier haben wir halt, das ist auch schon achtmal gesehen oder so, ne? Also, von dem her. Ja, nee, ich, 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 es ist, es ist unglaublich schade. Ähm, weil ich, ich mache das echt nicht gern, dass ich ein Spiel abbreche. Absolut nicht gern. Aber das hier wird tatsächlich ein Spiel, das, da werde ich es jetzt tun. So. Und ich schalte es auch einfach mal hier rüber. und schalte mal da hin und drücke auf meinen tollen... Ah, jetzt. Drücke auf meinen tollen Musikknopf. Ah, so. Okay. Ja, gut. Wie gesagt, ich mache es nicht gern, aber ich mache das jetzt tatsächlich. Mal gucken. Vielleicht spiele ich das mal irgendwann so nebenher. Das ist so ein hervorragendes Ding, wenn man gerade in einem Stream ist oder so und dann kann man das einfach mal so nebenher spielen. Man muss nicht groß aufpassen, man muss eigentlich nichts tun. Außer durch die Gegend laufen und das richtige Item parat haben. Was jetzt nicht so... so schwierig ist im normalen Fall. Ja, gut. Aber egal. So, Leute. Das sind eure Credits. Ne? Da dürft ihr euch jetzt einmal kurz auf die Schulter klopfen. Ihr kennt das, ne? Tolle Menschen und so. Tolle Chatter. Geile Hereinstürmer. Dabei blieb es heute auch, was auch total in Ordnung ist. Ähm, genau. War jetzt etwas ungeplant tatsächlich. Eigentlich wollte ich heute mit Tinykin anfangen. Ich hatte halt echt nicht damit gerechnet, dass das Spiel so viel Laufzeit hat. Ähm, es ist, es ist halt gestreckt. Ähm, ich gucke mal ganz kurz bei How Long to Beat. Ob da irgendwo steht, äh, ob das da überhaupt drin ist. Airport Aliens. An Airport for Aliens currently run by dogs. Dauert im Median sechs Stunden. Für Completionists knapp zwölf Stunden. Wir haben jetzt sechseinhalb. Sieben Stunden für... Ja, ja. Ich gehe bei sowas meistens eher vom, vom Completionist aus, weil, äh, im Stream mitreden und so ist halt nochmal... Also, ich, ich nehme Dinge ins... Wahrscheinlich fehlen mir nur noch zehn Minuten. Ja, ich weiß es nicht. Ich werde es aufnehmen, wenn ich es das nächste Mal spielen, äh, spiele. Und möglicherweise liefere ich das dann nach oder so. Ähm, ja, aber es ist, äh, äh, ja. Ähm, genau. Es ist, es dauert tatsächlich einfach deutlich, deutlich länger, als ich das jetzt vermutet hätte, was, äh, was auch in Ordnung ist, aber das mache ich mal irgendwann. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Vielleicht landet es auf meinem Pile of Shame, der nie beendeten Spiele. Das ist auch gut möglich. Mal gucken. Auf jeden Fall. Genau. Heute, ähm, viele, 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 viele Dinge. Nicht vergessen, morgen, äh, legen wir dann los mit Tinykin. Davor, äh, reden wir über Lego. Und auch Klemmbausteine im ganz Allgemeinen, ne? Ich will da jetzt keine, keine Klemmbausteine ausschließen. Ich weiß, dass es da andere Marken gibt. Ich persönlich habe halt bisher nur mit Lego gearbeitet. Und das ist auch schon 20 Jahre her. Also von dem her, äh, ja, genau. Ansonsten, dann am Samstag bauen wir den, äh, den Lego Langhals auf. Ich habe leider die Packung hier hinterm Greenscreen irgendwo versteckt. Sonst hätte ich den jetzt nochmal so ganz schön in die Kamera gehalten. Inklusive Beleuchtungsset. Das Beleuchtungsset wird wahrscheinlich das spannendere, weil die Anleitung ist einfach nur furchtbar. Ähm, ich bin doch erst 19. Wie kann das sein? Ja, das, äh, ich, 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 äh, altere auch in negativen Zahlen. Ich bin Informatiker. Ich kann das. Hä, 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 hä. Ich, äh, ähm, ja, ich habe bei 0 angefangen und dann passt das auch mit der 20, ne? Hä, 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 hä. So. Gut. Genau. Und ansonsten, nicht vergessen, ähm, ähm, am 30.09. ist das Interview mit, äh, mit Andreas Baum, dem Entwickler von Cloud Escape. Da freue ich mich sehr drauf. Und, äh, ja, irgendwo in den nächsten, äh, Wochen vermutlich auch, ähm, das ist der Talk mit Gno, äh, zum Thema Kryptowährungen. Gucken wir mal, ne? Wird auf jeden Fall spannend, die nächste Zeit. Auf jeden Fall. Leute, haut rein. Bis morgen. Ich wünsche euch noch eine, 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 eine wunderschöne Nacht. Und bevor ich es total vergesse, oh mein Gott, ich hätte jetzt fast nicht mehr geguckt, ne? Ich gucke mal, wo ich euch hinschicken kann. Wer ist denn an diesem wunderbaren Donnerstag noch da? Ja. Mh. Ja, ich weiß, wo ich euch hinschicke. Ich schicke euch zu FloTV. Allein, weil der Titel toll ist. Sei nicht die Person, die alle in dir sehen wollen, sei die Person, die du sein möchtest. Das ist wie so ein Titel von Funk. Der ist, der ist auch immer so was, so, 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 so in der Richtung. Aber ich, ich finde es irgendwie schön. Ich finde es irgendwie schön. Ähm, der spielt übrigens The Witcher. Ähm, ich glaube, das ist der erste Teil. Das ist tatsächlich der erste Teil. Vielleicht seht ihr bei Flo, was ihr bei mir nie gesehen habt. Ähm, ne? Der hat auch nur einen Zuschauer gerade. Also gerne mal auch reinkommen und tatsächlich Hallo sagen. Ne? Dann, das, das... Man freut sich dann immer. Und der September ist gestartet, offensichtlich. Ich hab hier, ich kann hier, ich sehe 20% Rabatt in dem, im Sub-Button. Nice. Sehr cool. Gut, Leute, ne? Viel Spaß bei Flo. Sagt da noch ganz kurz Hallo. Gebt ihm ein gutes Gefühl. Wenn er schon so einen tollen Titel hat. Ähm, bleibt doch gerne noch ein paar Minuten länger. Hahaha. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen um 18 Uhr, äh, zu, äh, Lego und danach Tinykin. Ich freu mich so auf Tinykin, ey. Ich freu mich so dermaßen. So. Jetzt aber. Leute, viel Spaß. Haut rein. Gute Nacht. Kommt gut durch den Viertag. Lasst euch nicht ärgern. Ja. Das. Tschüss. Hahaha. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.